Ich habe mehr Drang in mir, den Kampf zu gewinnen. Ob es jetzt ein Titelkampf ist, ob es kein Titelkampf ist, ich lief eine geile Show ab. Ich lief einen geilen Kampf ab und das ist für mich mehr wie alles andere. K.O. in der zweiten Runde. Das war's. Schöner Kick auf die Leber. Tolle erste Runde hier. Spinning Backing und er hat richtig gesessen. Das war's. 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 das elephant irritiert. Job zu streускeln. Wie gesagt. Ohne den Winkel wird er nicht arbeiten können. Jamil richtet sich nicht auf zum Schlagen. Er spielt hier safe. Hätten sicher die wenigsten erwartet, dass dieser Kampf nach wenigen Sekunden schon auf dem Boden landet. Was vielleicht gar nicht so unklug ist von Mohammed. nur allerdings nicht von dieser Position. Körper-Kopf-Kombination hier von Can immer wieder. der macht das hier sehr sehr gut die guard von grabinski ist offen schaden könnte passieren jetzt ist hier wieder geschlossen es wäre rabsam wenn moment versucht aufzustehen und cage zu benutzen er ist nicht weit weg vom cage hat den cage eigentlich in seinem rücken es kann vorteil sein es kann nachteil sein von charne aber das meiste geblockt von grabinski aber charne begibt sich quasi auch freiwillig wieder zurück in die guard ist vielleicht selbst ganz froh dass der kampf nicht mehr im stand ist denn beide haben da ganz gut getroffen das war ein sehr wilder schlagabtausch und wilde schlagabtausche sind immer gefährlich für beide kämpfer definitiv das ist immer sehr unvorhersehbar was da alles passieren kann rabinski wirkt hier noch sehr sehr gelassen auch wenn diese position sicherlich nicht das ist was er sich erhofft hat da gab es kleinen ellenbogen mit von jan jetzt steht auf jetzt werden die punch ist gefährlich beide stehen auf und es geht wieder zurück in den stand beide wieder im stand das wollen die leute in der halle auch sehen der kick von rabinski zum körper von charne charne trainiert im gym von melvin mannhoff einer der bekanntesten kickboxer europas damit bewegt sich sehr sehr schön rückwärts schneidet winkel versucht sich nicht stellen zu lassen sehr schön geschütet allerdings ist die post schon nicht ganz richtig daher läuft es ins leere und auch sehr schön gestraut von jamil chan der das hat kommen sehen glaube rabinski sollte versuchen seine takedowns ein bisschen besser vorzubereiten definitiv er verliert ja auch die underhooks im clinch erneuter takedown versuch von rabinski single hack versuch aber charne verteidigt das hier sehr 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 gut definitiv versucht oben zu bleiben versucht sich nicht runternehmen zu lassen und macht hier wirklich guten job das kostet natürlich kraft was hier brauche rabinski macht aber rabinski bleibt dran sichere position für charne jetzt wieder der die double underhooks hat und jetzt versuchen wird rabinski in richtung käfigmann zu drehen schönes liefern gabinski und schöne hände von charne rabinski geht hier runter zum tag dann aber das sah mir fast schon ein bisschen danach aus als wäre auch hart getroffen worden ich glaube das war so eine mischung aus beidem ja so eine mischung aus der not geboren sehr schön das hat glaube ich keiner gedacht sehr schöner takedown von charne wirklich der jetzt in der side control ist und arbeiten kann jetzt muss allerdings sichern und er macht nicht den einschein als ob er die position wirklich sichern will rabinski erneut auf dem rücken das ist nicht eine position in der er sich befinden möchte wirkt hier sehr sehr frustriert zehn sekunden hat er noch in dieser runde um hier noch irgendwas möglich zu machen schauen läuft zum kopf sind der sogenannten north-south position jetzt wo wird das zu reversern das war eine sehr sehr kräftezehrende runde sehr sehr spannende runde aber ich denke eine runde für jamil chan hätte ich auch gesagt die runde hat definitiv kraft gekostet wir können gespannt bleiben ob die nächste runde genauso explosiv ist ob der kampf im stehen oder auf dem boden fortgeführt wird es ist immer sehr sehr viel druck auch auf beiden kämpfern wenn so viel auf dem spiel steht wenn es um einen großen titel einer großen organisation geht wenn es um die zukunft der eigenen karriere geht das oftmals die frage wer das besser ausblenden kann und werden klaren kopf behalten kann dazu ist das umfeld ganz ganz wichtig und beide haben sehr erfahrene trainer in den ringecken und der kleinste fehler kann hier zum sieg oder zur niederlage führen die betreuer verlassen den käfig und die zweite runde dieses tollen gefechts nur noch wenige sekunden entfernt und wie jede runde beginnt auch diese im stand und da haben diese beiden kämpfer schon im ersten durchgang gezeigt dass sie es gehörig krachen lassen können rabinski stürmt nach vorn kassiert aber ein konter dabei beide in der halbdistanz harte hände von chan damit hat er schon den ein oder anderen kampf gefinisht rabinski rettet sich wieder in einem single lag landet aber in der guillotine sieht nicht so eng aus scheint wirklich nicht so eng zu sein aber doch jetzt ist der bürger tatsächlich unterm kinn aber rabinski scheint sich aus der halfcard zu befreien landet in der mount das ist jetzt natürlich gut für ihn sobald er den kopf befreit kann er feuern mit ground and pound es ist eigentlich keine position wo man die guillotine finnischen kann und jetzt hat es hartes hartes ground and pound muss aufpassen dass er nicht auf den hinterkopf schlägt er sichert hier den rear naked show sieht so aus als ob der ist doch nicht unter dem kinn dennoch die größte chance bisher von mohammed rabinski der aus dieser position natürlich einiges möglich machen kann steigt ab verstehe ich nicht ganz ist jetzt in der zeit control versucht offenbaren zeit doch ein steigt zurück in die und lässt schon wieder harte hände hageln definitiv jetzt ist es gefragt wie viel zeit jamil auf dem boden verbracht hat und ob an seinen schwächen gearbeitet hat harte ellenbogen aus der top control von krabinski schon gibt den rücken ab keine gute entscheidung sollte sich das schnellste möglich wieder zurückdrehen es sieht mehr aus wie ein head and arm choke oder auch arm triangle genannt eine art von bürger jamil hat den arm auf der falschen seite versucht moment aber zu drehen es klappt nicht ganz und das gleiche spiel beginnt von vorne harte treffe für rabinski der hier den sack zu machen kann der sich hier den leichten von gmc sichern kann der sich vielleicht sein ticket in die ufc lösen kann steigt erneut in die mount jamil chan wird hilflos vom rücken aus gibt wieder den rücken her er weiß nicht ob er sich ganz wegdrehen soll oder einer unten in der mount bleiben soll keins der beiden position ist wirklich wirklich gut entscheidet sich wieder für die mount die wenigsten dieser schläge hier treffen gab es die sollte versuchen jetzt hat er wieder den rücken frage ob jamil sich wieder zurückdrehen wird oder weil diesmal wirklich den rea naked schock sich kuren kann bei den hocks drin aber etwas zu hoch wenn jamil den hintern jetzt hochhebt könnte es sein dass moment nach vorne runter fliegt paar schläge auf den hinterkopf die sind nicht erlaubt aber können im eifert des gefechts immer mal vorkommen da gibt es eine verwarnung von raffi rabinski schlägt ja weiter zu und das seien hier nicht bald irgendetwas geschehen lässt dann wird es das für ihn gewesen sein rabinski dominiert hier den kampf aus der oberlage versucht wieder mit dem herren armen joke das stimmen alle nicht ganz so Setzt sich erneut in die maut kann nach belieben auf und absteigen in die maut aus der maut heraus schauen muss hier auf jeden fall in zukunft an seinem ground game aus der rückenlage heraus arbeiten Da nützt ihm auch das beste striking nichts Gibt er erneut den rücken ab Rabinski macht ihn lang Und es wird immer schwieriger da raus zu kommen der strudel wird immer heftiger Unglaublich dominante runde bisher von mohamit rabinski Der sich jetzt zeit lassen könnte noch genug zeit hat um sie seine treffer auszuwählen und wirkungstreffer zu suchen Aufpassen muss dass er sich hier nicht auspauert Er hat durch dieses dauerfeuer kann jamil nicht wirklich es geht man kann hier nicht wirklich was machen weil er sich die eigentlich die ganze zeit bewegen muss Da sehen wir blut am arm von grabinski Offensichtlich eine platzwunde bei chan oder blut aus der nase man kann es ja nicht genau sehen weitere harte treffer Er sichert mit dem ellbogen den linken arm von jamil jamil probiert ihn wieder zu überdrehen aber das wird nichts gibt wieder den rücken her Kämpft wirklich wieder für den rear naked choke aber der sitzt nicht ganz man merkt er schiebt den arm hoch Harte ellbogen Und die zermürben die Nagen auch am selbstbewusstsein die nagen am willen von jamil chan Der jetzt hier wirklich sehr sehr viel mentale stärke aufbringen muss Um in der nächsten runde noch mal anzutreten zehn sekunden sind noch übrig in der zweiten runde Und jetzt hast du noch mal zum reversen wahnsinn wahnsinn in den letzten zehn sekunden Was für ein kampf Wenn das der gameplan von mohamed grabinski war dann hut ab der gameplan geht wirklich aus leider konnte denn sagt jetzt hier nicht zu machen Er wird definitiv dieselbe strategie der dritten dritten und letzten runde 5 runden kampf in der weiterhin verfolgen mal schauen was die antwort von jamil chan ist Ja jamil chan man kann ihn gerade im bild nicht sehen aber wirkt sehr sehr stark in seiner ecke Blutet im gesicht wird dabei arbeitet von den mma docs Und ja wir haben es gerade schon angesprochen wird auf jeden fall mit nicht besonders viel selbstbewusstsein jetzt hier in die dritte runde kommen denn Wurde hier fünf minuten lang nach strich und fahrten dominiert von mohammed grabinski Der diesen kampf hier spektakulär noch einmal gedreht hat nach punkten hinten lag Aber es wird sich zeigen wie viel energie er jetzt hier verbraucht hat Denn er hat im prinzip fünf minuten lang aus der oberlage geschlagen und das kostet eine ganze menge kraft Das kostet sehr sehr viel kraft und ich kann mir kaum vorstellen dass er noch ein paar runden so weiter gehen kann Vor allem nicht in dem tempo Sein zielvater nordin aschi hat ihn dann noch mal eingeschworen Noch mal motivation mit auf den weg gegeben Drei runden wäre theoretisch noch zu kämpfen wenn es hier nicht zu einem vorzeitigen ende kommt Drei runden das ist eine verdammt lange zeit ganze 15 minuten Aber chamichan sieht aus als hätte er sich erholt Rabinski will natürlich da weitermachen wo er jetzt aufgehört hat Aber dazu braucht erst mal eine takedown Und chamichan wird genau das natürlich wissen und wird jetzt versuchen im stand So harte treffe wie möglich zu erzielen Aber stürmt nicht mehr so unfurslich nach vorn wie in der letzten runde Weil er natürlich angst hat dann wieder zu boden gebracht zu werden Rabinski stellt ihn hier an der Käfigwand Aber chamichan bewegt sich zurück nach vorn Arbeitet mit der Führhand sucht die richtige Distanz um anzugreifen Jamichan sieht sehr konzentriert aus Er will nicht den Fehler von letzter Runde wiederholen Schöner Low Kick von Jamichan Und harte Hände Hier muss Rabinski aufpassen Dass er da nicht zu viele von nimmt Jamichan bewegt sich zum ersten Mal rückwärts Harte, harte Low Kicks Trifft er erneut mit einem Low Kick, ich wollte es gerade sagen Es klatscht hier durch die ganze Halle Oh, wieder harte Treffer von Chan Und Rabinski sucht den Take-Down Aber Chan kann sprawlen Und begibt sich freiwillig in die Guard Beide Kämpfer hier genau vor dem Kommentatorenpult Chan in der Full Guard von Grabinski Die Szene kennen wir schon aus der ersten Runde Beide Kämpfer sehen sehr, sehr müde aus Es war sehr, sehr hart bis jetzt Und trotzdem kämpfen sie mit einem enormen Tempo weiter Die Guard ist offen Jamil könnte jederzeit rückwärtsgang einschlagen Und aus der Guard rauslaufen Aber ich glaube Chan fühlt sich da momentan auch erstmal ganz wohl Muss wahrscheinlich immer noch die Nachwehen der letzten Runde verkraften Steht jetzt aber auf Will den Standkampf wieder haben Trifft hier mit einem schönen Aufwärtshaken Im Stand hat Chan definitiv die Nase vor Und schöne Rechte schlägt ein Und schön gescrawled Der wird vom Bodenkampf nichts mehr wissen Jamil Chan Spinning Back Kick versucht von Grabinski Jamil Chan sehr schön arbeitet jetzt zum Körper Er hat jetzt wieder zurück in den Kampf gefunden Schöpft wieder erneute das Selbstbewusstsein Versucht jetzt selber einen Double Leg und schafft es auch Wahnsinn Wieder in der Guard von Mohamed Grabinski Die Fans würden sich hier natürlich wünschen Dass beide Kämpfer die ganze Zeit im Stand kämpfen Aber ich glaube beiden kommt es ganz gelegen Dass der Kampf jetzt wieder auf dem Boden gelandet ist Grabinski muss natürlich versuchen hier aus der Unterlage rauszukommen Attackiert mit Ellenbogen von unten Can könnte aufstehen Könnte versuchen zu passieren Tut das aber nicht Scheint sich hier vorerst noch wohl zu fühlen Könnte sich auch aufrichten zum Schlagen Tut auch das nicht Was sehr schade ist Weil er hier aus dieser Position natürlich Punkte sammeln könnte Natürlich harte Treffer landen könnte Und ein Triangelansatz Ah ja, da ist Jamil Aber das hat er gerochen Ist rückwärts rausgegangen Ist jetzt wieder in der Guard drin Und wieder hätte er eigentlich passieren können Hat das nicht getan Und tut hier eigentlich noch ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack Aber es reicht natürlich um diese Punkte Um diese Runde sicher nach Hause zu fahren Und Punkte zu sammeln Und beide Kämpfer sind jetzt wieder im Stehen Und da verschwendet Jamil Can gar nicht die Zeit Sondern attackiert gleich wieder mit harten Händen Ein paar gedrehte Kicks von Mohamed Grabinski Die leider ins Leere gehen Er muss vor allen Dingen aufpassen Dass er wenn er ins Leere tritt Nicht am Ende dann mit runterglasener Hose da steht Und direkt im Konter reinläuft Sehr schön gemacht Und jetzt lässt Mohamed Grabinski es regnen Und es sieht so aus Als ob der nicht so viel Zeit am Boden verschwendet Wie Jamil Can gerade eben Sondern er sucht die Lücken Er sucht das Ground and Pound Er versucht sich hier aufzurichten Und er versucht auch zu passieren Dazu ist er noch in einer besseren Position Als Jamil Can Er ist fast an der Guard vorbei Man merkt er ist nur noch in der Half Guard Es fehlt eigentlich nicht viel Dass er draußen ist Er sichert sich hier wieder die Mount Ganz komische Position Jetzt hat er sie gesichert Und jetzt wird es regnen Und das kennen wir hier schon Aus dem zweiten Durchgang Da sah es ganz schlecht aus Für Jamil Can Hier konnte Grabinski seine Stärke ausspielen Hinzu kommt Dass er in der eigenen Ecke sitzt Und seine Betreuer ihn hier Tipps geben Aber da wird er jetzt Sweep von Jamil Can Wahnsinn Was für ein Kampf Thomas Ein würdiger Leichtgewichtstitelkampf Hier bei GMC 7 Und es ist wieder Zeit Mit Einen Riesen Applaus Für den Wahnsinn Da zeigt sich wer ein wahrer Champion ist Rabinski sieht man hier Atmet schwer in seiner Ecke Zwei Runden hat er maximal noch vor sich Wenn er das Gold mit nach Hause nehmen will Es wird jetzt immer schwieriger den Sack vorläufig zu zu machen Da beide Kämpfer wirklich jetzt aus der Puste sind Die ganze Energie nochmal bündeln Die ganzen Fokus nochmal bündeln Das Team hilft dem und sagt Hey hier komm du hast so lange gearbeitet Jetzt Jetzt alles oder nichts Das ist deine große Chance Und da kommt dann die einminütige Pause plötzlich sehr sehr kurz vor Wenn man schon drei Runden hinter sich hat Die Betreuer verlassen den Käfig Und wir sind bereit Für die vierte Runde dieses Leichtgewicht Titelkampfes Zwischen Jamil Can und Mohamed Grabinski Werden da die Spuren der Schlacht weggewischt von den Mädels im Ring Round 4 Grabinski ist bereit Can ist auch bereit Auf gehts zur vierten Runde Grabinski in der Käfigmitte Lange Führhände Hat ein bisschen reichweiten Vorteile Aber wer Jamil Can scheinbar hat kämpfen sehen weiß Dass der sich um Reichweite nicht schert Der marschiert nach vorn wie ein Bulldozer Und wirft seine Kombos mit Haken und Graden Sehr schönes Ding von Grabinski Rechte gerade zum Kopf Jamil Can Escapt hier den Takedown Sehr sehr gut gemacht Ja Grabinski muss diese Takedowns ein bisschen besser vorbereiten Vielleicht mit ein, zwei Händen Can sieht die kommen Und er weiß natürlich, dass er auf dem Boden nicht viel Sonne sieht Und hat deswegen an seiner Takedown-Verteidigung sehr sehr stark gearbeitet Erneuter Takedown-Versuch hier von Grabinski Aber wieder gut abgespralled von Can Schöner Kick zum Körper Muss auch sagen, Jamil Can hat das jetzt langsam gerafft Und es wird immer schwieriger ihn runter zu nehmen Weil er wirklich auf der Lauer ist Er läuft nur noch rückwärts, fast nur rückwärts Jetzt konnte er nicht mehr entkommen, weil er einen Käfig hinter sich hatte Gut getimeter Takedown von Mohamed Grabinski Strategisch sehr sehr gut gemacht Jetzt wird Grabinski natürlich versuchen hier wieder in die Mount zu steigen Diese Position, aus der er die besten Treffer in diesem Kampf erzielen konnte Viel fehlt ihm nicht mehr, er muss sein rechtes Bein befreien Zieht ihn hier ein bisschen weg vom Käfig Hat hier seinen Arm getrappt, also eingefangen, damit er saubere Treffer reinbringen kann Hat noch ein, zwei Ellenbogen gelandet Wird jetzt versuchen überzusteigen, muss aufpassen, dass er sich gesweept wird Ist in der Mount Sehr sehr schlechte Position hier für Jamil Can Und jetzt kann Mohamed Grabinski hier in der vierten Runde den Sack zumachen Aber hat er dafür noch die Kraft, hat er dafür noch den Willen Das Gute ist, er ist fast in seiner Ringecke Er hat Jupp bei sich, er hat Nordin bei sich Beide geben ihm wichtige Informationen rein, über Zeit Über andere wichtige Dinge, die ihm jetzt helfen können Er macht das jetzt auch ein bisschen cleverer als in den vorangegangenen Runden Er schlägt nicht mehr wahllos, sondern er sucht sich seine Treffer aus Er sucht gezielt nach Lücken Um nicht zu viel Energie zu verschwenden Jeder Treffer muss hier sitzen, jeder Treffer muss zählen Ich höre immer wieder Ellbogen, Ellbogen aus der Ringecke Und jetzt, man merkt, er befolgt hier die Anweisungen, seine Ecke Und erneut klickt, Jamil Can, der Sweet Was für ein Kampf, Thomas Unglaublich Grabinski Versucht hier Vielleicht mit der Submission zu kontern Aber er hat jetzt doch wieder die Full Guard sich zurückgeholt Und wir werden sehen, was Can jetzt hier draus macht Der war ja bisher noch nicht allzu aktiv aus der Guard Mohamed war wirklich der fleißigere Mann am Boden Der hat da seine Hausaufgaben gemacht Jamil konnte bis jetzt noch nicht so viel Schaden anrichten Attackiert jetzt hier aber mit schönen Hammerfäusten Muss sich einfach noch ein bisschen mehr Platz schaffen zum Schlagen Hier rumzuliegen, wird nicht so viel bringen Nach meiner Rechnung liegt er zwei Runden hinten Und ich denke, du rechnest richtig Sehe ich genauso Oh, hier hast du schöne Hände, davon muss er mehr zeigen Jetzt nicht so, ob ihm etwas gelingen würde Can sitzt da relativ fest in der Guard Macht auch keinen Anschein, dass er passieren will Und die Füße wieder im Cage Durch diesen Winkel ist Jamil wirklich nah an seinem Kopf Und kann harte Hände reinbringen Mohamed braucht aber diesen Winkel um zu arbeiten Macht aber da leider nichts draus Schneidet immer wieder, kommt wieder in gute Position Wo er was machen könnte Kriegt's aber nicht ganz so hin Ja, Werther erwartet, dass sich dieser Kampf Zu großen Teilen auf dem Boden abspielt Can macht das hier sehr sehr schön Geht ein, zwei Mal zum Körper Danach wieder zum Kopf Versucht Öffnungen zu finden Aber ich glaube, er muss sich einfach noch ein Stück weiter aufrichten Wird dadurch aber natürlich auch instabil Kann gesweept werden Und das will er hier unbedingt vermeiden Um nicht wieder auf dem Rücken zu landen Wo er so herbe Treffer einstecken musste in den vergangenen Runden Wenn es so weiter geht Befürchte ich, dass es zu einer fünften und letzten Runde kommen wird Da die Aktionen nicht stark genug sind Um den Kampf zu beenden Es sieht alles danach raus Thomas Zehn Sekunden haben beide Kämpfe noch in dieser Runde Jamil Weiß, das probiert jetzt noch einmal alles Um sich Punkte zu sichern für die Runde Ein Kampf, der beide Kämpfer sehr sehr viel Substanz gekostet hat Was sehr sehr viel Energie gekostet hat Beide laufen erschöpft in ihre In ihre jeweiligen Ecken und in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken Thomas, die haben noch eine Runde vor sich Fünf Minuten und das werden vermutlich die längsten fünf Minuten ihres Lebens werden Sehe ich genauso Man sieht, dass beide Jungs ihre Hausaufgaben gemacht haben Beide waren fleißig joggen und haben ihre Cardio anerhalten gemacht Und die machen sich jetzt wirklich bezahlt Wer hier mehr an der Cardio gearbeitet hat Wer hier den stärkeren Willen beweist, der wird das Ding mit nach Hause nehmen Ja, zweifellos Also Cardiotraining macht sicherlich niemand gern Aber wer dann mal in der fünften Runde eines MMA Titelkampfs steht Der wird froh sein, den morgendlichen Weitlauf absolviert zu haben Ist die Pause auch schon fast vorüber und die fünfte und letzte Runde in diesem Titelkampf steht uns bevor Wer würde den Titel hier mit nach Hause nehmen Würde es der alte und vielleicht der neue Champion sein, Jamil Can Bzw. wird es der alte Champion sein, Jamil Can Oder sehen wir einen neuen Champion, Mohamed Grabinski Ich möchte nicht in der Haut der Punkte Richter stecken Das wird eine wirklich schwere Entscheidung sein Das waren die ganze Zeiten hin und her Und jetzt geht es wirklich darum in der letzten Runde Akzente zu setzen Und die Punkt Richter auf seine Seite zu bekommen Betreuer auf beiden Seiten waren sehr sehr lange im Käfig Das Signal, dass sie den Käfig verlassen sollen Ist schon vor einiger Zeit ertönt Also beide Kämpfer haben hier sich noch ein paar zusätzliche Sekunden für Schnaufpause verschafft Da gibt es nochmal einen Shake Hands Den letzten vor dem Ende dieses Kampfes Großer Applaus für den Publikum für diesen tollen, tollen Kampf hier bei GMC 7 Zurecht verdient an beide Athleten Grabinski beginnt mit zwei Kicks Körpers Körpers Sehr sehr schön Antwortet mit harten Händen, jawoll Schöne Kicks von Can Grabinski macht das gut, stellt ihn hier in der Ecke Der wird den wieder runter nehmen wollen Jamil muss wirklich aufpassen, dass er sich nicht stellen lässt An der, an der Cage Wall Ja das hat er sich wahrscheinlich auch grad gedacht Und äh Ist ausgebüxt Steht jetzt aber schon wieder mit dem Rücken zum Käfig Muss sich daraus wegen schöner Aufwärtshaken von Can Und schöner Shoot Von Grabinski hat Can aber gesehen Gut verteidigt Und Endet wieder in der Guard Das kennen wir schon Ja Grabinski versucht hier von unten zu arbeiten Can Versucht Treffer zu Landen zum Körper, zum Kopf Aber das sind keine Wirkungstreffer, die sind zu kurz Er muss sich da mehr aufrichten Vielleicht auch mehr mit Ellenbogen arbeiten Kurze Ellenbogen anbringen Ja das ist immer die Frage Richtet man sich auf, gibt man das Risiko ein Gibt man dem Gegner Platz zum Arbeiten Und hat die Möglichkeit schweren Schaden anzurichten Oder spielt man safe In der fünften Runde von dem Titelkampf Das sind alles Entscheidungen, die sehr schnell gefällt werden müssen Ja Grabinski wäre ja jetzt fast aufgestanden Ich weiß gar nicht warum er sich da wieder hat runterfallen lassen Das sah zwischenzeitlich sehr sehr gut aus Ich weiß nicht ob ihm da die Kraft gefehlt hat Aber er muss auf jeden Fall versuchen hier raus zu kommen Can versucht ihm hier immer wieder die Hand wegzuziehen Und ihm dadurch das Aufstehen zu erschweren Ja Grabinski hat die Käfig bei dem Rücken Er kann versuchen sie hochzudrücken, aber Can versucht das natürlich zu verhindern Versucht immer wieder seinen Rücken gegen den Käfig zu positionieren Jamil weiß das und riecht das und versucht das Ganze mit Schlägen und gezielten Gezielten Aktionen zu verhindern Ja Grabinski hat hier sehr sehr viele Fans in der Gruppe Und das hat den Kastrup mitgebracht Den hier natürlich moralisch unterstützen wollen Die noch einmal anfeuern In diesen letzten Minuten dieses unglaublichen Titelkampf ist Da gibt es harte Hände von Can Der hier allem Anschein nach Die letzte Runde nochmal für sich entscheiden kann Sehr sehr schwer zu werten der Kampf auch Und ein würdiger Titelkampf Für die siebente Ausgabe von German MMA Championship Harte Hammerfäuste jetzt hier von Scharen Der endlich ein bisschen aufmacht Oh das sah nach einem harten Treffer aus Platzwunde am Auge könnte ich mir gut vorstellen Es läuft eine ganze Menge Blut da raus Auf der Schulter von Mohamed Grabinski Es scheint über dem linken Auge zu sein Harte Treffer hier von Can Kann der hier den Sack noch zumachen So kurz vor Schluss und den Kampf so vielleicht noch zu seinen Kunsten drehen Der sieht es natürlich und setzt immer wieder nach mit der rechten Hand Das ist auch seine Powerhand Der Referee hält kurz an Der Arzt kommt rein Das wäre natürlich jetzt fatal Wenn der Kampf aufgrund von einem Cut abgebrochen wird So kurz vor Schluss, aber du hast es schon mehrfach erwähnt Thomas, die Sicherheit Dieser Kämpfer steht hier an allererster Stelle Deswegen wird erstmal nachgeschaut Der Cut scheint tatsächlich über dem linken Auge zu sein Wird mit Adrenalin, Vaseline Verschlossen Es ist nicht mehr viel Zeit übrig In diesem Kampf, in dieser letzten alles entscheidenden Runde Alles oder nichts hört man hier aus der Ecke Von Jamil Charten Verzeihung von Mohamed Grabinski Und das trifft es tatsächlich Hier steht alles auf dem Spiel Der Titel Vielleicht eine Zukunft in der UFC Und es ist eine Frage der Zeit, wie lange der Cut geschlossen bleibt Es wird nicht lange so sein Das heißt, er muss jetzt wirklich schnell reagieren Der Kampf wird dort Weitergeführt, wo er abgebrochen wurde Hier gibt es nochmal großen Jubel vom Publikum Für diesen tollen, tollen Kampf Und diese beiden Gladiatoren, die wirklich alles hier gegeben haben In diesen fünf Runden Rabinski bekommt auch nochmal hier Ein Standing Novation von den Fans Fordert auch nochmal auf, hier ordentlich Lärm zu machen Und den machen sie auch Dafür haben sie heute hier einen Eintritt bezahlt Dafür sind sie heute hierher gekommen in die Europa Alle Kastrup Hauxel Und zwar jeden Euro wert Für Kämpfe wie diesen, Thomas Jetzt werden wir sehen, ob Jamil Chan da weitermachen kann Wo er aufgehört hat, mit harten Hammerfäusten Harten Händen von oben Krabinski versucht sich da natürlich da unten zu befreien Aber Charm Pressi gegen den Käfig Und Charm attackiert mit harten Händen, die hört man in der ganzen Halle Die Hände landen wirklich da auf, wo sie landen sollen Und der Cut ist ruckzuck wieder auf Ist natürlich jetzt auch alles mit dem Schweiß Und der Ja, das sieht immer schlimmer aus als es ist Trotzdem ist es nicht schön anzuschauen Der Kampf schon wieder unterbrochen Das ist sehr, sehr schade Das ist sehr, sehr schade Aber das Blut läuft ins Auge von Mohamed Krabinski Da muss der Kampf unterbrochen werden Der Cut muss gecheckt werden Sobald die Fähigkeit des Kämpfers beeinträchtigt ist Sich selbst zu verteidigen Und selbst Angriffe zu starten Müssen die Ärzte hier einschreiten Und der Kampf ist leider vorüber Sehr, sehr schade, dass dies das Ende des Kampfes ist Aber ich denke, ein verdienter Sieger Egal wer diesen Kampf gewonnen hätte Es wäre ein verdienter Sieger gewesen In diesem Fall ist Jamil Chan Was für eine Schlacht Alter und neuer Champion Hat seinen Titel hier verteidigt Es sah ab und zu wirklich düster aus für Jamil Chan Er hat das Blatt wieder und wieder gewendet Es waren hoch und runter letztendlich Rund vor dem Cut Hat Jamil Chan den Kampf hier gewonnen Hat hier auf jeden Fall ein Ausrufezeichen gesetzt Aber es bleiben auch ein paar Fragezeichen Sollte er es wirklich schaffen Bis in die UFC muss er definitiv noch an seinem Ground-Game arbeiten Thomas, gerade du als BJJ-Spezialist wirst es unterschreiben können Definitiv, gerade in den Starten sind viele sehr starke Ringer Sehr starke Jujutsu-Kämpfer Und da wird er es nicht einfach haben Aber ich denke, das ist durchaus bewusst Und er hat ein starkes Team hinter sich Und wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft Ja, was er auf jeden Fall, woran er nicht arbeiten muss, ist sein Kämpferherz Du hast es gesagt, er hat sich hier aus einigen prekären Situationen wieder zurückgearbeitet Zu einem sehr, sehr späten, aber sehr, sehr eindrucksvollen Finish Und jetzt ist auch Mohamed Grabinski wieder auf den Beinen Zur Verkündung des offiziellen Urteils Das sind wirklich schöne Bilder im MMA Beide Kämpfer zollen sich Respekt und den haben sie auch wirklich beide verdient Spannend für den Dring-Arzt und den Ring-Arzt für den Dring-Arzt in Runde 5 Applaus Der Herausforderer, bislang unbezwungen in Deutschland. Seine Kampfbilanz, zehn Siege, eine Niederlage. Repräsentiert die MMA Factory Paris. Meine Damen und Herren, der Herausforderer, Gianni, The Punisher, Berlio! Sein Gegner in der Roten Ecke muss man bei GMC eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Seine beeindruckende Bilanz, zwölf Siege, vier Niederlagen. Mehrfach liefert er den Kampf des Abends. Und er ist der GMC Weltkampion der Welt, ist Keri J. Tula Ecke! Red corner, blue corner, Center of the cage. Championship out, fünf Rounds, fünf Minuten. Sie wissen beide die Regeln. Hör auf meine Kommande. Seid euch alle Zeit, mach es ein guter Mann. Schrauben die Hände, dann zurück zu den Körnern. wo man den muskulösen von dem anderen runterziehen muss. Weil das hier nämlich schnell vorbei sein kann. Auch wenn das hier auf fünf Runden angesetzt ist. Hier kann es mit einem Schlag zu Ende sein. Du hast es angesprochen, diese One Punch Knockout Power, die ist auf beiden Seiten vorhanden. Und der Italiener probiert es auch direkt hier. Ja, Engicek vielleicht technisch der sauberere Boxer. Wirklich klassische Boxschule, gute Oberkörperbewegungen. Und Melio, der Puncher. Bisschen wilder, ja. Der mit dem Fund in der Rechten. Aber Aziz Karaogu ist bekannt dafür auch, das Stand-up-Game wirklich auseinanderzunehmen technisch. Und der hat seinen Zügling hier mit Sicherheit gut vorbereitet. Also es würde mich wundern, wenn diese Rechte ihr Ziel fände ganz ohne Probleme. Ja, und diese Push-Kicks, diesen Front-Kick, den wir gerade gesehen haben, und damit hat er schon gegen Pawel Zelazowski gut punkten können. Hat einen zur Leber abgefeuert und ihn damit zu Boden geschickt. Also das Ding war im Prinzip sein Ticket zum Titel. Deswegen bringt er ihn hier wahrscheinlich auch in Serie. Also da muss der Italiener schon aufpassen. Alles, was funktioniert, ist erlaubt. Oh, schöne Linke jetzt auch getroffen hier von Engicek. Wie schön er die schlägt, er geht rein und hat sofort die Linke geschlagen. Jetzt trifft er doch sehr, sehr häufig. Ich muss nur gucken, dass er hier nicht in den Konter reinläuft. Ansonsten sieht das hier schon sehr, sehr gut aus für den Düsseldorfer. Ja, macht hier in den Schlagabtausch. Und da ist der rechte Hammer eingeschlagen. Das war's, das war's, das war's. Und die Titelverteidigung ist geglückt. Und wir haben ein persönliches Ende hier für das Düsseldorfer Publikum. Und da ist der Mann, der Lokalmatadour hier abräumen konnte. Und wie One Punch Lockout mit der rechten. Bam, da war's vorbei. Unglaublich gemacht hier. Wir haben hier den Puncher mit der unglaublichen Power einfach umgehauen. So macht man das. Ja, Benjamin hat sich da noch kurz beschwert, aber vollkommen zu Unrecht, wie man hier sieht. Da kassiert er noch eine Linke hinterher. Ist da zwar dabei, wieder aufzustehen, aber hier liegt er schon wieder voll, vollkommen ungeschützt auf dem Boden. Also wer mit dem Kopf nach unten auf dem Boden liegt und sich nicht dynamisch bewegt, der darf sich nicht beschweren. Da wäre nur noch viel mehr Strafe gekommen für den Italiener. Der wurde hier noch von mehr Schaden bewahrt. Also insofern alles okay. Verdienter Champion nach wie vor. Keri Mangicek, sehr, sehr gute Arbeit. Also ausnahmsweise hier jetzt mal keine Überraschung bei der Urteilsverkündung. Das wird relativ offensichtlich hier. Die Frage ist nur die offizielle Zeit. Wir hören mal darauf, wie lange es gedauert hat. Hier also das offizielle Urteil. Sieger nach 1.43 in Runde 1. und immer noch die Weltweite Champion der GMC, Keri Seifuda, Repton Agite! Der Fighter in der blauen Ecke repräsentiert das Hammers Team. Seine Bilanz, neun Siege bei drei Liederlagen. Seinen letzten Auftritt bei GMC 15 hat er eindrucksvoll in der ersten Runde beendet. Meine Damen und Herren, aus allen Baden-Württemberg, please welcome Nihat Nasowoi! Sein Gegenüber in der roten Ecke war Titelträger bei GMC 2. Er kämpft für das MMA-Spirit-Team Frankfurt. Er ist zurück von seinem langen Weg zum Titelfight Nummer 2. Seine Bilanz, zehn Siege, fünf Niederlagen. Hier ist der, der unglaubliche Christian Egalin! Dritte Mann im Pinz in charge of the action, Referee Marco Bursi. Well done for close, this is to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Check hands if you want. kein böses blut hier zwischen beiden kämpfern beide sehr respektvoll sich gegenübergetreten aber das dürfte der gewalt definitiv keinen abbruch tun also beide kämpfer hoch aggressiver stil beide kennen nur den vorwärtsgang und insbesondere eckerlin ist immer für den blitz sieg gut sehen es hier in der rechtsauslage das dauert natürlich immer ein bisschen bis man da eigentlich den rhythmus raus hat aber eckerlin der kann jeder sekunde da den fuß aus gas nehmen er hatte schon zwei führhände durchgesteckt wahrscheinlich auch den geschwindigkeitsvorteil ein bisschen verhalten da eckerlin trainiert in einem der besten teams in deutschland im frankfurter mma spirit eine absolute champion schmiede der halbschwergewicht champion wird auch noch sehen werden stefan pütz auch der trainiert dort daniel weiche absoluter mma superstar aus deutschland der inzwischen nur noch international kämpft auch dort zu hause also hat dort die creme de la creme des deutschen mma auf der matte als sparringspartner zur verfügung wird er hier ein bisschen offensiver da seine distanz gefunden dass er vorwärts versucht den takedown single leg müsste das bein da vorbeiziehen an eckerlin der verteidigt aber gut hatte diesen wizard also diesen overhook mit der linken seite gut gelöst ja sehr sehr viel englische begriff hier liebe zuschauer das hat natürlich damit zu tun dass dieser sport vor allem in den usa sich sehr sehr stark entwickelt hat in den vergangenen jahren aber wir tun natürlich unser möglichstes das ganze hier auch für den laien verständlich aufzubereiten aber was glaube ich jeder versteht auch derjenige der das ganze zum ersten mal sieht das sind die langen hände von eckerlin die da immer wieder treffen und lasse vorwärts versuchte er in den clinch zu gehen er die ringerischen elemente zu nutzen muss aber dann hat sich erstmal an den händen von eckerlin vorbei er muss unbedingt ran an den mann wird er aus der halb distanz heraus auf jeden fall gerade abgeschossen von eckerlin wird da auch schon so ein bisschen konsterniert hat schon ein paar gute treffer genommen auch lange hände von eckerlin und lassen vorwärts taumelt zurück an den käfig wir sehen diesen geschwindigkeitsvorteil den christian eckerlin hier mitbringt und der im moment doch schon um einiges größer zu sein scheint als ich das vorher eingeschätzt hatte auf dem papier beide ganz gleich groß aber wir sehen dass hier also vorwärts der massigere muskulösere kämpfer das raubt natürlich auch speed eckerlin ursprünglich mal welter gewicht gewesen also gewichtsklasse bis 77 kilogramm kämpft jetzt hier bis 84 hat er also den geschwindigkeitsvorteil ja und für alle die sich fragen was ist denn jetzt überhaupt erlaubt was können beide kämpfer machen was nicht es darf geschlagen werden es darf getreten werden es darf mit ellbogen und knie stößen attackiert werden und dieses arsenal das schöpft eckerlin hier momentan auch umfänglich aus sind tatsächlich auch ellbogen schläge erlaubt wie man das zum beispiel aus dem tie boxen kennt am boden gibt es ein bisschen andere regelungen da darf zwar noch geschlagen werden auch zum kopf aber dann getreten werden nur noch zum körper sollten solche situationen aufkommen werden hier natürlich noch mal darüber informieren was da gerade passiert hier er kann ihn mit einem weiteren vorstoß bislang ganz seine runde hier auch guter treffer hast du vorwitz wackelt da kurz nutzt die gelegenheit aber um in den clinch zu gehen braucht den takedown hier in der ersten runde bekommt so und jetzt könnte hier sich das platt wenden naso fovic sehr sehr starker top control ich habe es eben gesagt wenn die auf einem drauf ist das fühlt sich sehr sehr ungut an eckerlin hat hier eine guard position hat ja so die beine um sich zu verteidigen nutzt diese auch um aufzustehen technisch einwandfrei gemacht von frankfurter der sich hier gelöst hat das war wichtig für eckerlin er braucht die distanz und zu attackieren er will den kräftigeren kürzeren dass du vorwitz nicht an sich dran haben eine halbe minute noch auf der uhr der kampf angesetzt auch fünf mal fünf minuten also fünf runden insgesamt bei titelkämpfen und das ist eine sehr sehr lange zeit wenn man da drin steht ich glaube ich glaube das ist kurz mal getroffen die recht hat auch gesessen jetzt sehen wir das erste mal im rückwärtsgang hier und er scheint da ein bisschen gewackelt zu haben ist da angestrengt wie stoß von eckerlin und das wittert hier morgen luft jetzt solche situationen sind natürlich am ende der runde besonders wichtig für den kopf das hat gesehen dieser eckerlin der ist ein harter hund aber wenn ich ihn treffe dann wackelt er auch die frage die sich jetzt stellt ist wie gut ist die kondition von christian eckerlin seit seinem comeback haben wir ihn immer nur in sehr sehr kurzen du ellen gesehen die kämpfe waren in der ersten runde vorbei ich habe es vorhin gesagt zweieinhalb minuten für drei kämpfen wir haben jetzt alleine dieser runde hier schon länger gebraucht das ist richtig hier sehen wir diese überfallartigen angriffe von eckerlin hat das immer wieder gut gemacht schubst da auch naso vorwitsch nochmal weg weil der natürlich weiß wenn der an mich rankommt dann wird es unangenehm und hier sehen wir es auch dass vorwitsch greift da das bein holt sich auch den takedown hinten raus aber die große aktion von ihm das war diese rechte nach der eckerlin auch immer gewackelt hatte hier nahe diese linke tschuldigung oben drüber geschlagen und da war ich kann ihn mal ganz kurz auch wirklich beeindruckt und es gab auch noch eine rechte hinterher ja also da haben zwei von diesen haken tatsächlich getroffen mal sehen ob diese eine minute pause ausgereicht hat dass eckerlin sich davon erholt hat ja und noch ein faktor das hier ist ein titelkampf das heißt wir kämpfen fünf mal fünf minuten und das ist eine sehr sehr lange zeit der kalin hat da schon schwer geatmet in seiner ecke das ist natürlich auch ein signal an das du vorwitsch kleiner mentaler push dass man sieht okay der gegner der ist angeschlagen er ist erschöpft das bringt einen natürlich selbst noch ein stück nach oben dass der vorwitsch hat seine hände gefährlich weit unten das recht sich natürlich schnell gegen einen puncher wie eckerlin ja und sollte das hier tatsächlich über die vollen fünf runden gehen dann sind die punktrichter gefragt dann müssen die entscheiden wer diesen kampf gewonnen hat und gewertet wird hier nach dem auch aus dem boxen bekannten zehn punkte muss system das heißt der gewinner einer runde erhält zehn punkte der verlierer neun oder vielleicht sogar weniger acht wenn er komplett dominiert wurde und am ende wird zusammengezählt wer dann die meisten punkte hat der hat gewonnen und ist hier der neue champion harte rechte eingeschlagen hier bei nasu forwitsch gewertet wird das habe ich schon gesagt eingangs effektives striking also effektive trittonschläge effektives grappling aggressivität also wer drückt nach vorne wer macht das tempo das ist in dem fall hier eckerlin und käfig kontrolle also wie nutzt man das die kampffläche schneidet man dem gegner die wege abstellt man ihn öfter auch das tut eckerlin hier also hat eine menge wertungskriterien auf seiner seite definitiv derjenige der jetzt die erste runde auch gestaltet hat zumindest mal viereinhalb minuten lang die letzte halbe minute hat er ein bisschen federn lassen müssen genau nasu forwitsch wirkt zwar eingeschüchtert aber ich habe eher das gefühl der sucht seinen moment der sucht seinen spot er hat vielleicht auch ein bisschen respekt vor diesen fünf mal fünf minuten und teilt sich da in kraft ein bisschen ein auch das kann natürlich teil der strategie sein teil des sogenannten game plans dass man sagt okay ich lasse den anderen sich erstmal auspowern und fangen dann in der dritten vierten runde an ja aber ich glaube auch eckerlin hat jetzt ein bisschen respekt vor den schwingern von nasu forwitsch also der geht nicht mehr ganz so nah ran bleibt draußen nutzt seine langen hände um zu punkten und versucht da den bomben seines gegners aus dem weg zu gehen schöner kick zum körper kickt jetzt hier auch vermehrt kann sich natürlich auch rächen denn wer kick der ist auch anfälliger zu boden gebracht zu werden nämlich wenn diese beine da abgefangen werden das war ein schöner elbung von heckerlin technisch auf jeden fall der sauberere der überlegenere ist der frankfurter hier nasu forwitsch für mich ein bisschen überraschend hier bislang noch gar keinen takedown versucht in dieser runde also noch keinen wurfansatz klassische würfe aus der distanz sind natürlich die die man aus dem freistil ringen kennt diese beinangriffe doppelbeinangriff einfache beinangriff oder auch nicht versucht da in den clinch zu gehen jetzt spielt aber hier zumindest mal das striking spiel ein bisschen mit nasu forwitsch die ersten drei minuten dieser runde auch wieder auf der seite des frankfurters aber auch nicht so deutlich dass hier nicht nasu forwitsch noch mal die runde klauen könnte hinten raus ja und er macht das hier natürlich sehr sehr clever er macht sehr sehr wenig attackiert nur akzentuiert und wiegt dadurch den gegner natürlich auch in einer gewissen sicherheit provoziert den gegner damit ein bisschen aktiver zu werden ein bisschen offener zu werden und findet damit natürlich auch lücken um dann explosionsartig da reinzustoßen so wie wir das ende der ersten runde gesehen haben das sind diese runden die insbesondere wenn man fünf runden kämpft vielleicht hinten raus das zünglein an der waage sein können denn eckerlin macht hier den kampf gerade ganz ganz klar aber er hat auch nicht die ganz klaren treffer und wenn jetzt hier nasu forwitsch in der letzten minute noch mal so richtig einen pfund reinhaut vielleicht auch eckerlin anklingelt dann kann er damit auch die runde klauen eventuell also mit einer herausragenden geschwindigkeit für mittelgewicht war das wirklich schon sehr sehr flink Und wir sagen immer die Punktrichter, auch das vielleicht nochmal eine Information. Es gibt drei Punktrichter, drei offizielle, die diesen Kampf hier werten. Die sitzen an unterschiedlichen Punkten des Käfigs außenrum. Oh, die Rechte da oben drüber hatten wieder gesessen von Naso Forvic. Ja, Deckerlin haben wir ohne Probleme weggesteckt. Takedown-Versuch von Naso Forvic, gut verteidigt hier von Deckerlin. Und da nähern wir uns dem Ende der zweiten Runde bereits. Jetzt hätten sicherlich die wenigsten erwartet, dass wir so lange in den Genuss dieses Kampfes kommen. Also sehr, sehr souveräne Runde hier von Christian Eckerlin, der diese Runde gestaltet hat, das Tempo gemacht hat. Mit der Führhand sehr, sehr schön gearbeitet hat, den Takedown vermeiden konnte von Naso Forvic. Ja, hier war dieser Ellenbogen von Eckerlin, der immer wieder mit seinen Kombinationen reinkommt und dann aber auch sofort wieder draußen ist. Und das verlangt ganz viel Disziplin, da nicht zu weit reinzugehen, nicht den Gegner zu überlaufen. Das braucht auch viel Erfahrung und das zeigt mir einmal mehr, was für ein gutes Gymer da hinter sich hat mit dem MMA Spirit, die ihn hervorragend eingestellt haben. Ja, da sehen wir den Headcoach, Nils Schlegel. Ja, hinter den Max Koga noch. Auf der rechten ist der bereits angesprochene Daniel Weichel, meine ich. Ja, das ist er im Hintergrund, Max Koga. Auch der kämpft sehr viel international, einer der besten Federgewichter der Welt. Also geballte Kampfsportkompetenz da in seiner Ecke. Naso Forvic trainiert bei Gabriel Panda, mit Gabriel Panda. Bei den Hammers hat er ein eigenes Gym, auch ein Hammers Gym. In Ahlen. In Ahlen, genau. In schönen Baden-Württemberg. Das ursprüngliche League in Nürnberg. Auch hat viele schwere Leute damit, die er trainieren kann, auch unter anderem den UFC-Kämpfer. Und jetzt die dritte Runde. Von potenziellen fünf. Da war es wohl ein bisschen zu rutschig. Wir sehen es hier. Naso Forvic lauert. Der wartet auf seinen Moment, hier Eckerlin mit einem seiner Haken treffen zu können. Ja, und ich höre hier gerade aus der Ecke von Christian Eckerlin, der hat sich tatsächlich in der ersten Runde die rechte Hand verletzt. Das ist auch der Grund, warum er da am zweiten Durchgang nicht mehr richtig zugelangt hat, sondern hauptsächlich mit der Führhand agiert hat. Ja, und auch mal den rechten Ellenbogen eingestreut hat. Das haben wir ja häufiger schon mal gesehen. Dann, wenn die rechte Hand nicht mehr funktioniert, dann nutzt man eben die Waffen, die man noch hat. Eckerlin. Absolutes Kämpferherz mit verletzter Rechter hier noch gegen so einen Brecher wie Naso Forvic anzutreten. Das ist natürlich alles andere als eine leichte Aufgabe. Dafür schlägt er sich hier aber hervorragend. Ja, er gewinnt den Kampf, also bislang definitiv. Natürlich ist dann immer die Frage, was wäre passiert, hätte er sich da nicht die Hand verletzt und so. Aber wichtig ist, er ist hier noch im Kampf und auch das gehört zum Champion sein dazu. Wenn er hier Champion werden will, dann muss man auch solche Talsohlen durchschreiten können. Ja, und das tut er ja sehr, sehr souverän, schlägt die Rechte sogar ab und an noch. Wahrscheinlich macht der Gewohnheit, wenn man die Kombinationen tausende, aber tausende Male einstudiert hat, dann spult man die irgendwann einfach auch nur noch ab im Autopiloten hier. Er hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen Output gehabt in den letzten Monaten. Er hat bei den ganzen letzten GMC-Veranstaltungen ja im Käfig gestanden. Er macht Naso Forvic schon mal ein bisschen Druck hier. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass er jetzt vor Ort hinten raus ein bisschen zu kommen. Er hat sich vielleicht auch gedacht, Mensch, der Eckerlin, der ist so verwöhnt von seinen frühen Finishes. Vielleicht kriege ich den über die Kondition hinten raus. Ja, aber Naso Forvic muss langsam was machen. Das ist die dritte Runde hier. Wenn die auch weg ist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Eckerlin hier 3 zu 0 vorn liegt. Und dann wird es sehr, sehr schwierig hier nach Punkten noch zu gewinnen. Ja, die hier sollte er auf jeden Fall nicht leichtfertig vergeben. Ja, und da hören wir aus dem Publikum gerade, du machst das mit links, Christian. Was anderes wird ihm jetzt auch erstmal nicht übrig bleiben. Ja, wenn die rechte verletzt ist. Naso Forvic hier mit sehr, sehr unorthodoxem Stil, fintiert da sehr, sehr viel. Man wechselt da auch die Auslage. Natürlich ein absolutes Taktieren hier wie so ein Schachspiel. Denn jeder kleinste Fehler kann natürlich dazu führen, dass man einen Treffer kassiert und einfach im Land der Träume landet. Diese Handschuhe hier, diese Boxhandschuhe, diese MMA-Handschuhe viel mehr. Nur 4 Unzen dick, 4 Unzen schwer. Das ist sehr, sehr wenig Polsterung. Jetzt gab es hier einen Finger ins Auge. Das kann mal passieren bei diesen offenen Handschuhen. Und nur mal zum Vergleich. Also Boxer, die arbeiten mit 12 Unzen oder 10 Unzen Handschuhen, je nachdem, welche Gewichtsklasse. Diese Handschuhe hier also nicht mal halb so schwer und dementsprechend auch nur halb so sehr gepolstert. Das heißt, was da einschlägt, das wirkt auch. Da gibt es den Shake Hands von beiden Kämpfern. Und dann dieser Augenstecher natürlich unabsichtlich. Ja, das Polster auf den Handschuhen ist auch eigentlich eher da, um die Knöchel der Kämpfer zu schützen, weniger um den Impact abzufedern. Und natürlich muss man mit denen eben auch greifen können, weil wir im MMA ja auch Dringertechniken, Aufgabegriffe ansetzen dürfen. Haben wir jetzt in dem Kampf hier noch nicht allzu viel gesehen, aber ist durchaus möglich. Und es ist durchaus möglich, dass das hier noch passiert. Die dritte Runde neigt sich zwar dem Ende. Oh, schönes Knie hier von Eckherlin, der auch mit einer Waffe weniger noch brandgefährlich bleibt. Er vermischt die Techniken aus dem Thai-Boxen, aus dem Kickboxen hier wirklich meisterlich. Weichel gibt da aus der Ecke die Instruktion, lang stechen. Damit meint er den Jab. Natürlich eine sehr, sehr gute Waffe hier für den Schnelleren. Und was sich verändert hat, ist, jetzt ist Nassu Fovic im Vorwärtsgang. Er derjenige, der Eckherlin am Cage entlang laufen lässt. Ja, und er wird auch immer mutiger, er wird immer aktiver, er schlägt immer mehr und trifft dadurch natürlich auch immer mehr. 20 Sekunden noch, bis diese Runde hier vorüber ist. Oh, hier versucht er den Take-Down, wird er nicht schaffen. Und wird er es vor allem schaffen, auch Eckherlin am Boden zu halten, denn der ist bislang immer direkt wieder hochgekommen. Zehn Sekunden noch und das macht immer noch ein bisschen Eindruck. Das bringt auch ein paar Punkte in den Augen der Kampfrichter hier. Kurz vor Schluss. Knappe Runde, die ich trotzdem bei Eckherlin sehen würde. Ich eigentlich auch. Also Nassu Fovic hatte ja zwar noch den Take-Down kurz vor Schluss, konnte aber nichts draus machen. Ganz im Gegenteil, hat er noch ein paar Ellbogen eingesteckt. Aber er ist derjenige, der jetzt in dieser Runde mehr Momentum hatte. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja, hat den Druck nach vorne gemacht. Eckherlin hat ihn zwar immer noch ganz gut abgefangen. Und hier sehen wir dieses Knie. Das sah von uns aus so aus, als hätte er es gesessen. Das ging aber tatsächlich vorbei in ein paar Zentimeter. Und genau deswegen ist es eben wichtig, dass auch die Punktrichter an unterschiedlichen Orten sitzen um den Cage. Weil jeder hat natürlich einen eigenen Blick auf den Kampf und so ergibt sich ein guter Querschnitt. Jetzt kommen wir in die sogenannten Championship Rounds, die Runden 4 und 5, die es in den Nicht-Titelkämpfen nicht gibt. Ja, also wer hier einen Titel gewinnen will, der muss also nochmal eine extra Meile gehen. Der muss hier zweimal fünf Minuten zusätzlich bestreiten, wenn es keinen vorzeitigen Sieg gibt. Rund 25 Minuten da drin. Das kommt einem vor wie eine Ewigkeit. Ja, das ist kein Pappenstil, wie man so schön sagt. Das ist sehr, sehr anstrengend. Vor allen Dingen, weil man eben mischen muss. Diese schnelle Belastung aus dem Boxen. Oh, hier kommt Nassifovic nochmal mit der linken gut durch. Ich weiß nicht, ob das Schlagwirkung war hier, aber Nassifovic auf dem Boden. Ja, Schlagwirkung oder nicht, das nimmt Ekerlini natürlich gerne an. Geht da hinterher. Ist jetzt wichtig für ihn. Sitzt da in der Half-Card. Hier kann er natürlich bequem mit Ellbogen arbeiten. Viel, viel bequemer, als er das im Stand zum Beispiel könnte. Kann seine Rechte ein bisschen schonen und trotzdem Schaden machen. Das spielt ihm hier in die Karten. Wir sehen das nachher nochmal in der Wiederholung. Ich glaube nicht, dass da Nassifovic wirklich angeklingelt war. Ich denke, dass er ausgerutscht. Ich glaube auch, das war eher ein Ausrutscher. Wenn diese Schwungmasse einmal in Bewegung gerät da von Nassifovic. Diese geballten 84 Kilo Muskeln. Dann bremst man die auch nicht so leicht. Ja, Ekerlin macht das natürlich gut hier. Bleibt da in der Half-Card sitzen. Also bleibt auf diesem einen Bein sitzen seines Gegners. Könnte versuchen, sich auf den Brustkorb zu setzen. Das wäre eine dominantere Position. Liebte dann aber Gefahr, abgeworfen zu werden. Diese Gefahr ist hier nicht so stark an der Hörs, oder? Ja, genau so ist es. Und das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so etabliert, dass man im normalen Grappling, im Bodenkampf, im brasilianischen Jiu-Jitsu oder im Luta Livre, würde man jetzt hier versuchen, an den Beinen des Gegners vorbeizukommen. Aber hier im MMA bleibt man dann da sitzen, weil man hier bessere Kontrolle hat. Da kann man besser Schläge anbringen. Und der Gegner kann einem nicht so leicht entfläuchen. Ja, und Ekerlin macht das hier auch schulbuchmäßig. Macht den Abstand sehr, sehr eng zum Gegner. Gibt Nasovovic dadurch keine Lücken, aus denen er entfläuchen könnte. Er braucht Platz, um sich hier wegzudrücken, um hier rauszukommen. Und genau diesen Platz lässt ihm Ekerlin hier nicht. Auf der anderen Seite braucht Ekerlin allerdings auch Platz, um zu schlagen. Deswegen richtet er sich hier nur kurz auf. Landet ein, zwei Treffer und geht dann wieder runter, um den Gegner zu sperren. Jetzt steht er hier aber selbst auf. Ja, interessant. Wir sehen es hier in Nasovovic. Das Auge ist zugeschwollen auf der rechten Seite. Wir sehen auch ein bisschen Blut, vielleicht ein kleiner Cut. Und das hat natürlich ein großer Vorteil. Ja, es ist auch eine Schwellung unter dem rechten Auge. Kann gut sein, dass da das Jochbein gebrochen wurde. Also beide Kämpfer hier schon gezeichnet. Von dieser Titelschlacht Ärzte hier natürlich am Käfig, die sich das Ganze gleich mal ganz genau ansehen werden. Ja, beide sind natürlich, wie alle Kämpfer hier, bestens medizinisch betreut. Es gibt Cut-Man, die nichts anderes machen in ihrem Leben, als diese Wunden zu versorgen. Ab und zu essen und schlafen ist immer noch, aber davon abgesehen. Also aus professioneller Sicht, es gibt natürlich normale Rettungskräfte vor Ort und Ärzte ohne die Ärzte darf hier gar nicht gekämpft werden. Also die Gesundheit der Kämpfer an erster Stelle immer. Oh, wieder die Führhahn. Und Eckerlin macht das jetzt schlau, attackiert natürlich immer wieder mit der Linken. Bleibt ein bisschen anders übrig, die rechte ist kaputt, aber das rechte Auge von Nasukovic zugeschwollen. Er sieht die Schläge nicht mehr so gut kommen. Er ist dementsprechend auf dieser Seite ganz besonders anfällig für Attacken. Und da würde ich, wenn ich Äckerlin wäre, vielleicht sogar mal einen Highkick hochschicken, denn die rechte Hand von Nasukovic, die hängt auch sehr, sehr tief. Das tut sie. Trotzdem ist er natürlich immer noch gefährlich. So behäbig das hier aussieht und so wenig technisch das hier wirkt, aber der ist brandgefährlich. Und wir haben es in der ersten Runde gesehen. Ein Dampfhammer. Und dann kann das Ding hier auch zu Ende sein für Eckerlin. Und jetzt macht er das schön hier. Schlägt auf der Außenbahn. Eine Linke. Ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich einen Ellenbogen getroffen hat von Eckerlin. Ja, einer dieser Treffer da am Boden. Ja, die Schwellung da am Jochbein, die ist definitiv kein gutes Zeichen. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe schon den ein oder anderen Kampf gesehen in meinem Leben. Und da ist der Highkick. Gut gemacht von Eckerlin. Die vierte Runde gleich vorüber. Muss jetzt abwarten. Das ist nicht noch ein Schlussspurt. Tipp von Nasukovic im Start. Rückt er noch mal nach vorne hier mit wilden Schwingern. Der Kämpfer aus Aalen. Letzte zehn Sekunden dieser vorletzten Runde. Wieder eine klare Runde hier für Eckerlin, der auf den Punktzetteln zumindest schon mal Champion ist. Aber eben noch mal fünf Minuten überstehen muss hier gegen Nasukovic. Ja, wir müssen sagen vermutlich, denn wir haben auch keinen Einblick auf die Punktrichterzettel und auch die Punktrichter untereinander können die Zettel des jeweils anderen Punktrichters nicht sehen. Das heißt, die können sich nicht orientieren aneinander und sagen, wie hast du das Ganze denn gesehen? Das ist wichtig. Hier sehen wir noch mal die Szenen dieser Runde. Und hier guter Treffer. Ja, da gab es noch einen Treffer vorher. Ich glaube sogar, das war dieser Treffer, der diese Schwellungserfolge hatte. Das war nämlich ein perfekt platzierter linker Haken. Da ist das Auge auch schon geschwollen. Wir sehen es hier. Ja, okay, dann nehme ich alles zurück und brauche nur das Gegenteil. Also guter linker Haken und immer wieder diese Führhand hinterhergesteckt von Eckerlin. Der hier wirklich eine... Ja, und wir haben keine Mikros hier in den Ecken. Aber ich habe gerade mal so ein bisschen Lippen gelesen bei Eckerlin. Und ich glaube, er hat gesagt, der hat keine Chance. Das sagt zumindest ganz danach aus. Also, geht hier mit breiter Brust in die letzte Runde. Hat er noch ein Lächeln über für seine zahlreichen Fans, die ja mitgereist sind aus Frankfurt. Und das ist das Spannende an diesem Sport. Ich glaube, wenn wir hier einen Strongman-Wettbewerb machen würden, dann hätte wahrscheinlich Nase Vovic die Nase vorne. Der ist nämlich wirklich unglaublich stark auch für sein Gewicht. Sehr, sehr faire Gesten hier von beiden Kämpfern, die sich da vor dieser letzten Runde nochmal umarmen, sich gegenseitig Respekt zollen für diese absolute sportliche Höchstleistung, die die hier abliefern. Was ab und an anmuten mag, wie eine plumpe Prügelei. Das ist tatsächlich ein ständiges Taktieren, ein ständiges Lesen des Gegners, ein ständiges Abwägen von Risiko und Sicherheit. Dafür das ungeübte Auge, muss man sagen. Wir tun ja alles dafür, auch den Zuschauern ein bisschen zu vermitteln, worum es hier geht. Und das hier ist mit Sicherheit alles andere als unkontrolliert. Die beiden sind hochtechnische Kämpfer. Das ist keine wilde Prügelei. Ja, trainieren zweimal am Tag. Sind sowohl technisch als auch physisch perfekt eingestellt hier. Und das ist Ekerlin wieder mit den langen Händen, die Nasupovic hier diesen gesamten Kampf lang schon Probleme bereitet haben. Er versucht es hier immer wieder von links außen. Es würde ihm natürlich sehr helfen, wenn er hier die rechte hätte. Alleine um die linke hier besser vorzubereiten. Ja, oder mal nachzusetzen, wenn er nach hinten zurückweicht. Wir können natürlich hoffen, dass die rechte Hand da nicht stärker verletzt ist. Dass er da schnell wieder genesen ist nach diesem Kampf. Aber das ist eben der Nachteil, wenn man so eine Menge Schlagkraft hat bei diesen kleinen Handschuhen. Da brechen die Hände eben auch sehr, sehr schnell. Mein erster MMA-Trainer hat immer gesagt, in der Hand ist kein Schlagwerkzeug. Und letztlich... Ja, dafür hat sich die Natur zumindest nicht unbedingt vorgesehen. Und immer wieder, wenn Nasupovic dann mal den Vorstoß wagt, dann ist da Ekerlin aber seitlich raus. Schulbuchmäßig. Und eigentlich müsste Nasupovic jetzt hier nochmal wirklich Gas geben und alles auf eine Karte setzen. Und dann braucht er hier entweder einen Knockout, einen technischen Knockout oder einen Submission, einen Aufgabesieg. Aber dazu müsste ja Ekerlin erst mal zu Boden bekommen. Eine halbe Runde hat er noch Zeit. Noch 2,30. Bewegung, jawoll. Nasupovic weit ein mit dem Siegeswillen. Aber wo setzt man da an? Versucht das immer als Puzzle zu beschreiben, als Aufgabe, die es zu lösen gilt. Also hier... Einmal... Eine kleine Hilfestellung vom Referee. Ja, und Christian Ekerlin, der hat sich gerade nochmal zu uns runtergebeugt. Er hat gesagt, ich habe mir die scheiß Hand gebrochen. Also wir haben da richtig vermutet. Ja, du hast wahrscheinlich zitiert. Ich habe tatsächlich zitiert. Ich selbst würde solche Worte natürlich nie in den Mund nehmen. So, hier nochmal. Fähre Geste. Ja, dieser T-Tritter fühlt sich unabsichtlich. Das kann mal passieren. Gerade bei den Low-Kicks, wenn sich der Gegner da bewegt, dann sind da oftmals die Kronjuwäle im Weg. Natürlich tragen die Kämpfer Schutzkleidung. Einmal ein Suspensorium, also diesen Tiefschutz und einmal einen Zahnschutz. Ja, aber jeder zu Hause kann ja mal aus Spaß nicht den Plastikbecher vors Gemächt halten und dann mal davor treten lassen. Das ist der Grund, warum ich MMA so liebe. Hier kann alles passieren. Eckerlin macht das gut, sperrt Nassupovic hier. Hält ihn eng, verhindert dadurch. Harkeschläge. Nassupovic versucht hier, die Hand von Eckerlin unter den Körper von Eckerlin zu sichern, um dann zu passieren, das ist eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit, um an den Beinen vorbeizukommen und auch zu verhindern, dass hier Eckerlin mit seiner Rechten die Schläge blockt. Eine Minute Zeit, viel zu wenig eigentlich zu arbeiten. Also Nassupovic muss hier aufs Gaspedal drücken, müsste sich aufrichten, um hier Schaden machen zu können. Versucht jetzt hier am Bein von Eckerlin vorbeizukommen und der hält hier fest, er probiert, das zum Körper zu treten. Und Eckerlin ist zurück auf den Beinen, steht immer noch ein bisschen wackelig. Eine halbe Minute kämpfen diese beiden hier noch. Das ist eine lange Zeit, wenn man angeschlagen ist. Und Nassupovic muss jetzt nach vorne gehen. Er muss jetzt wenigstens versuchen, den Sack zuzumachen. Denn das ist seine einzige Chance hier. Ja, er muss jetzt alles in die Waagschale werfen. Hier Eckerlin angeschlagen in dieser Stoßphase. Aber Eckerlin holt den Take-off. Gut gemacht. Ja, er macht das. 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 Weil da weiß er aus der Top-Position, kann er nicht K.O. gehen. Rassupovic wird ihn jetzt hier nicht mehr, mitten vom Rücken aus, probiert es zwar. Mit dem Arm, der Amba, ist der Amba. Oh! Das wäre eine absolute Sensation. Amba, der Referee. Und in letzter Sekunde wird er hier gerettet vom Kampende. Das sah unglaublich eng aus, dieser Armstreckhebel. Ja, wahnsinnig eng. Unglaublich. Also, was für ein Kämpferherz von beiden Kontrahenten. Christian Eckerlin kämpft hier nach der ersten Runde mit einer gebrochenen Hand. Hat hier nochmal diesen Schlusssturm von Nassu Vovic überstanden. Der seinerseits hat da wahrscheinlich irgendwo Schaden abbekommen. Wir sehen es an der Schwellung, die es auch behandelt wird. Hier sehen wir nochmal diese Szenen, dieses Aufbäumen von Nassu Vovic am Ende. Die rechte hat da gesessen und dann nochmal so ein rechter Ellbogen oben drüber. Hat es aber nicht geschafft, den Sack zu machen zu können. Und dann gab es am Ende auch noch diesen Armbar. Hier sehen wir es. Der Winkel nicht perfekt. Aber dieser Armstreckhebel wäre da ein bisschen länger noch die Zeit gelaufen. Dann hätte es das durchaus gewesen sein können. Eckerlin hält hier noch gegen. Und der Gong rettet ihn quasi. Na, das nenne ich mal Action hier. Dieser Nassu Vovic, den darf man einfach zu keiner Zeit abschreiben. Der ist immer gefährlich. Auch hinten raus. Was für eine Leistung von beiden. Nochmal. Wir haben keinen Einblick auf die Punktrichterzettel. Auf meinem inoffiziellen Punktrichterzettel, der vollkommen irrelevant ist. Christian Herrkelin, der Frankfurter, hier als Sieger. Aber das letzte Wort haben die Punktrichter. Und was Sie entschieden haben, das hören wir uns jetzt an. Meine Damen und Herren, was für ein Fight. Ihr Applaus für beide Kämpfer. That's MMA. Wir kommen zum offiziellen Urteil. Einstimmiger Punktsieger. Winner bei unanimous decision. Und jetzt ist es, der neue Middelweights Champion der DMC, Christian Herrkelin. Der Kämpfer in der blauen Ecke Er repräsentiert das Team MMA Spirit Seine Bilanz 8 Siege, nur eine Niederlage Er war siegreich bei GMC 18 Hier ist Alexander Velko Sein Gegenüber aus dem Siberian Tiger Team Eines der bekanntesten Gesichter im GMC Cage Seine Bilanz 8 Siege, 2 Niederlagen Hier ist aus Böblingen, Baden-Württemberg Anatoly, der Siberian Tiger, Ball! Main fight, 3 Rounds 5 Minuten, you both know the rules, listen to my command, protect yourself all times, make it a good match, shake hands if you want, step back to your corner Also wir haben es gehört von Referee Marco Brösen Einen der erfahrensten Ringrichter im Geschäft Es ist der Hauptkampf angesetzt auf 3 mal 5 Minuten Nur Titelkämpfe über 5 mal 5 Minuten Aber 3 mal 5 Minuten, das ist auch wirklich ordentlich Das ist eine lange Distanz Wenn wir die überhaupt sehen werden Der Kampf hat auf jeden Fall das Potenzial dazu vorzeitig zu enden Ja auf jeden Fall, wir sehen Alexander Velko in den weißen Shorts, in den schwarzen Shorts Anatoly Ball, massiver Größenunterschied, den haben wir schon angesprochen Andreas Aber Anatoly Ball, der kennt das Der hat das schon ein paar mal gehabt, dass die Gegner ihn um den halben Kopf überragen Und er hat die boxerische Finesse, um sich an den langen Händen des Gegners vorbeizuarbeiten Auf der anderen Seite haben wir mit Vertko einen ebenso versierten Standkämpfer Mit jeder Menge Dampf in den Fäusten Und auch wenn das hier nicht das Schwer oder das Halbschwergewicht ist Wo diese Jungs hinlangen mit diesen kleinen Handschuhen Da wächst trotzdem kein Gras mehr Und da kann jeder Treffer einer zu viel sein Das ist genau richtig, lieber Marc Bergmann Und insbesondere die Schläge, die man nicht kommen sieht Das sind die Schläge, die einen meistens ausknocken Oh, oder die Kniestöße, die man nicht kommen sieht Und er geht mal an zu Boden Kann er sich hier nochmal sammeln Marco Brösen lässt Kämpfe gern etwas länger laufen Gerade bei den erfahrenen Profis Gibt ihnen die Chance, sich nochmal zurückzukämpfen Und Ball tut das hier Kommt nochmal hoch Der Ball verbessert seine Position, kommt wieder nach oben Muss aber da wieder ein Knie einstecken Ist sichtlich angeschlagen Er ist da noch auf wackeligen Beinen Aber das ist der Instinkt, der ihn da Weitermachen lässt Solange sich die Kämpfer intelligent verteidigen Die Position verbessern Wird der Kampf laufen gelassen Sollte der Kämpfer sich nicht mehr intelligent verteidigen Ist der Referee da, um einzuschreiten Harte Treffer jetzt wieder von Wertko Wir sehen da Blut bei Anatoly Ball Da scheint eine kleine Platzwunde zu sein Am Hinterkopf oder an der Seite des Schädels Das sieht schlimmer aus, als es ist, liebe Zuschauer Herr Ball versucht jetzt hier durch den Clinch Ein bisschen Zeit zu gewinnen, um sich zu erholen Aber Wertko lässt ihm diese Zeit nicht Wieder ein Knie Und eine gute Schlagsalbe hinterher Noch ein Knie hinterher Also Wertko verschwendet hier keine Zeit Nichts mit Abtastphase Marschiert hier nach vorn Nutzt seine Größe Feuert das Knie rein beim Gegner Und Ball muss jetzt unbedingt aus dieser Position hier weg Ja, wobei ich anstelle von Wertko Jetzt hier im Standkampf geblieben wäre Er ist definitiv derjenige, der hier gerade den Standkampf dominiert Und jetzt nimmt er hier selber so ein bisschen das Tempo raus Und gibt Ball eventuell die Möglichkeit, ihn hier zu blockieren Dadurch ein bisschen wieder zur Besinnung zu kommen Und ein bisschen Luft zu schnappen Ja, auf der anderen Seite muss man sagen Wertko, guter Allrounder Der weiß auch genau, was er macht am Boden Hat zwei Siege durch Aufgabe eingefahren Die Guard, also diese Beinumklammerung von Anatoly Ball weit offen Also Wertko könnte ohne Probleme auch versuchen aufzustehen Jetzt hat er sie wieder geschlossen Diese Umklammerung, eine Kontrollposition Die dazu dient, den Gegner entweder heranzuziehen oder wegzustoßen Und Referee Marco Bröers unterbricht diesen Kampf hier ganz kurz rum Ich vermute mal, die Platzwunde abzuchecken oder abchecken zu lassen Vielmehr vom Ärzteteam, das hier natürlich jederzeit zugegen ist Die Sicherheit der Kämpfer, die hat oberste Priorität hier bei Dixi Ich sehe ganz so aus, als wäre das eine Platzwunde auf der Rückseite des Kopfes Das ist eigentlich keine erlaubte Trefferfläche Ich habe aber allerdings keinen Schlag oder kein Knie wahrgenommen, das dort getroffen hat Normalerweise, und das ist die gute Nachricht, ist da nicht allzu viel Gefahr aus medizinischer Sicht Weil da nicht so viele Nervenstränge entlanglaufen, anders als jetzt zum Beispiel um das Auge herum Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt irgendwie medizinisch bedenklich ist Aber wir haben natürlich immer medizinisches Fachpersonal um den Cage herum Es gibt Ärzte, es gibt Sanitäter, es gibt Cut-Man, die genau darauf spezialisiert sind, sich um solche Wunden zu kümmern Die, wie bereits gesagt, auch immer schlimmer aussehen als sie sind Da vermischt sich das Blut mit dem Wasser, mit dem Schweiß Das sieht dann immer ein bisschen mehr aus, als es ist Und wir sehen das hier einmal abgeputzt, sieht der junge Mann wieder aus wie neu Nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, wo diese Platzwunde herkam Denn du sagst es, zum Hinterkopf darf nicht attackiert werden Und irgendwie muss die Platzwunde ja entstanden sein Werden wir sicherlich in der Zeitlupe nochmal sehen Es wird jetzt dort weitergemacht, wo unterbrochen wurde Also in der exakt selben Position Werdko also wieder in der Guard, in der Beinumklammerung von Anatoly Ball Der sich jetzt zu einem Armhebel eingedreht hat Aber wieder harte Treffer nimmt von oben Er muss harte Treffer nehmen und muss es einfach verhindern, dass sich hier Werdko aufrichtet Wir sehen Anatoly nicht allzu oft auf dem Rücken Er muss zeigen, dass hier hier eben alles andere ist als nur ein Standkämpfer Er muss zeigen, dass die Schule bei Peter Sobotta in Balingen, die Planet Eater Schule, dass die gegriffen hat Peter Sobotta, UFC-Kämpfer, einer der ersten aus Deutschland Absoluter Pionier und absolutes Bodenkampf Ball versucht es hier, bleibt nie auf derselben Stelle Dreht seine Hüfte immer wieder ein Versucht den Arm jetzt hier zu attackieren Nochmal zur Erinnerung Nur weil man hier auf dem Rücken liegt, ist man noch lange nicht wehrlos Ball hat unzählige Möglichkeiten Insbesondere jetzt, wo Werdko noch in seiner Guard ist Also zwischen seinen Beinen einen Aufgabegriff anzusetzen und sich zu verteidigen Wir haben heute im Vorprogramm sogar schon jemanden gesehen, der vom Rücken aus den Kampf beendet hat Nämlich mit einem Würgegriff Das Ganze kann man sich natürlich im Relive nochmal anschauen Und hier sehen wir Ellenbogenschläge von Ball Also sein Kampfeswille ist mit Sicherheit noch nicht gebrochen Hier, Werdko hat ihn da so ein bisschen von der Angel gelassen Er hatte ihn doch schon stark angeschlagen zu Beginn der Runde Und hat dann selber den Bodenkampf gewählt Natürlich wird er hier damit die Runde nach Hause geschaukelt haben Ja, aber wäre er im Stand geblieben, hätte er den Satz vielleicht lieber schon zumachen können Ich gebe dir da vollkommen recht, lieber Andreas Kanditakis Beide jetzt zurück im Stand Jetzt kann Ball nochmal seine Stärken aufspielen Seinen Dampfhammer auspacken Denn auch der hat jede Menge Power in den Fäusten 5 K.O. Siege stehen zu Buche Jetzt wird hier nochmal unterbrochen Ja, da gab es einen Tieftritt Unabsichtlich natürlich, klar Aber eigentlich ist das hier ein Vorteil Für Anatoly Ball Der noch ein bisschen mehr durchschnaufen kann Wir wissen nicht, wie angeschlagen er war Aber es sah auf jeden Fall von außen so aus Als wären das schon ganz klare Wirkungstreffer gewesen Als wäre er da kurz vorm Finish gewesen Und Wertko hat hier vielleicht eine Chance verpasst Je nachdem wie dieses Duell weitergeht Er öffnet jetzt sofort wieder mit dem Knie Also da scheinen sie dran gearbeitet zu haben Im Training-Takedown-Versuch von Ball Abgewehrt von Wertko Beide zurück im Stand Und er furcht nochmal von Wertko Das Ausrufezeichen nochmal Am Ende dieses ersten Durchkreis Also es braucht jetzt lieber Andreas Jede Menge mentale Stärke von Anatoly Ball Der natürlich weiß, dass er diese Runde abgegeben hat Der eine Besatzrunde hat Der blutet Der weiß, dass er angenockt war Der jetzt nochmal ganz tief graben muss Um da nochmal rauszukommen Hier dieser Treffer Da haben wir dieses schöne Knie gesehen Und dann die zwei Haken hinterher Und ich sag jetzt mal 99% aller Menschen werden da K.O. gegangen Also hier ein eingesprungenes Knie Zwei Kracher hinterher Und ich glaube es war diese linke Haken Der da Ball am Hinterkopf gibt Ja diese Hammerpaust hier Das sind die Hammerpaust-Schläge Diese Treffer mit der Hand unter Seite Und da scheint einer mal an der Seite des Kopfes gelandet zu sein Und diese Platzrunde verursacht zu haben Gut, also natürlich auch so Die Schläge müssen so platziert werden Dass sie nicht den Hinterkopf treffen Ja hier noch ein kleiner Hinweis Für alle Football-Fans oder Sportfans Generell die Saison Die NFL-Saison hat ja endlich wieder angefangen Und morgen um 18 Uhr Gibt es die erste Sonntagsübertragung wieder Auf ProSiebenMax Es geht los um 18.45 Uhr Mit dem Spiel Rams gegen Panthers Ein absoluter Kracher Und dann 22.25 Uhr Die New York Giants sind zu Gast Bei den Dallas Cowboys So jetzt sind wir hier aber noch bei Kampfsport Auch hier darf ja getackelt werden Auch hier geht es hart zur Sache Und noch maximal zwei Runden haben wir vor uns Die Cutman haben ganze Arbeit geleistet Die Platzwunde von Anatoly Bahl ist versorgt Und der muss jetzt nochmal auf Reset drücken Der muss jetzt nochmal bei Null anfangen Darf sich jetzt von dieser ersten Runde Nicht aus dem Rhythmus bringen lassen Denn er hat durchaus noch das Potenzial Diesen Kampf zu finden Nimmt aber da schon wieder so einen Kick Der zum Knie abgewandelt wurde von Wertko Der vom Timing her einfach viel viel besser aussieht Beschwert sich hier Dass die Kampffläche zu rutschig ist Ja das kann passieren durch den Schweiß Durch das Blut Dass da das ein bisschen rutschig wird Wilde Schwinger von Anatoly Bahl Der da euch natürlich offen ist Und anfällig für diese Kniestöße Nochmal das Knie Da muss ein Mittel gegen finden Ich bin mir sicher, dass da die Frankfurter Im MMA Spirit ganz genau hingeguckt haben Und sich den Stil von Bahl angesehen haben Der dazu tendiert Immer so ein ganz bisschen mit dem Kopf nach unten zu gehen Und da haben sie einfach diese Knie hier eingeschliffen Und es hat ja zumindest mal Wie die erste Runde gezeigt hat auch funktioniert Immer wieder macht hier Wertko dieses Knie Um Bahl abzufangen Ja du hast es eingangs gesagt lieber Andreas Stile bestimmen den Ablauf von Kämpfen Und es ist hier eben der Stil von Anatoly Bahl Ja ihn anfällig macht für dieses Knie Nämlich diese weiten Schwinger von außen Dadurch ist die Innenbahn offen Dazu noch der größere Wertko Der seine langen Gliedmaßen da nutzt Um das Knie zum Kopf durchzustrecken Und da jetzt schon zwei oder dreimal getroffen hat In diesem Kampf Also der Kickbox bzw. der Striking Coach Mohamed Uali aus Frankfurt Hat hier ganze Arbeit geleistet Und das auch nochmal ein Beweis dafür Dass das hier keine wilde Prügelei ist Das hier ist ein technischer Kampf Das ist ein Sport In dem es so sehr auf Technik ankommt Wie ja in keinem zweiten Da bin ich mir sicher Die Athleten müssen nämlich alles das können Was zum Beispiel ein guter Ringer auch kann Oder eben ein guter Boxer Oh gute Kombination hier von Wertko Und wieder trifft das Knie Wirft den Kopf von Bahl zurück Und Bahl hat seine gesamte Karriere Lang von seinen hervorragenden Nehmerfähigkeiten Auch gelebt Die stellt er auch hier wieder unter Beweis Aber wie viele von diesen Knien Kann er noch wegstecken? Das zeugt natürlich auch Von seiner hervorragenden Kondition Denn auch da wäre man nur halbfit Wäre man vielleicht schon früher umgefallen Bahl ist jetzt hier auf dem Rücken Ist wieder in der Unterlage Hat noch eine halbe Runde Zeit Und täte gut daran Hier einmal zu explodieren Vielleicht die Füße in die Hüfte zu nehmen Oder zumindest mal zu versuchen Einen Arm zu isolieren Um Wertko zu beschäftigen Darf sie nicht zulassen Dass Wertko diese Position etabliert Hier versucht er Platz zu schaffen Macht genau das Greift nochmal um den Kopf Aber Wertko wird sich da nicht drauf einlassen Jetzt schafft er es hier den Kampf zu drehen Landet in der Mount Das ist groß Richtet sich auf Kann er den Kampf hier beenden Das wäre seine Chance Das Bruder rumzureizen Ground and Pound Schläge aus der Oberlage Aber das ist das intelligente Verteidigen Das du angesprochen hast Andreas Alexander Wertko löst sich da selbst Aus dieser misslichen Situation Aber hat jetzt Bahl immer noch auf sich Die Gefahr noch lang nicht gebannt Das war das beste Beweisstück dafür Dass eben die am Boden liegenden Kämpfer Doch nicht wehrlos sind Weil wir das eben tagtäglich trainieren Hier sehen wir es wieder Wertko sofort herausgedreht Bahl mit der Attacke Mit der Guillotine Ein Würgegriff Versuch Saß aber nicht besonders eng Hat er gleich losgelassen Wollte da keine weitere Kraft verschwenden Jetzt sind beide wieder im Stand Bahl braucht den Takedown Oh, gute Treffer vom Bahl Kein Blumentopf gewinnen Marschiert jetzt hier nach vorn mit langen Händen Bahls Sicht eingeschränkt Wischt sich da Nochmal kurz durchs Gesicht Muss ein Highkick hinnehmen Geht sofort zum Takedown Also die beiden gönnen sich hier Keine Sekunde Pause Takedown von Bahl Unglaublich, was der noch für Körner hat Was für ein Kämpferherz Hat dieser sibirische Tiger Ist aufgewachsen in einem Dorf in Sibirien Sagt, ich musste damals Fast jeden Tag kämpfen Wurde gehänselt Aufgrund der deutschen Vorfahren Dann kam er nach Deutschland Als Russe Auch dort hat das nicht einfach gehabt Auch hier muss er wieder kämpfen Und dieses Kämpferherz Das hat er sich bewahrt Bis hin in seine Profikarrie Sehr umsichtig gemacht Von Wertko hier Wartet bis Bahl Übersteigt in die Mount Und dann sofort explodiert Zum Sweep Jetzt Bahl wieder Auf dem Boden Wir sehen hier Auf der einen Seite Ein taktisch sehr hochklassiges Duell Aber auch ein Duell Der Willenskräfte Die beiden Jungs hier teilen aus Und stecken ein Und hier bei GMC gibt es ja auch Auszeichnungen Mit ein bisschen Bonusgeld Für den besten K.O. Und den besten Kampf des Abends Und ich glaube Wir haben einen Kandidaten Für den Kampf des Abends Hier heute vor uns Denn hier geht es wirklich hin und her Die beiden schenken sich Absolut nicht Oh, er dreht sich ein Zum Nibar hier Kniehebelversuch Ein Aufgabegriff von Anatoly Bahl Wenn er das Bein von Wertko Hier überstreckt bekommt Dann kann das zum Sieg für ihn führen Technisch unglaublich gut gemacht Hier ein bisschen zu spät In der Runde in die Position gekommen Aber das zeigt eben Dass Anatoly Bahl in jeder Distanz gefährlich ist Und was war das für eine Runde? Unglaublich Also nachdem er zu Beginn Wieder einen Artetreffer kassiert hat Anatoly Bahl Hat er gegen Ende hin Das Geschehen bestimmt Ja, hier sind diese harten Treffer Die du ansprichst Lieber Marc Bergmann Vom Anfang Da gab es den Takedown Versuch Bahl mit guter Balance Hier Bahl in der Oberlage gelandet Hatte da mal kurzzeitig die Mountposition Konnte ein, zwei Schläge sichern Aber Wertko Hat sich intelligent verteidigt Ist da wieder rausgekommen Dann im Stand hat Bahl selber Noch mal ein paar gute Schläge angebracht Den Mann kann man nicht aus dem Kampf nehmen Der ist so lange im Kampf Und so lange gefährlich Wie, ja Bis nicht die letzte Ringglocke ertönt ist Hier nochmal der Takedown Also ich würde fast diese Runde an Bahl geben Die erste Runde an Wertko Und damit hätten wir hier eine Patsituation Und die dritte Runde entscheidet über den Sieger Ja und gute Nachrichten für alle ProSiebenMax Zuschauer Denn Fußball ist zurück auf ProSiebenMax am Dienstagabend Und dem 10.09. um 19.45 Gibt es die EM-Qualifikation unserer deutschen U21 mit Wales gegen Deutschland Also Rosi Max das Zuhause für ganz großen Sport Egal ob Football, Fußball oder eben Kampfsport Und wir freuen uns auf diese dritte und letzte Runde Die, wie du es gerade richtig gesagt hast Andreas durchaus entscheiden kann Wer diesen Kampf hier gewinnt Und Anatoly Ball, was ist das für ein Kämpfer Der hat wirklich die richtige Mischung aus Nehmerfähigkeiten Kämpferherz und offensiven Talent Offensiven Fähigkeiten Und der tänzelt hier noch rum als wäre es die erste Runde Was ich besonders schön finde Und was für mich auch den MMA Sport ausmacht Ist eben diese Geste am Anfang der dritten Runde Die haben sich hier 10 Minuten lang wirklich alles eingeschenkt Was man so austeilen kann Und trotzdem liegen die sich am Anfang der Runde in den Armen Und ich prognostiziere jetzt Egal wie es weitergeht Am Ende liegen die sich auch in den Armen Ja, das ist fairer Sportsgeist Das ist dieses respektvolle Miteinander unter Kampfsportlern Aber so sehr, wie wir auch Anatoly Ball jetzt hier nochmal gelobt haben Gegen Ende der letzten Runde Und zu Beginn dieser, wir dürfen nicht vergessen Alexander Wertgut, der steht da auch noch drin Der ist immer noch gefährlich Und der marschiert hier nach vorn Der versucht Ball zurückzudrücken Ist jetzt hier aber in der Guillotine drin In dem Bögegriff Ball verteidigt gut Hat hier gut ausgesprawlt Den Double-Lack-Versuch von Anatoly Wie tief ist er da drin? Na, wollte nicht zu viel Energie verschwenden hier Ball im Moment im Rückwärtsgang Aber das Ende ist sicher sekündlich Geht jetzt nach vorne Also hier ist wirklich noch alles möglich Alles offen Das hätte man nicht gedacht am Anfang Jetzt war da ein schlecht getimeter Takedown Also dieser doppelte Beinangriff Der Zeitpunkt nicht clever gewählt von Ball Deswegen spielend leicht verteidigt von Wertgut Der jetzt hier wieder in der Oberlage ist Wieder in der offenen Guard-Position Sah für mich auch ein bisschen danach aus Als wäre da Ball Irgendwie auf dem halben Weg Ein bisschen ausgerutscht Vielleicht die Kampffläche auch schon Durch den Schweiß Ein bisschen feucht Wir sehen es da auch glänzend am Boden Das kann natürlich auch ein Faktor sein Jetzt Ball hier in der Guard Hat er nochmal die Kraft Um sich hier rauszuarbeiten Das ist natürlich alles Technik Aber auch diese Technik einzusetzen Kostet Energie Anatoly Ball arbeitet hier an dem Arm von Wertgut Versucht ihn zu isolieren Versucht hier vielleicht einen Kimura-Griff anzusetzen Mit dem man den Gegner gut kontrollieren könnte Verhindert es hier, dass der Gegner übersteigt Aber gibt ihm den Rücken her Er muss aufpassen, dass Wertgut da nicht auf seinen Rücken klettert Macht das großartig Landet jetzt in der Side-Control und ist wieder oben Hier geht es vor uns zurück Was ist das für ein Kampf? Er hatte ein bisschen Glück Dass beide Kämpfer jetzt schon ein bisschen rutschig sind Konnte Wertgut da quasi abschütteln Ist jetzt hier in der Side-Control Aber beide stehen wieder auf Und wir sind zurück im Stand Nochmal ein Knie Und Ball blockt mit dem Kinn Daumelt rückwärts Also unglaublich, was hier passiert Oh, der kommt nochmal wieder Der bleibt gefährlich, der Sipirische Tiger Da dreht er sich nochmal Also Wertgut hat hier Nehmerfähigkeiten ohne Hände Also was ist das für ein Fight? Ball hat uns verraten im Schlagwort Podcast Dass er sich nur wirklich lebendig fühlt im Kampf Und ich glaube, man sieht es ihm hier auch an Er blüht hier richtig auf In Situationen, in denen andere Leute nach ihrer Mama rufen würden Ja, man hat das Gefühl Je schwieriger die Situation ist Umso stärker wird dieser Anatoly Ball Und auf der anderen Seite haben wir mit Alexander Wertko Einen hervorragenden Kämpfer, der richtig stark angefangen hat Aber so langsam ein bisschen abzubauen scheint Auch das natürlich psychologisch Und wieder der Ausrutsch Schwierig Schwierig Barth versucht den Single-Lag-Takedown Egal, was hier passiert Egal, wer hier als Sieger aus dem Kampf geht Beide Kämpfer haben alles gelassen Und wir als Zuschauer sind defensiv schon Sieger Wir haben wirklich alles gezeigt, was ein guter MMA-Kampf hergeben kann Es gibt gute Standkämpfe, Schlagabtäusche Es gibt Takedowns Es gibt verteidigte Takedowns Es gibt Bodenkampf Also wirklich alles mit dabei Ja, der Kampf hier vereint auf jeden Fall alles, was ein guter MMA-Kampf haben muss Wir sind jetzt hier in der letzten Minute Und beide Kämpfer brauchen eigentlich noch einen richtigen Akzent Um die Punktrichter auf ihre Seite zu ziehen Das könnte ja immer noch in beide Richtungen ausgehen Jetzt haben wir hier den Takedown von Wertko Der steigt in die Maut Ist das dieser Akzent, von dem ich gesprochen habe? 40 Sekunden Dann schafft es vielleicht Wertko sogar noch den Kampf zu beenden Also hier, letzten 30 Sekunden auf der Uhr Und beide Athleten natürlich schon komplett ausgepowert Wer will es mehr? Wer kann hier nochmal ein Ausrufezeichen setzen? Schafft es Ball nochmal da unten raus? Oder richtet sich hier Wertko nochmal auf? Versucht nochmal ein paar Schläge zu landen Es ist unglaublich schwer, sich da raus zu befreien Jetzt gibt Ball hier den Rücken ab Dreht sich weg von den Schlägen Hat dafür Wertko jetzt auf dem Rücken Und damit endet dieser Kampf Und ich glaube, das war das Zünglein an der Waage Zugunsten des Kämpfers aus dem MMA Spirit Zugunsten von Alexander Wertko Was für ein Fight! Wir haben wieder Anatoly Ball gesehen Und wieder in einem Kampf, wo ich mir eigentlich wünsche, dass es keinen Sieger gibt Denn beide haben einfach alles gezeigt, alles im Cage gelassen Wir sehen hier eine wunderschöne Szene Beide knien voreinander, vollen sich gegenseitig Respekt Das ist der Budo Spirit, der Kampfsportgeist Beide umarmen sich hier, liegen sich in den Armen Und hier nochmal die Highlights Dieses an Highlights, der nicht unbedingt armen Kampf ist Ja, der ganze Kampf war ein Highlight Da notieren sich die Punktrichter die Punkte Und das bleibt natürlich in Erinnerung Wir sind gespannt auf das offizielle Urteil Eigentlich müsste es zwei Gewinner geben hier Wir sehen, Anatoly Ball ist natürlich jetzt geschafft Das hat er sich aber auch verdient, hier nochmal tief durchzuatmen Sein Gegner, Alexander Wertko, hat ihm alles abverlangt Er seinem Gegner aber auch, hat eine sehr intensive Anfangsphase überstanden Wertko hat es nicht geschafft, Anatoly Ball frühzeitig zu besiegen Obwohl das mehrere Leute vorher prognostiziert hatten Also mehr als nur ein Kampf auf Augenhöhe Einmal mehr, für mich nicht nur Kampf des Abends Sondern einmal mehr auch ein Kandidat für den Kampf des Jahres hier Und einmal mehr haben wir diesen Mann darin verwickelt gesehen Also egal was hier passiert Für mich gibt es am heutigen Abend keine Verlierer im Hauptkampf Und wir haben es gesehen Egal wie intensiv es war Am Ende haben die beiden sich in den Armen gelegen Aber trotzdem werden wir jetzt mal durch die Punktrichterzettel gehen Und ich bin gespannt Meine Damen und Herren, bevor wir zum offiziellen Urteil kommen Ihr Applaus für beide Kämpfer MMA as its best Und hier das offizielle Urteil des Kampfgerichts Einstimmiger Punktsieger Winner bei Unanimous Decision Aus Frankfurt Alexander Wertko Alexander Wertko Ja, wirklich mit einem kleinen Vorsprung Aber doch mit dem verdienten Sieg Und er wird jetzt gleich hier noch mit meinem Kollegen Marc Bergmann am Mikrofon zu sehen sein Und zu hören sein Wir haben einen fantastischen Kampf gesehen Wir haben unglaublich faire Sportsmänner gesehen In der blauen Ecke der MMA-Kämpfer von dem CR des Sevignan-Team Sein Kofi-Lekord 2 Siege 0 Niederlande Begrüßt uns aus Frankreich Serge Dallin Das Herz war auch einige Fans hier Als deutscher Meister im Urteil und in der Märkkämpfer Aus Kürnens Jungs 2 Siege 0 Niederlagen Meine Damen und Herren, hier ist Orman, der Mundoser Asal Haare Die Spitznamen hat er sich zurecht erarbeitet In der ganzen Handvoll sehr schnellen Finishes Sein letzter Kampf in gerade mal 14 Sekunden Sein erster dauerte nur 19 Sekunden Sein erster nur 19, sein letzter 14 Man muss schon sagen, der zweite Kampfstede hatte ging ewig mit 4 Minuten Also der Bulldozer Der Bulldozer finisht gern schnell Wolf Menninger im Cage, erfahrene Referee Der geht schon wieder los Und er hat die Kämpfe gerafft Und Serge probiert sich gleich am Takedown Weiß, was ihn hier erwartet will Von Standkampf Er hat ja auch eine Hata Genommen Kommt mit der rechten Das sind bei den Clinch, aber Hassertabel davon nichts wissen Oh, wird hier zu Boden gebracht Versucht sich aber sofort den Rücken zu sichern Landet auf dem Rücken Serge Strambelt sich zurück nach oben Dali macht das hier nicht schlecht Er vermeidet den Schlagabtausch größtenteils Er probiert unter den Brawl durchzugehen Und direkt an seine Beine zu kommen Da muss Ottman ein bisschen vorsichtiger sein Damit er nicht direkt in den Takedown rennt Oh, ein harter Kick zum Körper Ottman hat seine Hände schon tiefer Der hat das schon verstanden Muss aber auch zu den Beinen will Muss aber aufpassen, dass er dafür da nicht oben eine Ganz genau, ganz genau Das ist die Gefahr, die es mit sich bringt Sehr schöner Kick Der knallt auch ordentlich rein Beide bringen hier jetzt ein bisschen mehr Ruhe rein Nach diesem wilden Beginn Das ist oftmals erstmal dieser mentale Aspekt Wenn jemand so auf dich zurennt, wie du damit umgehst Ob du gleich brichst oder ob du dagegen hältst Oh, beide treffen hier hart Und sehr schön gemacht Von der Saitar, der hier den Takedown abwendet Und Ottman, da muss er auf seinen Arm aufpassen Das sah schon fast wie ein Armbar-Ansatz aus Dali versucht jetzt hier zum Bein zu gehen Das sieht aber nicht gefährlich aus Da wird er rauskommen Tut es auch Begibt sich in den Clinch, verstehe ich nicht ganz Sollte hier vielleicht Ottman hat er sich lösen Aber ich denke, Ottman braucht sich auch in keiner Distanz zu verstecken Safer wäre es natürlich gewesen Oh, und da immer wieder diese Brauts in der mittleren Distanz Da muss Dali etwas vorsichtiger sein Das ist genau Ottman sein Ding Aber man sieht, Dali hat Respekt vor den Händen Hat einige Treffer jetzt schon einstecken müssen Ja, da ist auch richtig Wumms dahinter für 77 Kilogramm Ich denke, es war gar kein Problem, dass Ottman auch bis 84 kämpft Wenn nicht sogar noch höher Ja, die Knockout-Power dafür hat er jedenfalls Verfolgt Dali jetzt hier durch den Cage Dali deutlich zurückhaltender, nachdem er ein, zwei Hände genommen hat Ja, Ottman hat sich die Mitte vom Cage gesichert Und probiert ihn an Cage zu drängen Dali macht das ganz gut Der circelt sich immer wieder raus Lässt sich nicht stellen Ah, da die rechte Overhead die Sitz und direkt in den Clinch Ich glaube, die hat er sogar nur genutzt, um überhaupt in den Clinch zu kommen Such dir den Takedown Und das sieht aus dem Trip Oh, landet aber selbst unten Das kann natürlich gefährlich ausgehen Dali sollte hier aufhören zu schlagen und lieber die Position sichern Tut es jetzt auch Und Ottman hat den Underhook Jetzt muss er aber allerdings auf die rechte Seite kommen Sonst bringt ihn der Underhook nichts Nicht hauen Diese Position ist nicht zum Hauen für den unteren da Ja, sehr gut Er kommt auf die Seite und schafft Sehr gut gemacht und löst sich mit einem linken Haken Sehr, sehr schön Und läuft aber in den nächsten Tag Und das war ein bisschen unüberlegt Kann aber gut verteidigen Und Dali macht das sehr schön Und der steht direkt wieder auf Also man merkt, dass Jupp nicht nur an seinen Händen gearbeitet hat Sondern eben auch ordentlich gezeigt hat, wie man wieder aufsteht Ja, definitiv Die Tag und Verteidigung bei der Aseitabbrüder ist sehr, sehr gut Und da kommt Hart, der Ende Und die Aus der Top Position Jetzt wird er sich ein Ja, er sichert den Und der Rear Naked Choke sieht sehr gut aus Der sitzt Der sitzt Der Rear Naked Choke Und der nächste Sieg für Ottman Aseitab Der nächste Blitz Sieg muss man sagen Sehr, sehr beeindruckend Wirklich beeindruckend Und ich denke, das war die Stärkung für Abu Das wird sich in Abus Kopf festsetzen Und es wird ihm Kraft geben für seinen Hauptkampf heute Abend Das denke ich auch Der erste der beiden Aseitabbrüder mit einem beeindruckenden Sieg heute Abend Thomas Und man muss sagen Ottman Aseitab hat hier gegen keinen Touristen im Käfig gestanden Sondern Serge Ali hat sich ja sehr, sehr gut verkauft Der hat es sehr gut gemacht Er war nur einmal kurz unachtsam Und schon war es vorbei Und man merkt sehr respektvoll Ottman und Abu sind bei Dali Bedanken sich bei ihm Schauen, ob es ihm gut geht Das ganze Team ist da Helft ihm auf Genau so muss der Sport aussehen So kommt der Sport hier in Deutschland voran Solche Gesichter braucht unser Sport Das kann man so unterschreiben, denke ich Ja, sehr, sehr schnelles Finish Jetzt kam mir fast ein bisschen vor Als hätte er ihn schon vor dem Choke Mit dem harten Ground & Pound angenockt Denn der Choke ließ sich sehr, sehr leicht anlegen Das muss man so sagen Ich glaube, Dali hat davor schon die ein oder andere harte Hand bekommen Denn von dem Ottman Aseitab möchte man aus der Oberlage Keine, keine Ground & Pound Schläge abbekommen Was mich wirklich am meisten beeindruckt hat Ist, dass Ottman wie so ein Flummi Der war nullkomman nichts wieder auf den Beinen Und das lässt uns eigentlich Ja, Abo wird es heute Abend vermutlich genau gleich machen Ergebnis Winner Nach 2.30 in Runde 1 Submission Real Naked Zone Aus der Roten Ecke Oh Mann, der coolen Poster Aseitab Der Fighter in der blauen Ecke Kommt von den Gladiators Duisburg Seine beeindruckende Bilanz Sechs Siege Keine Niederlage Meine Damen und Herren Aus Karl Leningrad Please welcome Anton Borg Sein Gegenüber In der Ruckenecke Von den Paderborn Wombats Ein GMC Veteran Sieben Siege Und nur eine knappe Niederlage Ladies and Gentlemen Hier ist OZHRN ASLAN LEN 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 Anton Mohr Leicht größer Als Ozan Aslaner 2 cm Um genau zu sein Aber das dürfte den nicht All zu sehr aus der Ruhe bringen Aslaner lebt ja davon Mit der Distanz zu spielen Sich sehr, sehr variabel zu bewegen Und auch immer mal einen aus der Hüfte zu schießen Mit dem man absolut nicht rechnet Händelt Moor physisch auf jeden Fall imposanter, wirkt so, als hätte er mehr Kraft, die er jetzt in den Clinch reinlegen könnte. Schöner Lowkick hat ihn da kurz aus dem Gleichgewicht gebracht. Das war er gewohnt spielerisch, gewohnt leichtfüßig. Er wirkt immer, als ob er das Ganze gar nicht so richtig ernst nimmt, aber er nimmt das Bier ernst. Er trainiert wie ein Besessener und sobald er eine Lücke sieht fürs Finish, dann nutzt er die auch. Er muss auf dem Weg nach drinnen hier einen Schlag einstecken, Ozan. Und das Schöne ist für Moor, aus Moors Sicht, wenn der hier Aslan natürlich besiegen sollte, dann haben sofort alle ihn hier auf der Karte, auch wenn er das erste Mal bei GMC kämpft. Aber das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Schöne Treffer jetzt hier auf beiden Seiten, lange Hände von Aslaner, schöne Haken von Moor und da wackelt Aslaner. Schüttelt den Kopf, das ist in der Regel ein Zeichen, dass es wehgetan hat. Moor setzt nach, ja. Also von diesem Haken da im Infight darf er nicht allzu viele einstecken. Moor, der hat die Schlagkraft, du hast es gesagt, imposante Physis. Nicht nur das, der hat auch wirklich ein gutes Timing und ein gutes Auge, der trifft sehr, sehr präzise. Er ist nicht umsonst ungeschlagen. Und das knallt ganz gut, wenn die Jungs hier die Fäuste fliegen lassen. Und wie der Aslaner auf dem Weg nach drinnen abgefangen, das ist bislang das Erfolgsrezept für Moor, der mir besser gefällt in dieser Phase. Zwei Minuten gekämpft in der ersten Runde. Aslaner mit Startschwierigkeiten. Ja, Moor macht das ganz gut. Immer in diesen lockeren Tencel-Phasen macht er den Schritt rein und landet seine Treffer. Und er fängt Aslaner ab, wenn der reinkommt. Also bislang Moor mit der richtigen Taktik. Die Frage ist, ob er das durchstehen kann, so konzentriert zu bleiben. Aber so schnell bleiben kann. Hier versucht er den Takedown, schafft den auch. Aslaner auf dem Rücken, arbeitet sofort für die Ex-Admission. Gefällt mir gut. Ja, der versucht zum Omoplata zu gehen. Ein Schulterhebel mit den Beinen. Aber gut verteidigt von Moor. Die Paderborn-Bombats ja ursprünglich mal ein reines Göttler-Team. Aber Aslaner einer derjenigen, die bewiesen haben, dass die auch mehr können. Ja, definitiv. Mit einem eindimensionalen Herangehen kommt man heutzutage nicht mehr weit in dieser soweit fortgeschritten entwickelten MMA-Szene. Moor macht das jetzt hier gut. Grindet da, wie man das so schön sagt. Also versucht er zu wühlen, versucht er Treffer reinzubringen. Und vor allem versucht er Aslaner da am Boden festzupinnen. Der hat wirklich Schwierigkeiten hier mit dem Stil des Duisburgers. Ist jetzt wieder zurück auf den Beinen. Aber Moor arbeitet hier schon am nächsten Tag da und er gelingt auch. Aslaner wahrscheinlich auf den Zetteln der meisten hier vor dem Kampf. Klarer Favorit. In dieser ersten Runde hier tut er sich schwer. Moor hat zumindest mal dafür gesorgt, dass die Leute aufhorchen. Aslaner muss sich jetzt auch mal Gedanken machen, wie er hier den Kampf weitergestalten will. Ja, ich glaube, der wird ganz froh sein, wenn die Runde rum ist. Er noch mal bei Null anfangen kann im zweiten Durchgang. Noch mal von vorn noch mal vielleicht neu in den Kampf finden kann. Er hat sich hier ein bisschen den Stil aufzwingen lassen von Moor. Moor kommt nicht so ganz zum Erfolg wie in seinen anderen Kämpfen mit diesen lockeren Schlagtechniken. Darf nicht stehen bleiben. Mit dieser Tänzelei. Genau, bleibt hier. Wird hier immer wieder abgefangen von Moor. Er muss, wenn er geschlagen hat, rausgehen. Am besten seitlich. Darf nicht, wie jetzt hier gerade stehen bleiben. Muss weniger ausrechenbar sein. Das ist eigentlich eine große Stärke. Moor einfach unglaublich präzise, schöne Maltbewegung hier. Wie aus dem Bilderbuch von Moor. Also der hat auch schon die ein oder andere Stunde im Boxgym verbracht. Ja, setzt hier auch die klareren Treffer. Nutzt die Distanz hervorragend. Beendet die Runde mit einem Takedown. Also klare Runde hier für Anton Moor. Und ich bin mal gespannt, was sie sich da in der Ecke der Paderborn Wombats einfallen lassen. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie sich hier Anton Moor präsentiert. Für mich überraschend, wie gut, dass der natürlich einiges auf dem Kasten hat. Das hat man vorher gewusst. Und hier sehen wir diesen ersten Lowkick. Aber auch immer wieder auf dem Weg nach drinnen für den Kämpfer der Paderborn Wombats. Für Aslaner hier Strafstöße sozusagen. Er wird bestraft für jeden Vorstoß. Moor sehr intensiver Kampfstil, sehr physisch präsent. Und insofern er das hier durchhalten kann, konditionell, muss sich Aslaner was einfallen lassen. Ja, ohne Frage. Wir sehen hier in der Ecke von Aslaner, sein Bruder Can Aslaner, der ihm hier Luft zufächert. Er selber auch Kämpfer, auch GMC-Veteran, also eine Kämpferfamilie. Hier wird nochmal schnell die Kampffläche gesäubert. Ist ärgerlich, wenn dann da Schweiß liegt und man rutscht aus. Kommt vielleicht in eine schlechte Position, das kann dann kampfentscheidend sein. Deswegen nimmt man sich da die Zeit. Aslaner im Vorwärtsgang. Den nimmt man nicht so leicht aus dem Kampf. Ja, aber fängt sich da schon wieder die erste Rechte von Moor. Der hier wirklich hervorragendes Distanzgefühl beweist. Distanzgefühl, Auge, alles ist da. Bei Moor. Da muss ich widersprechen. Die Ecke von Aslaner sagt, alles würde ins Leere gehen. Seitens Moor. Das sehe ich auch nicht so. Aber jetzt fängt auch Aslaner hier wieder zu landen, lässt sich aber wieder an der Wand stellen. Löst sich hier mit Schlägen. Gut gemacht jetzt von Aslaner. Wir sehen da auch ein bisschen Nasenbluten auf Seite von Moor. Das ist nichts Wildes. Aber das kann natürlich ablenken, kann die Atmung auch ein bisschen behindern. Aslaner ist im Kampf. Der geht nach vorne. Aber Moor einfach mit den besseren Treffern, mit dem besseren Timing. Moor hat einen guten Job gemacht. Sich die ganzen Kämpfe von Aslaner natürlich auch angeschaut und sich da ausgeguckt, wo die Lücken sind. Nämlich in der Regel genau in der Mitte, wenn er da mit weit geöffneten Armen dasteht. Genau da schießt er seine Rechte immer wieder durch. Moor gefällt mir sehr gut, wie er sich immer wieder neu positioniert im Cage. Und hier sehr gut getimeter Takedown. Perfekt den Zeitpunkt abgepasst. Moor hat hier so ein bisschen eine Coming-out-Party. Der zeigt mal der deutschen MMA-Szene und mir eingeschlossen, aus welchem Holzer geschnitzt ist. Und genau dafür sind solche Gelegenheiten da. Ja, sechs Kämpfe, sechs Siege, aber noch nicht auf der ganz großen Bühne gekämpft, noch nicht die ganz großen Namen gekämpft. Und das kann alles bedeuten. Schön, wie er hier den Arm isoliert. Da könnte tatsächlich das Finish winken, wenn er das geschickt macht hier. Moor muss verhindern, dass sich Aslaner zurückdreht. Hat hier den Kimura gegriffen. Ja, Moor muss nur noch das rechte Bein rumschwingen. Hat den Kimura, aber jetzt keine so gute Position. Ah, das kann funktionieren. Und das sieht sehr, sehr eng aus. Aslaner gibt nicht auf hier in diesem Schulterhebel. Aslaner hält fest, solange er seine Hand noch festgehalten hat. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Das sieht sehr, sehr schmerzhaft aus für die Schulter. Keine ergonomisch gute Position. Ja, Moor hat hier den Fehler gemacht, den Körper nicht richtig zu fixieren. Von Aslaner, sodass der sich immer mitdrehen kann. Somit die Last von der Schulter nimmt. Also technisch auch auf der Höhe. Beide aber. Und raus aus der Gefahrenzone. Und die Hallen steht hier. Kopf. Die wissen natürlich hier, die Fans bei GMC, wie gefährlich das jetzt war gerade für Hosan Aslaner. Ja, und wie frustrierend ist das für Anton Moor, der hier so kurz vor dem Finish steht. Und am Ende mit leeren Händen, da steht. Der Kampfgeist von Aslaner ungebrochen. Nicht nur der Kampfgeist, auch die Flexibilität in der Schulter. Da wäre bei anderen das Schultergelenk schon rausgeknallt. Ja, die Schulter auch ungebrochen zum Glück. Schöner Körpertreffer, aber wieder gut getimter Takedown von Moor. Und jetzt mal kurz Zeit durchzuschnaufen hier. 80 Sekunden noch auf der Uhr in dieser zweiten Runde. Auch diese Runde für mich ganz klar in Richtung Moor zu geben. Aslaner nur aufgrund seiner Durchhaltefähigkeit und seiner technischen Reife in der Lage, überhaupt noch hier weiter zu kämpfen. Sonst hätte er da schon abklopfen müssen. Die Submission war sehr, sehr gut gemacht. Hat jetzt hier Moor aber gut erwischt mit dieser Linken. Moor scheint da angeschlagen zu sein. Fängt sich direkt und da wackelt er. Er kann Aslaner den Sack hier zumachen. Eine Minute hat er noch. Und Moor wackelt. Und das Momentum wechselt. Moor wird müde. Moor ist angeschlagen. Aslaner riecht das Ende. Riecht den Finish. 40 Sekunden hat er noch Zeit. Knie, Kombination. Immer wieder Wechsel zwischen Körperkopf. Aslaner macht das super. Er muss hier die Gelegenheit nutzen. Er darf das nicht einfach verstreichen lassen. Was für ein Fight nach einem fast schon Finish durch Moor dreht Aslaner jetzt hier richtig auf. Und er hat ihn doch schon an der Grenze zur Niederlage. Was steckt dieser Moor denn weg? Der hat ja einen Stahlschädel, der Thuisburger. Was für ein Kampf diese beiden hier liefern. Das ist der Wahnsinn. Zehn Sekunden noch schafft es Aslaner jetzt hier den Sack zuzumachen noch. Also wenn dieser Kampf hier in die dritte Runde geht und Moor die für sich entscheidet, dann wird Aslaner sich in den allerwertesten beißen. Denn das war seine große Chance, den Kampf zu beenden. Jetzt wollen wir hoffen, dass diese Cut-Verletzung über dem linken Auge von Moor hier keine größere Rolle spielen wird. Wir haben natürlich ärzt und erfahrene Cut-Man hier am Cage. Aber wir haben auch gesehen, wie sich hier ein Kampf komplett gedreht hat. Sag ich mal, in der letzten Minute. Dadurch, dass Aslaner seinen Gegner Moor hier noch angeschlagen hat. Und er sieht so aus, als wäre er jetzt nicht nur angeschlagen, sondern auch müde. Und damit ist hier in dieser dritten Runde alles möglich. Ja, wir sehen hier gerade, wie dieser Cut-Verletzung gearbeitet wird. Schwer zu sagen, wie tief die ist. Man sieht das von hier nicht besonders gut. Aber die Cut-Men scheinen das im Griff zu haben. Hier nochmal Highlights dieser Runde, die wirklich eine absolut dramatische Runde war für beide Kämpfer. Definitiv. Wir sehen hier den Takedown, der diesen Kimura vorbereitet hat. Aslaner, der sich weigert hier aufzugeben. Der sich immer wieder mitdreht mit der Bewegung, um seine Schulter zu entlasten. Und dann sehen wir hier in dieser Schlussphase, wie Aslaner versucht, den Sack zuzumachen. Macht das großartig. Immer wieder Körper, Kopf abgewechselt. Knie-Techniken abgewechselt. Das ist ja im Prinzip wie am Boxsack. Also ich staune, dass Anton Moor diese Masse an Treffern da wegstecken konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Verfassung er hier zur letzten Runde antritt. Fairer Sportsgeist erstmal von beiden Kämpfern. Die natürlich auch wissen, dass sie dem Publikum hier eine hervorragende Schlacht bieten. Und dass Aslaner überhaupt noch in der Lage ist, geistesgegenwärtig genug ist, hier seine Techniken so abzurufen. Und da ist der Cut bei Moor schon wieder offen, beginnt leicht zu bluten. Und das am Anfang der Runde. Wie viel hat Moor noch im Tank? Wie viel Energie hat er noch? Er sieht spritzig aus, aber die erste Minute in so einer Runde ist trügerisch. Da fühlt man sich noch fit. Da sieht man noch fit aus. Das kann sich nach der ersten Minute ändern, weil man ja auch Zeit hatte. Und er nutzt diese Minute für den Takedown. Hervorragend gemacht von Anton Moor. Das einzig Richtige in dieser Situation. Muss jetzt seinerseits aufpassen, dass er hier nicht in Kimura gerät. Aslaner versucht, den Arm zu isolieren. Macht aber auch das Richtige. Geht Richtung Cage. Und versucht, ihn zu nutzen, zum Aufstehen. So oder so, egal wie dieser Kampf ausgeht. Anton Moor hat nicht beeindruckt. Aslaner, von dem wussten wir, dass der ein richtiger Teufelskerl ist. Aber Anton Moor hat wirklich das Beste aus ihm herausgeholt bislang. Er hat hier definitiv seine Visitenkarte hinterlassen. Erneut hervorragender Takedown in die Butterfly Guard von Aslaner. So nennt sich das, wenn die Füße da so untergehakelt sind. Die kann man gut nutzen, um den Gegner wegzupuschen. Aber das tut er hier nicht. Im Gegenteil, holt ihn eher näher an sich ran. Sieht so aus, als würde er noch mal eine Position zum Schlagen suchen. Aslaner. Sollte aber seinerseits vielleicht mal versuchen, das ein bisschen anzubringen. Ich wollte gerade sagen, wenn er hier Moor auf sich drauf lässt und der das hier nach Hause schaukelt, dann könnte das durchaus ein Punktenentscheid für den Düsseldorfer werden. Und dann beißt sich Aslaner mit Sicherheit in den Hintern. Hatte er seinen Gegner doch so nah am K.O. Ende der zweiten Runde. Beide Kämpfe verständlicherweise so langsam auch am Ende ihrer Kräfte. Sehr, sehr temporeiches Duell. Beide zurück im Start. Wieder harte Treffe von Aslaner. Kann er den Sack jetzt zumachen? Und Aslaner ohne Übergangsphase. Der steht und noch bevor er ganz aufgerichtet ist, fängt er an zu schlagen. Macht er großartig. Moor wird zwar langsamer, aber ist immer noch gefährlich. Ja, die Halle freut sich. Die gehen hier mit. Bislang hier ganz klar der Kampf des Abends. Wenn das die Halle nicht freut, dann sind sie nicht zu erfreuen. Take-Down-Versuch. Aslaner auf dem Allerwertesten. Moor mit einem Wahnsinnskampf. Also wenn Aslaner an was noch arbeiten muss, dann seine Take-Down-Verteidigung. Moor, der kommt hier mit jedem Beinangriff durch. Das Ding war ja schon mit Ansage. Nichtsdestotrotz mit Ansage, aber auch mit einer Physis. Der rennt da auf Aslaner zu. Schöner Ellenbogen beim Lösen. Von beiden Seiten. Das sah so aus, seit einem beiden Ellenbogen versucht. Aslaner in Vorwärtsgang. Der weiß, der muss hier was machen. Ja, und die Cut-Verletzung von Moor, die blutet weiter. Das Blut läuft langsam Richtung Auge. Das ist natürlich schlecht, aber eineinhalb Minuten noch. Die werden doch den Kampf nicht eher abbrechen hier deswegen. Ja, das ist unwahrscheinlich. Außer der Cut öffnet sich noch weiter. Moor wird wieder langsamer. Immer wieder diese Take-Downs. Immer wieder Aslaner. Und es sind immer wieder dieselben Take-Downs, mit denen er hier durchkommt. Immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und Aslaner, der schnappt hier erstmal tief nach Luft. Und auf diese Runde kommt es jetzt an hier. Also der Kampf steht nach wie vor auf Messers Schneide. Diese letzte Minute kann durchaus über Sieg oder Niederlage für beide Kämpfer entscheiden. Knapper Kampf mit allem drin, was der MMA-Sport so zu bieten hat. Hier Guillotine-Versuch von Moor. Im Stand nicht einfach. Marco Brösen schaut sich das genau an. Aber sofort wieder umgeschaltet von Moor, der das ganz, ganz clever macht hier. Der weiß natürlich, wenn der das Ding so weiterfährt, dann fährt er den Sieg ein. Aslaner muss Distanz bringen zwischen sich und Moor. Aber genau so funktioniert das nicht. Keine halbe Minute mehr Zeit hier aus der Sicht des Paderborners, um den Unterschied zu machen. Er versucht es. Er kämpft bis zum Ende. Das wäre natürlich ein hart erarbeiteter Sieg für Anton Moor. Aber der wahrscheinlich wichtigste, größte Sieg in seiner bisherigen Karriere. Offenes Visier hier nochmal bei beiden Kämpfern in der Schlussphase. Wir wollen dem Publikum nochmal eine richtige Show bieten. Und ich glaube, Andreas, das haben Sie auch geschafft. Das haben Sie geschafft. Wahnsinnskampf. Wahnsinnskampfgeist von beiden Kontrahenten. Die beiden in der zweiten Runde kurz vor dem Ende waren, kurz vor dem Aus waren, die Niederlage gerade so noch abwenden konnten. Hervorragend gemacht. Also genau das ist Kampfsport. Es geht vor, es geht zurück. Ein Duell auf Augenhöhe, wo beide Kontrahenten ihre Momente hatten, wo beide ihre Chancen hatten. Aslaner lässt sich jetzt hier feiern im Cage, während Moor sich erstmal noch seinen Cut bearbeiten lässt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die Punktrichter hier entschieden haben. Also auf meinem Zettel hat Moor das Ding gewonnen. Auf meinem auch. Aber auch das sei gesagt, die Punktrichter sitzen alle an unterschiedlichen Stellen. Jeder wertet natürlich nach denselben Kriterien. Aber es ist keine mathematische Gleichung, die es zu lösen gibt. Es kann durchaus sein, dass hier unterschiedlich gewertet wurde. Während wir nochmal die Highlights genießen hier aus diesem Kampf. Aslaner immer sofort zur Stelle. Und Moor mit diesen Takedowns, die immer und immer wieder funktioniert haben. Also daran werden die sicher noch arbeiten in Paderborn. So oder so, egal wie das hier ausgeht. Auf den Punktrichterzetteln. Und hier mit offenem Visier die letzten Sekunden des Kampfes. Und wenn man das hier so sieht, dann kann es in einem solchen Kampf doch eigentlich keinen Verlierer geben. Lassen wir uns überraschen. So, Anton Moors Cut ist zumindest... Vorüber geht erstmal versorgt. Ja, das ist nichts, was der in der Woche noch irgendwie mit sich rumträgt. Da ist das Ding verheilt. Der Ruhm, den er hier heute erworben hat, der wird ihm länger bleiben. So viel ist sicher. Und sein Name wird einen Hall haben in den Ohren von MMA-Fans in Deutschland. Aber wir hören uns jetzt erstmal an, was die Referees gesagt haben, die Punktrichter. Meine Damen und Herren, bevor wir zum offiziellen Urteil kommen, Applaus für beide Kämpfe, für einen super Fight. Vielen Dank. Und hier das offizielle Urteil des Kampfgerichts. We have a majority decision. Zwei Punktrichter haben einen Fight da vorne, der andere wertete unentschieden. Und der Winner bei Majority Decision, blaue Ecke, blühe Korner, Anton Moors! Also, aus meiner Sicht, gerechtfertigtes Urteil. Ich höre hier ein paar Buchrufe aus dem Publikum. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit einem Unentschieden hätte ich auch leben können. Da wäre ich nicht traurig drüber gewesen. Ein Sieg für Özcan Aslaner war es definitiv nicht. So ehrlich muss man sein. Am Ende steht hier doch der richtige Gewinner. Was sagst du? Ja, ich glaube, dieses Urteil spiegelt den Kampfverlauf auch sehr, sehr gut wieder. Ein Referee hat gesagt, unentschieden. Zwei haben gesagt, Moor ist vorne. Das ist, glaube ich, so das gerechteste Urteil, das ich mir jetzt hätte ausdenken können. Natürlich aus der Sicht von Asaners Team. Die sind unzufrieden. Die hätten sich das vielleicht anders gedacht. Aber ich glaube, wenn die sich die Aufzeichnung nochmal angucken, da mit ein bisschen Abstand rangehen, dann verstehen sie zumindest, wie man das so bewerten kann. Am Ende des Tages gibt es diesen Spruch im MMA. Lass es nicht in den Händen der Punktrichter. Dann bist du auf der sicheren Seite. Der Fighter in der blauen Ecke. Er repräsentiert den Munich Five Club. Seine Bilanz, zwölf Siege, 13 Meter. Er lebt in München, aber sein Geburtsland ist Portugal. Meine Damen und Herren, hier ist Oskar Naum. Sein Gegenüber in der roten Ecke repräsentiert Munich M.M.A. Seine Bilanz, acht Siege bei drei Niederlagen. Auch er ist ein altes bekanntes Gesicht im GMC-Kage. Please welcome Mohamed Momo Salak-Klamele. Older Dominikates in charge of the action, Referee Marko Rosen. Er hat hier schon einiges zu tun, die beiden zurückzuhalten. Knawe super intensiv. Ja, Travesi lässt sich davon allerdings überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Er öffnet sich mal die Augen. Sehr, sehr clever. Er blendet da alles um ihn herum aus. Wirkt sehr, sehr gelassen. Auch sehr, sehr locker, wie er da in den Käfig gestiegen ist. Und Knawe provoziert dann noch ein bisschen. Richtet sich dann nochmal demonstrativ den Tiefschutz. Kann natürlich auch ein bisschen anders interpretiert werden, diese Handbewegung. Und da geht's los. Und Travesi stirbt nach vorn. Wird aber zu Boden gebracht hier von Knawe. Wilde Schwinger am Käfig. Also Abtastphase haben beide hier heute einfach mal weggelassen. Ja, die hatten ja schon beim Wiegen die Abtastphase. Travesi jetzt auf der Distanz, die er braucht. Spinning-Back-Kick jetzt, Profil. Also Nare, der ist gefährlich hier. Gefährlich im Stand. Der Take-Down sah auch gut aus. Los ist hier seine Kicks als kleiner Roman natürlich eine gute Idee. Und Travesi macht das gut. Hat immer dieses Head-Movement. Sucht sich da seinen Punkt, an dem er angreifen kann. Trägt eine Hose vom Phukethoff-Team. Das heißt, er war auch in Thailand trainieren wegen auch seinem Social Media-Kanälen-Volk. Der sieht das immer. Man kann fast ein bisschen neidisch werden. Der hat auf jeden Fall mehr Sonne abbekommen als ich im letzten Jahr. Der Take-Down-Versuch hat er gut verteidigt von Travesi. Sehr, sehr gut gemacht. Von Travesi, der da Nare fast wieder ein bisschen leichtfertig vom Haken lässt, finde ich. Ja, dieser ganze Zwist zwischen diesen beiden Kämpfern, der ging eigentlich auch so ein bisschen von Travesi aus. Ich hatte ihn vor ein paar Wochen interviewt. Da sagt er, naja, ich sehe das eigentlich nicht ein, dass der Nare hier sich mit meinem Namen oder auf meinem Rücken selbst einen Namen machen will. Dem werde ich es schon zeigen, wer hier in München das Sagen hat. Und das hat Nare ihm offensichtlich sehr, sehr krumm genommen. Hat ihm nicht gefallen. Nee, und er wirkt jetzt auch nicht wie einer, der eine besonders lange Zündschnur hat. Der Kollege Oskar Nare. Er war da relativ schnell auf 180. Das ist nicht unbedingt immer der beste Berater vor so einem Kampf, wenn man so auf 180 ist, wenn man so wütend ist. Das kann ganz gut sein in der Trainingsphase, zu sagen, ich bin eigentlich heute müde und an anderen Tagen würde man vielleicht im Bett liegen bleiben oder auf der Couch. Aber wenn man da weiß, da ist einer, den ich abgrundtief hasse, da steht man dann vielleicht auch nochmal auf und läuft die Extrarunde. Jetzt hat sich hier Travesi die Zeitkontrolle gesichert. Navel macht oben zu am Kopf. Ungewöhnlich, aber natürlich im MMA jetzt erstmal wichtig, dass Travesi nicht pounden kann. Navel am Boden auch versiert. Das ist ein schönes Elbogen von Trabelsi. Er lässt sich nicht anmerken, dass er emotional involviert ist in diesem Kampf. Er geht locker zu Werke. Nave muss versuchen, wieder hochzukommen. Wenn er auf dem Rücken liegt, wird er nicht viel reißen können. Nave darf zum Kopf treten. Der Gegner darf nicht getreten werden. Er darf zum Kopf geschlagen werden. Das hat Trabelsi sehr gut getan. Er macht einen guten Job, die Beine zu kontrollieren. Er ist in der Nord-Süd-Position. Er wartet auf seinen Moment. Passiert dann. Nave muss da unten raus explodieren. Ein am Boden liegender, auf dem Rücken liegender Kämpfer. Keinesfalls wehrlos. Nichtsdestotrotz kann Nave aus dieser Position sehr wenig agieren, außer versuchen, seine Position zu verbessern. Knie zum Kopf nicht erlaubt sind. Die Knie zum Kopf nicht erlaubt sind bei GMC. Und immer wieder steht Trabelsi da auf. Es ist spannend, dass er das bevorzugt. vor einem klassischen, vor einer klassischen Guard oder Half-Guard, der lieber im Stehen agiert. Ah, harter Kick zum Bein. Aber ich glaube, da hat er sich selbst ein bisschen wehgetan. Die Knie zum Kopf nicht erlaubt sind. Noch einer. Also Nave macht auch keinen guten Job dann wieder aufzustellen. Oh, und der war ganz schön gefährlich hier, dieser Upkick. Das war eben ein solcher Tritt von unten, der da fast am Kinn des gebürtigen Münchnes gelandet ist. Und jetzt lässt Marco Größen hier aufstehen. Das Publikum hier in München quittiert es mit Applaus. Ja, ich bin kein großer Fan davon, ist ja was passiert. Nave kommt hier mal mit einem linken Haken durch. Schöne Treffer von Nave. Zwei-, dreimal durchgekommen jetzt hier. Aber sie muss da aufpassen, sich ein bisschen mehr bewegen. Steter Inschlag, das ist der schöne Aufwärtshaken. Er hat hier gefakt mit dem Kopf nach rechts und dann kam mit dem Aufwärtshaken. Schön gemacht. Trabelsi von vorne bis hinten hier dominiert er die erste Runde. Will hier am Ende nochmal den Takedown holen. Braucht aber nicht zwangsläufig, um die Runde zu drinnen. Da gab es auch mal einen netten Blick. Wir haben das hier aus unserer Position vom Kommentatorenpult perfekt gesehen. Auf dem Weg nach draußen haben wir Trabelsi das Feuer in den Augen angesehen. Also Respekt an ihn nochmal, dass er das hier zurückhalten kann. Und nicht mit Wut kämpft. Hier war dieser erste Takedown. Trabelsi aber sofort wieder oben. Wie ein Flummi. Und von da aus war dann eigentlich der Rest der Runde Trabelsi-Time. Und das ist der Klassiker gewesen. Hier diese Abkicks, die waren gefährlich. Aber ganz klar, Trabelsi ist derjenige, der die Punkte gemacht hat. Das war wichtig, dass er sich zum Schluss auf diesen Takedown noch geholt hat. Das hat natürlich den Großteil der Runde kontrolliert mit Nava auf dem Rücken. Aber Nava hatte gute Treffer zu Beginn und auch zu Ende des Kampfes. Also ich glaube dieser Takedown war nochmal wichtig für Trabelsi, um sich diese Runde zu sichern. Auf den Zetteln der Punktrichter. Und wir kommen zum zweiten Durchgang hier, wie wir dank dieser jungen Dame hier uns schwer erkennen können. Wir kommen zum zweiten Durchgang. Für alle, denen das Zählen schwer fällt, sind wir noch so einen kleinen Gedächtnis-Auffrischer. Trabelsi hatte zwar im Stand jetzt nicht unbedingt die besseren Treffer, da bin ich bei dir. Aber er hat doch im Verhältnis sehr viel mehr getroffen am Boden beim Ground & Pound. Da war schon einiges an auch Wirkungstreffern dabei. Round 2 So, zweite Runde. Trabelsi stürmt jetzt nicht nach vorne, geht nach vorne. Das gefällt mir doch schon besser. Ja, ich glaube zweimal kann man so eine Aktion auch nicht bringen. Da ist der Überraschungseffekt dann weg. Das ist der Überraschungseffekt. Das ist der Überraschungseffekt. Nave versucht wirklich mit jedem Schlag, mit jeder Aktion einen Knock-out hervorzurufen. Genau der gegenteilige Stil sozusagen von Trabelsi, der da eher Schritt für Schritt chirurgisch seine Schläge platziert. Ja und der hier auch immer wieder die Auslage wechselt. Also, jetzt haben wir ihn wieder in der Linksauslage, hat sich aber immer wieder an der Rechtsauslage versucht. Er versucht, taktiert, filtiert hier auch sehr, sehr viel. Hat Navi jetzt hier gestellt am Cage. Ja, attackiert auf verschiedenen Ebenen. Geht auch mal zum Körper. Bleibt schwer ausrechenbar. Und das funktioniert ganz gut hier. Diese linke Führhand, die funktioniert gut für ihn. Die sollte er weiter etablieren. So, dieser linke Jab, der ist hier für mich gerade das Zünglein an der Waage. Damit macht sich Trabelsi den Abstand, den er braucht. Verschafft er sich Respekt. Wer sich fragt, was der Trabelsi da für merkwürdige runde Male auf dem Rücken hat, das ist tatsächlich noch Überbleibsel einer Regenerationstechnik der traditionellen fernöstlichen Medizin, nämlich des Schröpfens. die sich immer größerer Beliebtheit auch im Kampfsport erfreut. Ich glaube, der Erste, der das im Sport so wirklich bekannt gemacht hat, war Michael Phelps, der Olympiaschwimmer. Inzwischen sieht man es bei vielen Kämpfern auch. Soll die Regeneration unterstützen. So, Trabelsi jetzt in einer klassischen Guard. Ich bin gespannt, wie er das hier spielen wird. Nava hat nicht wirklich große Anstalten gemacht in der ersten Runde, um hier auch aufzustehen. Könnte jetzt hier versuchen, seine Füße in die Hüfte von Trabelsi zu stemmen, ihn wegzudrücken. Ja, aus dieser Position hat er zumindest mehr Techniken zur Verfügung als in der letzten Runde. Ja, sehr viel mehr. Aus der Guard gibt es viele Möglichkeiten, es hat Mischen vorzubereiten und sogar anzubringen. Also Nava jetzt vom Rücken aus definitiv gefährlicher als noch in der letzten Runde, wo Trabelsi dann stand. Auch wenn es da die Upkicks gab. Scheint hier auch schon den rechten Arm von Trabelsi zu isolieren. Zumindest sieht es so aus, als ob er da versucht, den zu sperren, da vielleicht zu einem Arm Streckhebel gehen will. Aber Trabelsi sieht das natürlich kommen, steht da auf, zieht den Arm auch raus. Landet noch ein, zwei Treffer. Und meiner Meinung nach muss er hier gar nicht unbedingt bleiben in der Situation. Könnte dann Nava auch aufstehen lassen. Auch wenn das wohl Teil seines Gameplans zu sein scheint. Und jetzt muss er hier weiter jabben. Und jetzt muss er hier weiter jabben. Oh, fängt sich da bei den Aufwärtshaken von Nava. Feuert aber sofort zurück. Und das sind die Jabs, die funktionieren. Ja, schönes Distanzgefühl deshalb auch. Nimmt eben Maß mit dieser Führhands. Und Nava geht zu Boden. Schickt Nava hier mit einer Führhand zu Boden. Lass ihn hoch! Lass ihn hoch! Lass ihn hoch! Und da rufen sie aus der Ecke. Lass ihn hoch! Denn der ist angeschlagen, Nava. Da kann er jetzt nachsetzen hier. Kann er den Sack hier zumachen, Ende der zweiten Runde. Eine gute Minute hat er noch auf der Uhr. High-Kickversuch. Nava wieder mit dem Rücken am Cage. Versuch zum Take-Down zu gehen. Wird zu Boden gebracht hier. Großer Moment. Das war wichtig für Nava. Ganz, ganz wichtig. Der ist hier, glaube ich, im Autopilot-Modus. Jetzt sehen wir jetzt Rabelsi mal vom Rücken aus arbeiten. Dreht sich hier ein. Das sah erst mal so aus, als würde er hier auf den Arm gehen. Das war jetzt erst mal in der klassischen Guard. Da dreht sich hier ein. Der Armband nicht da, aber zumindest mal die Distanz. Jetzt hier ein Triangle-Versuch. Nava kämpft sich frei. Schöne Rechte da reingesteckt hier von Nava. Wilder Schwinger. Das hätte Trabelsi hier fast genutzt, um aufzustehen. Nava jetzt hier in der Afga. Pinnt Trabelsi da den Käfig. Was für ein Fight hier, Andreas. Der Held, was er versprochen hat, auf jeden Fall. An Intensität ist er kaum zu überbieten. Nava war angeschlagen jetzt hier in dieser Runde. Aber man merkt es ihm nicht wirklich an. Nava kämpft hier weiter. Trabelsi das erste Mal in diesem Kampf. In der Unterlage gewesen. Trotzdem gute Runde. Ja ja, Trabelsi zum Schluss in Agerbedrängnis. Aber das darf man nicht vergessen. Der hatte einfach richtige Bomben gelandet. Und Nava zu Boden geschickt. Das werden wir jetzt gleich auch noch mal sehen. Und du sagst es richtig, mit einem Jab sogar zu Boden geschickt. Hier war der Take-Down aus dem Anfang der Runde. Der kleine Überfall hier von Nava. Und die Kicks haben nicht so richtig funktioniert für ihn. Aber der Jab hat funktioniert für Trabelsi. Da kam auch aus der Ecke das Kommando. Lass ihn aufstehen. Trabelsi hat das dann auch gemacht. Im Stand wird er immer besser hier. Findet seinen Rhythmus, findet seine Distanz, sein Timing. Genau, du hast es richtig gesagt. Er nutzt die Pür hat viel. Dadurch nimmt er natürlich Maß. Hat das genau die richtige Distanz auch immer, um nicht getroffen zu werden, aber selbst zu treffen. Also macht er sehr, sehr gut hier. Man merkt ihm diese Abgeklärtheit an, die sein vieles Training hier auch mitgebracht hat, seine Erfahrung mitgebracht hat. Obwohl er den auf dem Papier erfahreneren Mann vor sich hat. Und der bleibt noch gut ehrlich. Wir haben das jetzt gesehen, Ende der Runde. Oskar Nave, der kam noch mal mit diesem Takedown aus Verzweiflung heraus. Der ist geglückt. Und dann konnte Trabelsi da noch mal schön festpinnen am Käfig. Also mit dem ist auf jeden Fall auch noch in der dritten Runde hier zu rechnen. Und Trabelsi hat eben gesagt, ihm wurde die Faust entgegengestreckt. Und er hat gesagt, nee, nee, machen wir nicht. Wir geben uns jetzt hier nicht die Hände. Stattdessen gab es einen Tieftritt. Da wollen wir jetzt mal keine Absicht unterstellen. Nein, er hat auch direkt abgewunken und hat gesagt, ja, tut mir leid. Ja, jetzt hat Nave hier 5 Minuten Zeit maximal sich zu erholen von diesem Tieftritt. In der Regel braucht man die nicht. Ja, hoffentlich wird das jetzt hier kein Faktor werden in dem Kampf. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass hier Nave sozusagen diesen Hinterausgang nimmt. Nein, glaube ich auch nicht. Der will hier so schnell wie möglich weitermachen. Und Trabelsi nutzt den Moment noch mal ein bisschen, um das Publikum anzuheizen. Wir werfen mal einen Blick drauf. Ja, na ja. Hat schon getroffen. Na ja, man könnte auch Nave jetzt hier unterstellen, dass er noch mal eine Verschnaufpause brauchte. Der hat nämlich ganz schön heftig geatmet hier in der Pause und zu Beginn der dritten Runde. Aber vielleicht sehen wir es ja nachher noch mal aus einem anderen Kamerawinkel der Seite. Auf jeden Fall nicht allzu wild aus. Aber oftmals sind es ja diese Streifschüsse da an den Kronjuwelen, die ganz besonders stark wehtun. Nave jetzt hier wieder auf dem Boden. Möchte Trabelsi hier zu sich in die Garten tocken. Aber der sagt, ah ah, nicht mit mir. Hör mal zu, die Leute tun, komm hoch hier. Ja. Und genau das ist eben MMA. Taktik. Leute, die den Sport nicht kennen, die wundern sich. Warum will der sich denn freiwillig auf dem Boden legen? Ja, wäre nicht der erste Kämpfer, der aus dieser Position einen Kampf beendet. Durch den Aufgabegriff. Oh, schöne Recki jetzt von Trabelsi. Nave muss raus da, der muss weg vom Käfig. Die langen Hände funktionieren für Trabelsi. Oh, spinning backface. Nave drunter durchgetaucht. Ja, gut gemacht. Und das war, glaube ich, auch Glück für ihn. Denn das Ding, das sah so aus, jetzt ein bisschen Pfund dahinter gehabt. Ja, das ist eben der Nachteil an solchen Techniken. Wenn sie nicht treffen, dann schießt du eben so da wie er jetzt. Mit runtergelassener Hose, sprichwörtlich. Und die geraden Hände von Trabelsi funktionieren weiter. Ja, aber er hat eine kurze Zündschnur, was die Action angeht im Ring. Er will, dass da was passiert. Ja, trennt beide Kämpfer wieder hier. Er hat sich da dieses ringerische Duell nicht allzu lang angeschaut. Ja, weil Nave da auch nicht wirklich in den Take-Down gegangen ist. Es kamen keine Aktionen, keine Knie oder Strikes aus der Position. Trotzdem, ja, finde ich, hätten wir ein bisschen länger laufen lassen können. Und die geraden Hände von Trabelsi funktionieren weiter. Nave macht das aber geschickt, greift immer wieder mit dem Take-Down an. Versucht den Bodenkampf zu passieren. Gut verteidigt der Take-Down. Trabelsi hat den Arm von Nave. Hat den linken Arm isoliert, arbeitet am Armstreckhebel. Ja, ist auch ein Kimura möglich aus der Position. Wenn er hier übersteigt über den Kopf. Und das tut er hier auch. Ja, aber Nave macht das Richtige. Trabelsi versucht, seinen Ellenbogen auf die Matte zu bekommen. Jetzt hat er seinen Bodenkampf. Ja, Trabelsi hat den Arm hier auch losgelassen. Wollte da nicht zu viel Energie zerschwenden. Gut verteidigt auf jeden Fall diesen Take-Down. Und er hat eine Menge mitgenommen aus dem Team Outformale. Die ja fast durch die Bank weg. Sehr, sehr starke Ringer auch sind dort. Eine gute Neon-Belly-Position hier für Trabelsi. Versucht wieder den Arm zu isolieren. Könnte da aber ein bisschen schlagen. Sich kurz aufrichten. Das macht da nochmal vielleicht die eine oder andere Lücke, die man nutzen kann. Und er hat den Elbogen abrutschen lassen. Mit rechts, gleich oben. Er greift da um den Hals. Front-Head-Lock-Position hier. Das erlaubt ist, nahe aufzustehen. Wir sehen nicht, wie tief er da unter dem Kinn ist. Wahrscheinlich gar nicht, Trabelsi. Sieht jedenfalls aus der Position so aus. Die Halle schreit hier lauthalsknie. Das darf er auch. Das ist erlaubt. Oh, da ist das Kri. Noch eins hinterher. Und das ist das Rönisch hier. Ich denke auch, das war's wohl. Früher aus Cannabe. Trabelsi versucht ihm den Sack zuzumachen. Geht Marco Prösen dazwischen. Ich denke, er müsste jetzt demnächst dazwischen gehen. Dieser Aus Cannabe. Der ist zäher Hund. Noch verteidigt er sich hier. Er versucht zurückzuschlagen. Muss aber einige Schläge nehmen. Gut eine Minute noch auf der Uhr. Hier ist die Verwarnung von Marco Prösen. Er muss sich aktiver verteidigen. Sonst wird dieser Kampf abgebrochen. Und Trabelsi, der powert sich natürlich auch aus hier. Mit dieser Schlagserie. Muss jetzt erst mal durchschnaufen. Kann da nicht weiter hämmern. Dann irgendwann ist die Energie weg. Und es sind noch über eine halbe Minute zu campen. Das kann sehr, sehr lang werden. Es kann viel Zeit sein. Vor allen Dingen, wenn sich gerade ausgepanscht hat. Aber 30 Sekunden. Die Zeit läuft gegen Oskar Nave. Und für Mohamed Trabelsi. So viel ist schon mal klar. Trabelsi trotzdem über den Kampf hinweg. Bislang für mich ganz klar gezeigt, dass er noch mindestens eine Niveaustufe über Nave steht. Ja, technisch hervorragend alles gemacht. Das kennt man von ihm. Hat es ganz gut geschafft, Nave zu neutralisieren. Nicht allzu viel Schaden genommen. Und im Prinzip hat es Nave auch nur der Geduld von Marco Prösen zu verdanken, dass das hier nicht ein vorzeitiger Sieg für Mohamed Trabelsi geworden ist. Da hätten schon ein paar andere Referees vorher abgebrochen. Ja, aber am Ende sieht man es ja. Nave hat sich da tatsächlich noch intelligent verteidigt. Das ist ja letztlich das Kriterium. Bricht man einen Kampf ab oder nicht? Verteidigt sich ein Kämpfer aus der Rücklage noch intelligent? Das ist der offizielle Term. Dann wird die abgebrochen. Und da gibt es noch ein paar nette Worte mit auf dem Weg von Trabelsi. Ja, also die werden auch heute keine Freunde mehr, die beiden. Da würde ich mir jetzt ein paar... Worte mit dem Geld wünschen, die... Also da hat es sein Unfall nicht ausgereicht, um die Animosität zu klären, zu spalten. Hier sehen wir also die langen Hände von Trabelsi, die hinten raus für ihn, das Mittel der Wahl waren und dann dieses eingesprungene Knie. Und dann kam noch eins hinterher und dann ging es Richtung Boden. Für Nave, der hat da halt seinen Mundschutz ausgespuckt. Und dann diese Blutanschlägen. Nave aber immer noch so halb zurückgeschlagen. Deswegen hat Marco Brösen weiterlaufen lassen. Wie gesagt, der eine oder andere Referee hatte da vielleicht schon mal abgebrochen. Aber Brösen war natürlich klar, dass das hier ein Kampf ist, bei dem viel auf dem Spiel stand auch für die beiden Athleten. Deswegen hat er da oft die ein oder andere Chancen mehr gegeben, vielleicht. Wir hören uns erstmal die offizielle Urteilsverkündung an. Ladies and Gentlemen, willkommen zum offiziellen Urteil. Das ist der große Sport. Also hier doch noch mal ein paar sportlich faire Szenen. Genau das wünschen wir uns. Und jetzt die offizielle Verkündung des Urteils. Okay, und hier das offizielle Urteil. Einstimmiger Punktsieger. We have an unanimous decision. Sieger. Der Fighter von Munich, MMA. Mohamed, Momo, Sanok, Trabelsi. Ja, geht für mich in Ordnung, die Punktentscheidung. Mein Kollege Marc Bergmann spricht einmal noch mit dem Sieger, Mohamed Trabelsi. Der will noch kurz eine Aufwartung machen beim gegnerischen Team. So viel Zeit wollen wir ihm geben. Meine Damen und Herren, der Kämpfer in der blauen Ecke. Auch er repräsentiert Nornin Azris Pride Gym. Und der vorigen Stand-Up Fighter. Seine Bilanz sechs Siege bei vier Niederlagen. Ein sehr starker Stand-Up Fighter. über 10,50m für den Kapitel. Seine Bilanz, bitte willkommen. Marcel Jedidi. Es ist Derby-Time in Düsseldorf, Lukas Sposacki der dritte Mann im Cage. Intensiver Stairdown hier, also Jedidi, der will es auf jeden Fall wissen. Massiver Größenunterschied, wie wir hier sehen. Jedidi 1,73, Hadou 1,80. Man sollte das hier wirklich im Stand bleiben. Dann können wir wieder erwarten, dass Jedidi versucht reinzukommen, mit den Haken anzugreifen, überfallartig seine Schläge setzt, während sein Kontrahent Hadou versuchen wird, lang zu bleiben, lang zu schlagen und von außen die Treffer zu setzen. Beide Kämpfer sehr aktiv hier von Beginn an. Fintieren, Tasten ab, versuchen ihre Distanz zu finden. Hadou macht das gut. Er schlägt hier seine Geraden auch in die Luft, einfach nur um da was zu gucken zu geben. Und wurschtet sich hier mit dem Low Kick rein. Also gefällt mir bislang sehr, sehr gut, was er hier macht. Wartet gar nicht so viel, dass er trifft. Fängt sich da aber eine knackige Rechte von Jedidi. Und Schlaghärte wird im Team Alpha schon vor dem Frühstück trainiert. Die wird groß geschrieben, tatsächlich. Und das können die Jungs auch. Und die Jungs auch. Und ein kleiner Vorteil hier, auch wenn es nur ein psychologischer ist, der Düsseldorfer aus dem Pride-Gym ist der Landsmann vom Norden Ashtree. Und deswegen können die sich natürlich hier unterhalten auf Arabisch. Und dementsprechend haben sie so eine Art Geheimsprache. Ansonsten ist es ja immer so, wenn die Ecke reinruft, mach mal einen Low Kick, dann hört das der andere Gegner natürlich auch. Und dann weiß er natürlich da, da kommt jetzt vielleicht ein Low Kick. Und das kann man hier umgehen natürlich, wenn man eine Sprache spricht, die der andere vielleicht nicht gerade abrufbereit hat. Ich will hier mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht spricht Marcel Jedidi auch fließend berberisch, marokkanisch. Ich weiß nicht genau, was es da ist, was gerufen wird. Aber bislang hier immer noch nicht das Timing. 100 Prozent raus, guter Takedown-Versuch hier. Ja, aber auch eine gute Rechte getroffen von Jedidi. Also der bleibt gefährlich mit den Fäusten. Es ist für mich schwer zu sehen, ob da wirklich der Treffer war oder ob das ausgewichen war. Also das geht hier alles so schnell. Die Jungs haben einen großen Output an Schlägen. Fakt ist, Hadou, der täte gut daran weiter, seine Reichweite zu nutzen. Hat das jetzt in den letzten Sekunden ja nicht wirklich getan. Hat Jedidi da immer wieder herankommen lassen. Fängt ihn hier aber mal gut ab mit einer linken. Bleibt da stehen. Bleibt aufrecht. Aber genau dieses aufrecht bleiben ist gefährlich. Weil wenn dann mal ein Haken kommt. Also die meisten Fans im Gepäck. Die hat auf jeden Fall Sufjan Hadou. Der ganze Fanblock, der sitzt hier hinter uns. Und feuert den 25-jährigen Büsseldorfer. Lautstark an. Aber brachialer Takedown jetzt hier von Marcel Jedidi. Und das ist ein Game Changer. Ja, sehr gut gemacht hier. Direkt in die Crucifix-Position. Gute Top-Position. Wird gedreht. Unglaublich. Was hier passiert. Auch was für eine Brisanz hier drin ist. Man merkt es. Die Energie im Publikum ist angespannt hier. Viele Fans angereist. Mit hatten ja eine kurze Anreise. Ja, die konnten den Bus nehmen. Oder das Fahrrad. Jedidi hier nach wie vor noch in der Side-Control. Macht das auch gut. Bleibt hier eng. Lässt wenig Platz für Hadou. Sich da zu befreien. Er kümmert sich um die Position. Gefällt mir gut. Arbeitet am Ellbogen hier. Aber trotzdem kommt Hadou hier wieder nach oben. Und beide Kämpfer jetzt hier zurück im Stand. Hadou mit Lagerhänden. Aber fängt sich eine rechte. Und noch ein. Und da wackelt er schon. Musste aufpassen. Also diese rechte landet immer wieder. Vor Jedidi. Weit geschwungen. Und dadurch natürlich auch am Ende viel Kraft drin. In dieser rechten von Jedidi. Und da ist er drunter weggetaucht. Das ist das, was ich sage. Ein gesprungenes Knie. Also die beiden feuern ja alles ab, was sie haben. Ich glaube, da hatte Sofjan fälschlicherweise vermutet, das wäre ein Wirkungstreffer gewesen. Dafür war er jetzt hier. Diese rechte. Die war im Ziel. Und die hat definitiv gewirkt. Da hat Jedidi kurz gewackelt. Also es geht hin und her. Die beiden schenken sich nichts. Ein gesprungener Takedown-Versuch. Ja, der war mit Ankündigung hier. Das hat Hadou kommen sehen. Und lässt jetzt hier Schläge hageln. Die kamen bis die Gart. Und das ist der K.O. Eingesprungene. Und das ist der K.O. Und das steht von Licht alle Tage. Was für eine absolut wahnsinnige Aktion hier. Eingesprungenes. Ground and Found mit dem ersten Schlag knippst er hier die Lichter aus. Das Publikum ist außer Sicht. Ja, das sieht man nicht alle Tage. Statt die Gart zu passieren, springt er einfach drüber und haut da die Rechte rein. Ein alter Schwede. Was für ein Sieg für das Pride Gym. Was für ein Sieg das ist. Ich leg mich fest, das ist nicht mehr zu topfen. Das gibt es heute Abend nicht nochmal in der Intensität. Unglaublich. Ja, und ist auf jeden Fall ein großer Kandidat für den Knockout des Jahres. Das kann man jetzt schon mal sagen. Das Jahr ist ja bald vorüber. Ja, da freut sich alle. Und es ist ja auch nicht so, als hätte er hier gerade irgendeinen Fallobst besiegt. Wir haben gesehen, das war hart umkämpfen. Das ging vor und zurück. Und hier ist die Aktion nochmal. Sucht sich den Winkel. Springt und trifft genau das Kinn hier. Nochmal aus einer anderen Perspektive. Geht in den Winkel. Springt und trifft genau mit dem Knöschel das Kinn. Ja, und dann ist das Problem, das sieht man oft, dass Kämpfer, wenn sie auf dem Rücken liegen, die Hände hinter dem Kopf nehmen, um die Bauchmuskeln ein bisschen zu entlasten. Und genau das ist hier Marcel Didi zum Verhängnis geworden. Genau diesen Moment hat Hadou hier abgepasst, um da reinzuspringen und im Direkte reinzuzimmern. Vollkommen ungedeckt aufs Kinn. Keine Chance für Marcel Didi. Was für ein Finish. Was für ein Finish. Und ich sage es jetzt für die Leute da draußen, die kein MMA trainieren. So ein Ding sieht man im Training bestimmt 50 Mal. Und es klappt null Mal. Und der macht das hier einfach in einem Kampf. Wahnsinn. Und er hat auch noch was zu sagen hier. Der Sofjan Hadj. Hadou. Wir sind gespannt auf seine Worte. Ich bitte, dass mein Vater einmal hochkommt, bitte. Mein Vater. Ja klar, dass man natürlich in so einem emotionalen Moment seine Liebsten bei sich haben will. Aber der Vater, der war schon lange da. Hat er im Eifer des Gefechts hier gar nicht gesehen. Er freut sich natürlich auch. Ja, der war noch im Tunnel hier. Das gönnen wir ihm auch. Den hat er sich verdient, diesen Tunnel. Großer Sieg hier für den Düsseldorfer. Natürlich kann es auch Nordinasi kaum fassen. Der freut sich hier mit seinem Schützling. Ja und hat auch einen Grund dazu. Ich denke mal die Trophäe für den Knockout des Jahres. Hänge ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Die dürfte Sufjan Hadj hier auf jeden Fall sicher haben. Kann er sich schon mal ein Plätzchen versuchen zu Hause auf dem Regal. So, wir machen es noch offiziell. Ja und nach 4.29 Uhr in Runde 1 aus dem Pride Team Düsseldorf. Zufall hat Hadjou. Der Kämpfer in der blauen Ecke unseres Interimstitelfight repräsentiert die MMA Factory Paris. Er ist ein aktueller UFC-Fighter und hat 3 von 4 Kämpfen dort gewinnen können. Meine Damen und Herren aus Frankreich. Please welcome Taylor Double Impact Lapis! Sein Gegner in der roten Ecke. GMC-Veteran. Seine beeindruckende Bilanz. Sechs Siege. Keine Niederlage. Er ist der beste Newcomer 2016. Ein High-Class Allround-Fighter. Steht heute vor seiner sportlich größten Herausforderung. Be strong. Meine Damen und Herren aus Hamburg. Please welcome Ömer Sonne! CeilINK! The championship out. 5 rounds. 5 Minuten. Ihr beide? Hört auf meine Kommande. Seid euch alle Zeit, macht es ein gutes Spiel. Schrauben die Hände! Wir versuchen hier den Fanblock von Ömer Solmars zu übertönen. Aber es gibt hier eine Anweisung von Marco Brösen. Das haben wir schon bei der letzten GMC-Veranstaltung gesehen. Die Fans drängen hier immer wieder in den Innenraum. Das ist natürlich nicht erlaubt. Und er wird diesen Kampf hier nicht anfangen. Solange die Fans sich nicht wieder hinter die Absperrung bequemen. Da sehen wir auch noch einen der beiden Kommentatoren. Das sind die Szenen. Und genau dadurch zeichnet es sich heraus. Und lohnt es sich, einen erfahrenen Referee, Marco Brösen zu haben. Der hier das Chaos schon eindämmt, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Weil wenn der Kampf einmal ins Rollen kommt, dann kochen natürlich auch die Gemüter über relativ schnell. Und hier geht es darum, eine ganze Meute zu machen. Das ist eine große Herausforderung für alle. Ja, wir haben jetzt hier ein großes Aufgebot der Security da. Aber wir wissen alle, wie das ist. Wenn Emotionen mitspielen, und das ist im Sport ja so, dann ist es nicht immer so einfach da, die Menge hinter die Absperrung zu bringen. Und dann merkt man, dass die meisten von den Jungs hier nicht selber kämpfen. Denn hier diese Anspannung der beiden, die im Oktagon stehen müssen und warten müssen. Das ist ja etwas, was jetzt durch die hervorgerufen wird. Und womit sie auch ihrem Idol, den Mann, den sie hier anfeuern, keinen Gefallen tun. Ja, aber ich muss sagen, Ömer Sommers kennt das ja schon. Der nimmt es relativ gelassen. Aber auch Taylor Lapilus nimmt das sehr, sehr gelassen. Und ich weiß nicht, ob der sowas schon mal erlebt hat, dass wir hier tumultartige Zustände schon vor dem Kampf haben. So, jetzt hat sich aber auch die Ecke von Sommers mal hier zu den Fans bequemt. Und legt da Machtwort. Und dann denke ich mal, da kann es ja auch in wenigen Augenblicken losgehen. So, Marco Brösen ist zurück im Cage. Und wir freuen uns auf den ersten Titelfight hier des heutigen Abends bei GMC 13. Wir sehen direkt, Lapilus geht in der Rechtsauslage an diesen Kampf heran. Erstmal ist außen, während Sommers sich sofort die Ringmitte gesichert hat. Lapilus zirkelt. Wir haben in Erinnerung, das ist schon ein bisschen her jetzt, seitdem wir es gehört haben, fünf Runden. Um die geht es hier. Solmars in seinem letzten Kampf das erste Mal über die komplette Distanz von drei Runden gegangen. Hat gezeigt, er kann das. Ja, ohne Probleme, muss man dazu sagen. Also keine konditionellen Probleme gezeigt in diesen 15 Minuten. Und das war ein absolut hohes Tempo. Für Taylor Lapilus ist Deutschland kein unbekannter Grund und Boden. Hat bei UFC Berlin und auch bei UFC Hamburg hier im Käfig gestanden. Kommt ja selbst aus Frankreich. Und ist ursprünglich mal als Ersatzgegner für Dennis Siva in die UFC beordert worden. Zu dem Kampf kam es zwar dann nie, aber seinen Vertrag, den hatte er trotzdem. Und hat da mehr gerissen, als viele von ihm erwartet hätten. Wie gesagt, drei Siege in vier Kämpfen. Und jetzt ist er hier und kämpft um den Titel. Schöne Linke gelandet bei Solmars. Unglaublich dynamisch, dieser Lapilus. Und da hat er mit Solmars was gemein, der mich immer wieder fasziniert mit seiner Beinarbeit, der heute relativ konventionell aussieht. Und dann hier reinschießt mit der rechten. Also er sieht nicht so aus, als wäre er überwältigt von der Tatsache, dass er jemandem gegenübersteht, der gerade früh aus der UFC kommt. Ja, wie gesagt, musste sich vor drei Wochen erst auf diesen Gegner einstellen. Also das ist vielleicht auch eine Sache, wo nicht jeder Kämpfer direkt zugesagt hätte. Er hat sich da aber offensichtlich keinen allzu großen Kopf drum gemacht. Geht jede Aufgabe an, ohne zu zögern. Also das zumindest zollt oder nötigt einem Respekt ab. Der letzte Kampf von Taylor Lapilus war bei UFC Hamburg 2016. Also das ist schon sehr, sehr lang her. Und das ist eben auch der Grund, warum er sich dann letztendlich von der UFC getrennt hat und die Auflösung des Vertrags oder keine Verlängerung des Vertrags gebeten hat. Denn September 2016, das sind eineinhalb Jahre, in denen er da keinen Kampf bestritten hat. Und wenn man mit Kämpfen seine Brötchen verdient, dann ist das eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, dann müssen das schon sehr, sehr kleine Brötchen sein, wenn man fast zwei Jahre nicht kämpft, damit man noch satt wird oder überhaupt noch was zu essen hat. So rum. Hier passiert gerade nicht viel. Weiß nicht, ob beide Respekt davor haben, dass es fünf Runden sind oder ob die sich einfach nur hier gegenseitig beschnüffeln. Hervorragendes Knie gerade von Taylor Lapilus. Perfekt getimt zum Solaplexus. Ohne sichtbare Wirkung aber bei Solmaz. Der hier in die linke rein rennt und da auch noch ein paar mehr einstecken muss. Und da zurück taumelt. Ich glaube, so ganz ist er noch nicht wieder da. Ja, das war eine gute Aktion hier von Lapilus. Ja, er ist eines der besten Talente Deutschlands. Das ist der erste Mal. Aber Taylor Lapilus, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, auf der größten Bühne der Welt schon gekämpft. Aber bislang schlägt sich Solmaz hier sehr, sehr gut. Trotz fünf Zentimetern Größenunterschied auch noch. Fängt sich da aber eine linke noch eine rechte hinterher. Also Lapilus hier sehr, sehr beweglich. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Solmaz in Sachen Beinarbeit noch eine X von U vormachen kann. Aber Lapilus, der macht das hier wirklich hervorragend. Ja, hat die Nase vorn, wenn es um die Beinarbeit geht. Geht aber auch die langen Wege, muss man dazu sagen. Also Solmaz mit der kraftsparenderen Methode bislang hat mir auch besser gefallen bis zu diesem einen Moment. Und hier wieder dieser Konter. Also Lapilus scheint Solmaz beinarbeit tatsächlich durchschaut zu haben. Und fängt dann immer wieder so ein bisschen ab, wenn er reinkommt. Und das ist das, was den anderen Gegnern von Solmaz bislang nicht gelungen ist. Die haben immer vorbeigeschlagen und dann konnte er eben seine Treffer setzen. Schöner Aufwärtshack, nicht ganz getroffen. Aber die Rechte hier, die hat gesessen. Also Solmaz bleibt gefährlich von jeder Aktion des Hamburgers. Die wird hier vom angereisten Fanblock mit Jubel rufend quittiert. Auch das ist natürlich ein psychologischer Faktor auf beiden Seiten. Schöner Insight-Lowkick hier. Ja, schöne Kombination insgesamt von Solmaz, der ja sehr, sehr variabel attackiert. Das auch in seinen letzten Kämpfen gezeigt hat, wirklich Attacke miteinander kombinieren kann, auf allen Ebenen angreift. Die letzten zehn Sekunden dieser ersten Runde. Sollen wir noch mal punkten mit dem Takedown? Und der gelingt nicht ganz. Ja, clever gedacht. So ein Takedown kurz vor Schluss. Der kann noch mal Punkte sichern. Das war eine knappe Runde. Sehr knappe Runde. Aber ich denke, eine Runde, die man vielleicht an Lapinus geben kann. Ja, also das ist eine dieser Runden, wo man sich nachher nicht beschweren darf, wenn es dann an den Runden hängt. Also angenommen, jeder von den beiden Kontrahenten gewinnt jetzt klar zwei der folgenden vier Runden. Dann darf man sich am Ende nicht beschweren, dass es an dieser ersten Runde gehangen hat. Denn, auch das ist vielen Leuten nicht klar, die Runden werden einzeln gewertet. Und wenn die erste Runde von den Referees knapp an den Einen gegeben werden, die wissen ja natürlich nicht, was danach passiert. Und die können danach nicht umschreiben und sagen, ja eigentlich hätte der andere jetzt verdient, den Kampf zu gewinnen. Derjenige, der diese erste Runde bekommt, hat diese erste Runde. Also beide Kämpfer bereit zum zweiten Durchgang. Solmaz nach wie vor sehr, sehr abgeklärter Gesichtsausdruck. Kann den Gegner unglaublich gut lesen. Auch wenn Lapinus hier ein sehr, sehr schweres Puzzle darstellt. Aber fängt sich hier eine rechte der Franzose. Schöner Lowkick auch hinterher von Solmaz. Und für mich die große Frage, gelingt es Lapinus auch weiterhin? Soll man es abzufangen, wenn dieser reinkommt? Das war eben genau immer das, woran die anderen seiner Gegner gescheitert sind. Jetzt Lapinus mit der Ringmitte hier früh in der zweiten Runde. Sehr taktisches Duell auch. Schön anzusehen, wie beide mit der Beinarbeit spielen. Der Kickversuch kann natürlich klappen, sowas. Und der kam schnell, dieser rechte Kick mit dem Führbein. Ja, Solmaz geht da noch ein bisschen zu offen rein in den Mahnen. Fängt sich da immer wieder die Konter. Da auch wieder eine schöne rechte von Lapinus. Ja, und diese rechte gerade, die findet ihr Ziel jetzt immer häufiger. Ja, ist sehr, sehr spritzig mit dieser Führhand der Franzose. Ja, das war jetzt dreimal in Folge. Und das zwingt Solmaz in den Vorwärtsgang. Aber auf meiner Uhr verliert er hier gerade an Boden, Solmaz. Der Hamburger hat hier ein paar gute Führhände nehmen müssen. Und es ist, glaube ich, jetzt die Aufgabe, dass er darauf eine Antwort findet. Er tut sich vor allem sehr, sehr schwer, eigene Treffer zu platzieren. Also die Distanzarbeit von Lapinus ist hervorragend. Zirkelt hier, fintiert sehr, sehr viel mit der Führhand. Und macht es Solmaz sehr, sehr schwer, eigene Offensivaktionen ins Ziel zu bringen. Der ist derweil mit Verteidigung beschäftigt. Wechselt jetzt hier immer mal ein bisschen die Auslage. Versucht hier seine Distanz zu finden. Ja, aber wieder ist Lapinus da raus aus der Gefahrzone. Also das hier ist ein Taktik-Duell der Beinarbeitskünstler. So kann man es ausdrücken. Unglaublich, was wir hier sehen. Also die Beinarbeit des einen und so wie des anderen überfordert die meisten Kontrahenten auch auf dem höchsten Level. Aber die beiden haben sich hier gefunden. Oh, hier muss Solmaz erneut einige Schläge einstecken. Ja, vor allem diesmal nicht die Führhand, sondern die harte Linke. Zwei hintereinander hat sich da stellen lassen. Am Käfig. Das sind die Situationen, in denen Lapinus gefährlich wird. Ich staune, dass Lapinus diesen Kampf hier so lange auch im Stand führt. Seine Stärke, eigentlich auch der Bodenkampf, konnte von seinen Elfsiegen Sechs durch Submission einfahren. Also das ist immer noch eine Option, die er sich offen halten kann für den späteren Kampfverlauf. Ja, vielleicht hat er sich gedacht, ich gucke mal, wie ich im Stand zurechtkomme. Und wenn das nicht klappt, dann gehe ich mal runter. Aber er kommt hier gerade sehr, sehr gut zurecht. Und er gefällt mir tatsächlich besser als Solmaz. Das ist für mich ein bisschen überraschend. Und er schlägt Solmaz mit seinen eigenen Waffen. So ein bisschen wie Dominic Cruz, der dann auch ausgetanzt wurde von Colby Garbrandt. Ja, nach wie vor sehr, sehr variabel die Attacken hier von Solmaz. Aber da fängt er sich wieder diese Führhand und nochmal. Also, oh, Spinningback Elbow hat sogar ein bisschen gestreift. Aber nach wie vor, Lapilus diktiert diesen Kampf hier mit der Führhand. Etwas, das man im MMA ja leider sehr, sehr selten sieht. Eigentlich eher im Boxen sonst geboten bekommt. Aber Lapilus macht das hier hervorragend mit dem Jab. Macht das gut und seine Rechtsauslage hilft ihm dabei natürlich. Vielleicht ist das auch das, was Solmaz hier gerade vor Probleme stellt. Hat es ja schon mal geschafft, hier mit der Rechten reinzuspringen und da zu treffen. Und er muss einfach häufiger mit der Rechten anfangen und gerade sein. Er schlägt ja viele Haken. Hat das Problem, dass er nicht nur einem Rechtsausleger gegenübersteht, sondern auch jemandem, der mehr Reichweite hat. Aber Lapilus schüttelt das Ganze ab. Wir sehen jetzt hier eine leichte Zeichnung auf der Stirn von Solmaz. Der Schlagworten hier, Takedown-Versuch. Aber Lapilus schüttelt das Ganze ab. Konnte aber einen rechten Haken hinterher setzen, Solmaz. Und dreht jetzt hier nochmal richtig auf in den letzten Sekunden dieser zweiten Runde. Solmaz! 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 Das hat einen sehr, sehr guten Überblick, was die Zeit angeht. Immer am Ende der Runde dreht er nochmal auf, versucht nochmal Eindruck zu schinden bei den Punktrichtern. Ob das jetzt in dieser zweiten Runde genug war, das lassen wir mal dahingestellt. Also für mich ist diese zweite Runde hier nach Frankreich gegangen. Die erste, wie gesagt, eine 50-50-Runde, die aber die Punktrichter natürlich nicht 50-50 werten können. Es muss einer zehn Punkte bekommen und der andere neun oder weniger. Hier sehen wir noch ein paar der Szenen aus dieser zweiten Runde. Immer wieder diese Führhand und da dieser gedrehte Ellbogen. Und aus der Position sah es so aus, als wäre er nicht im Ziel gewesen. Ja, sogar relativ weit nicht im Ziel gewesen. Das sah vorhin aus unserer Position ganz anders aus. Und eine Sache, die man auch nicht sehen konnte, jetzt gerade auf dem Bildschirm war, die Reaktion in der Ecke von Taylor Lapilus. Der Coach, der kam nämlich rein mit zwei erhobenen Daumen. Also der ist hoch zufrieden mit der Leistung seines Schützlings. So dass der seine Linie hier auch im dritten Durchgang wahrscheinlich so weiterfahren wird. Die Frage ist, wird Solmaz ein Mittel finden gegen die Beweglichkeit, die Distanzarbeit und vor allem gegen diese flinke Führhand von Taylor Lapilus. Dritte Runde läuft. Dritte Runde läuft. Solmaz in der Käfig Mitte. Lapilus auf der Außenseite, muss die langen Wege gehen, muss zirkeln. Beide zeigen noch keine Anzeichen von Ermüdung hier Anfang der dritten Runde. Hätte mich auch gewundert. Und langsam aber sicher kann man etwas besser verwalten. Dreimal fünf Minuten, das kennt man. Und das ist das, was noch vor ihnen liegt. Läuft da in den linken Haken rein und das Knie hinterher. Versucht den Takedown. Gut abgefangen bislang hier von Lapilus. Trotzdem die Hände zusammen. Und ringen kann er. Ja, Solmaz, der arbeitet sich da rein in den Single Leg. Ja, jetzt gab es dann eine Ermahnung von Referee Marco Brösen, dass sich Lapilus da am Käfig festgehalten hat. Das ist natürlich verboten, so einen Takedown zu vereiteln. Ja, da kann man unter Umständen auch mal einen ganzen Punkt abziehen, wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich kampentscheidend war hier. Oh, und da ist jetzt eine harte Linke ins Ziel gekommen von Solmaz, der jetzt hier langsam wieder Aufwind bekommt in dieser dritten Runde. Ja, der hat gemerkt, er muss was machen hier. Er hat vielleicht in der Rundenpause auch nochmal die Ansage bekommen. Junge, lass dir das hier nicht aus der Hand nehmen. Und da hat sich das zu Herzen genommen. Wir sehen, wie die Führhand arbeitet des Lapilus, ob er weiterhin damit durchkommt. Solmaz bislang mit seinen Kicks ohne Erfolg, auch keine Low-Kicks oder so getreten. Ja, ich glaube, das Ziel ist wirklich der Takedown. Die haben da eingesehen in der Ecke von Solmaz, dass das im Stand hier nichts mehr werden wird. Und er scheint ihn hier vorbereiten zu wollen. Das ist natürlich schlau genug, da nicht einfach rein zu stürmen. Ja, aber auch Lapilus traut sich mehr und vielleicht gibt das Öffnungen. Superman Punch getroffen von Solmaz. Ja, dieses Knie aus der kurzen Distanz, das sitzt ganz gut hier auf Seiten des Franzosen. Ja, aber auch guter rechter Haken von Solmaz. Also diese dritte Runde hier deutlich ausgeglichener als die letzte aus meiner Sicht. Lampilus zirkelt weiter, aber ist schon ein bisschen plattfüßiger geworden. Macht das hier ganz gut, einmal mit dem Auslagenwechsel. Aber er ist langsamer geworden. Ja, auch er ist noch nie über fünf Runden gegangen. Also für ihn ist das ja auch Neuland, genauso wie für Solmaz. Und spätestens ab der nächsten Runde wird sich zeigen, wer da die meisten Körner hat. Dann beginnen die Championship Rounds die Runden 4 und 5. Jetzt versucht Lapilus mal die Distanz zu schließen und einen Takedown zu holen. Ja, Lapilus scheint hier tatsächlich ein bisschen abzubauen in dieser dritten Runde. Gut für Solmaz, der die Chance nutzt zurückzukommen. Aber schöner Teiglinch jetzt hier vom Franzosen und gut gelöst von Solmaz. Und mir fällt auf, Lapilus wird plattfüßiger. Also ist nicht mehr so Behände auf den Beinen, während Solmaz immer noch tänzelt, immer noch schnell seine Füße bewegt. Und das könnte ein Faktor werden. Lapilus noch weit davon entfernt, hier außerhalb des Kampfes zu sein. Der kämpft gut mit, der setzt gute Treffer, der bestimmt auch mit in den Kampf. Der kick im Ziel, aber ohne große Trefferwirkung. Fünfte Sekunden noch in dieser dritten Runde. Kann Solmaz nochmal aufdrehen? Kann er in den Runden 4 und vielleicht 5 das Ruder hier herumreißen? Er landet jetzt immer mehr und Lapilus macht immer weniger. Wir sehen in dieser spritzige Führhand kaum noch. Da ist sie jetzt wieder, als ich gesagt habe. Aber auch nicht mehr ganz so spritzig. Solmaz jetzt im Rückwärtsgang. Wir wissen, dass er nochmal aufdreht am Ende der Runde. Muss er hier auch, er braucht diese Runde meiner Meinung nach. 10 Sekunden. Der Klassiker versucht dann nochmal den Takedown. Und er bekommt sie zumindest zur Elfte. Gut angetäuscht in den Superman Punch. Abgetaucht zu den Beinen und springt da in die Backmount. Also, auf jeden Fall die beste Runde bis dann früher. Oder von Ömer Solmaz. Ich lege mich fest. Diese Runde geht für mich nach Hamburg. Die davor ging an die Franzosen. Und die erste Runde schwer zu werten. Das könnte das Zünglein an der Waage werden. Je nachdem wie dieser Kampf hier weiterläuft. Das war meiner Meinung nach ein Slip hier vom Franzosen. Also kein Wirkungstreffer, der ihn da zu Boden geschickt hat. Beide feuern aus allen Rohren, wenn sie mal stehen. Und der Franzose ist langsamer geworden. Hier dieser eingesprungene Kick. Getroffen, aber auch ohne große Wirkung. Und dieser Take-Down zum Schluss. Also, er hat sie nicht ganz bekommen. Aber es war doch ein Signal in Richtung Punktrichter. Hey, ich bin am Ende hier der Runde der Stärkere gewesen. Er wird angefeuert vom Publikum und macht eine beschwichtigende Käste zu seinen Fans. So nach dem Motto, ruhig Blut, Jungs. Es sind nur zwei Runden. Also Sommers hier gut eingestellt. Ja, der lässt sich hier nicht dazu verleiten, zu aufgeregt hier in den Kampf zu gehen. Oder wieder in den Kampf zu gehen. Jetzt sind wir in den Championship Rounds. Neuland für beide Kontrahenten. Jürf sie hin, Jürf sie her. Da war auch ein Lapilus noch nicht. Jetzt wollen sie beide Kämpfer hier wissen. Offener Schlagabtausch. Takedown-Versuch von Solmaz. Gut verteidigt von Lapilus. Wie erwartet, gut verteidigt. Solmaz im Clinch jetzt. Jetzt ist die Frage, wird der Kampf mehr in einer kürzeren Distanz fortgeführt? Schafft er hier den Single-Leg-Takedown? Er müsste mehr wechseln zwischen den verschiedenen Takedown-Arten. Müsste vielleicht mal jetzt auf die andere Seite gehen. Er schafft es, den Franzosen auf dem Boden zu befördern. Dieser aber in den Armbar. Sehr, sehr gefährliche Situation von Solmaz, der sich hier herausdreht aus dem Armhebel. Wir erinnern uns, Lapilus, 6, Siege durch Submission. Also der ist gefährlich am Boden. Aber nun Solmaz in der Backmount versucht, die Hooks hier reinzubringen. Aber der Franzose, der macht sich klein. Gibt da keinen Spielraum für die Hooks. Die Position wird dann erst richtig gefährlich, wenn die Füße vor der Hüfte sind. Der Franzose steht auf, damit Solmaz nicht in der Lage hier die Position zu etablieren. Versucht den Suplex. Gelingt aber auch nicht. Sehr, sehr gutes Takedown-Game hier von Solmaz. Und sehr, sehr gute Verteidigung vom Franzosen. Sehr, sehr hohes Tempo hier vor allem von beiden Kämpfern. Und das in der vierten Runde. Solmaz, der wird wesentlich langsamer. Schau dir diese Führhand mal an Andreas. Die kam in der ersten Runde. Er hat fast schon eine Lichtgeschwindigkeit. Ja, und jetzt wird das schon wesentlich langsamer. Wird langsamer, er geht die langen Wege. Solmaz versucht, ihn zu stecken. Und jetzt wird er in der ersten Runde zu stellen. Die Intensität, mit der die beiden hier diese vierte Runde kämpfen, ist wirklich erstaunlich. Ja, und es sind noch gut zweieinhalb Minuten. Die Runde ist erst mal halb rum. Und die beiden haben schon eine ganze Menge Pulver verschossen hier in dieser wilden Eröffnungssequenz. Solmaz meidet die Schläge des Franzosen mittlerweile. Hier muss er mal eine Führhand nehmen, aber macht selber auch wenig. Schöne Linke getroffen von Solmaz, da hat der Franzose ganz kurz gewackelt. Und da scheint der Blut geleckt worden. Der Hamburger setzt danach. Stellt Lapilus hier am Käfig, muss aber auf Konter aufpassen. Lapilus bleibt gefährlich. Er sucht sich sehr gut seine Schläge aus hier. Das gefällt mir extrem gut. Gute Distanz, aber er lässt sich hier doch noch mal treffen. Auch mit der Schlaghand und noch mal mit der Führhand hinterher. Und Lapilus immer wieder mit dem Rücken zum Käfig, lässt sich da immer wieder stellen. Also die flinke Beinarbeit aus den anfänglichen Runden, die ist auch dahin. Die ist dahin. Aber immer noch ist er gefährlich. Und das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Und Solmaz übernimmt hier langsam das Ruder. Starke Runde für den Hamburger. Oder etwas unter einer Minute noch. Im vierten Durchgang hebt er den Zeigefinger. So nicht, sagt er. Meidet viel, trifft aber nicht genug für meinen Geschmack. Müsste ein bisschen mehr Schaden machen hier. Müsste aktiver sein, aber muss eben aufpassen auf die Konter. Denn Lapilus, der ist hier alles andere als raus aus dieser Nummer. Mal. Lapilus trifft gut auch im Rückwärtsgang und hat jetzt hier in den letzten 1,5 Minuten die besseren Treffer gesetzt. Solmaz hatte eine gute Mittelfase hier in dieser Runde, aber am Ende ist Lapilus doch derjenige, der jetzt in den letzten 2 Minuten die besseren Treffer gesetzt hat. Also einmal mehr eine schwer zu wertende vierte Runde hier. Und damit würde ich diese vierte Runde einordnen. Zur ersten Runde für mich nicht zu bestimmen, wer hier die Runde klar gewonnen hat. Also ein Fragezeichen. Starker Beginn auf jeden Fall für Solmaz. Und ein gutes Finish für Lapilus. Wenn wir jetzt hier dem Deutschen mal den Heimvorteil holen, unterstellen wollen, könnte man die Runde vielleicht an Solmaz geben. Aber Lapilus, wir sehen das hier in den Highlights. Äußerst gefährlich gewesen mit diesem Armbar und mit den besseren Treffern zum Schluss. Also sehr, sehr schwierig zu werten, dieser Durchgang. Brandgefährlich, war die ganze Zeit im Spiel. Ist zwar langsamer geworden, aber Solmaz aktiver, aber ohne diese großen Treffer in der Masse. Und vor allen Dingen dann, wenn Solmaz sich mal hingestellt hat und mehrere Schläge abgefeuert hat, dann war er offen und anfällig für den Konter. Das war der erste Titel in der Karriere von Ömer Solmaz. Das war der erste Titel in der Karriere von Ömer Solmaz. Und zumindest der erste große Titel in der Karriere von Taylor Lapilus. Also viel steht hier auf dem Spiel für beide Kämpfer. Da ist die Führhand wieder des Franzosen. Nicht mehr so schnell natürlich, aber er hat sie wieder entdeckt. Solmaz Overhand ist einfach zu kurz. Und das ist ihm hier heute mehrfach schon zu Verhängnis geworden. Er schlägt diese Overhand mit der rechten Hand und schlägt dann immer zu kurz und steht dann da so ein bisschen. Er hat immer Probleme mit der Distanz. Lapinus, wie gesagt, ganz gut auf den Beinen, auch wenn er langsamer geworden ist. Das Distanzgefühl ist nach wie vor da. Vier Minuten noch in diesem Kampf. Und es könnte gut und gerne diese letzte Runde sein, die hier über Sieg und Niederlage entscheidet. Bislang liegt auf meinem Zettel Lapinus zwar deutlich vorn, aber es gab einige sehr, sehr enge Runden, bei denen man nicht weiß, wie die Punktrichter hier gewertet haben. Es gibt eigentlich nur zwei klare Runden, die Runden 2 und 3. Jeweils einer auf der Seite des Franzosen, einer auf der Seite des Hamburgers. und dadurch kann sich hier keiner sicher sein. Und dadurch müssen alle bei den Kontrahenten versuchen, diese Runde mit allen Mitteln nach Hause zu bringen. Natürlich ist hier diese Anfangsphase ein bisschen langsamer. Die ersten zwei Minuten, da ist noch nicht so viel passiert. Aber diese Fürhand passiert immer wieder. Da ist die Linke mal im Ziel. Und hier diese Schlagabtäusche, die sind es, die auch immer wieder Lapinus zu guten Treffern verhelfen. Ja, das muss ich auch sagen, bei diesen Schlagabtauschen in der Mitte des Rings mit offenem Visier, da hat Lapinus in der Regel besser ausgesehen. Und da ist sie wieder, die Fürhand. Und dann kommt die Linke hinterher, Kick abgepandet von Solmaz. Also Lapinus dreht hier nochmal auf im letzten Durchgang, weiß natürlich auch, dass das jetzt nur noch zweieinhalb Minuten sind für ihn. Und zwei Minuten können eine lange Zeit sein. Eine enorm lange Zeit, vor allen Dingen, wenn sie die letzten zwei Minuten in einem 25-Minuten-Kampf sind. Solmaz muss sich weiter bewegen. Solmaz muss hier auch Offensive zeigen, nimmt aber hier Schläge. Der Franzose kommt immer besser jetzt hier in diese Runde. Singlet-Hackdown-Versuch von Solmaz, aber easy verteidigt von Lapinus. Und nochmal wilde Schläge hier in der Schlussphase dieses Kampfes, eines würdigen Titelkampfes. Wer nimmt den Federgewichtstitel mit nach Haus? Der UFC-Veteran oder das bislang ungeschlagene Talent? So oder so können wir sagen, Solmaz hat sich hier unglaublich gut geschlagen gegen einen international auf höchster Ebene dekorierten Gegner. Er hat bewiesen, dass er eben auch zu diesen Kalibern gehört. Wer am heutigen Tag hier aber den Sieg mit nach Hause nimmt, ich habe keine Ahnung. Aber Solmaz unnachgiebig arbeitet da am Takedown in den letzten 30 Sekunden dieses Kampfes. Aber der ist ein bisschen missglückt hier, muss da noch ein paar Treffer nehmen von Lapinus. Und es läuft alles hinaus auf einen Sieg des Franzosen, zumindest auf meinen Zettel hier. Aber Solmaz kämpft und kämpft bis zur letzten Sekunde. Solmaz kämpft wirklich mit allem, was er hat. Versucht hier diesen psychologisch so wichtigen Takedown am Ende der Runde. Macht einen schönen Sit-Out, versucht auch nochmal den Suplex. Hat also alles wirklich im Catch gelassen. Da kann sich nichts vorwerfen hier heute, Ömer Solmaz. Und wie ich schon gesagt habe, egal wie das Ding hier ausgegangen ist, der Junge hat gezeigt, dass er mit den ganz Großen mithalten kann. Vielleicht hat er gewonnen. Wir wissen nicht, wie die Punktrichter das Ganze hier gewertet haben. Es gab zwei knappe Runden, wo man sich nicht ganz sicher sein kann. Für mich Runde 2 und Runde 5 klar für den Franzosen. Runde 3 klar für Ömer Solmaz. Und dann ist die Frage, wie wurden die anderen beiden offenen Runden gewertet. Also hier kann noch alles passieren, aber ich bin bei dir, Marc. Tendenziell sehe ich den Interimstitel auch nach Frankreich fahren heute Nacht. Ja, wir werden es in wenigen Augenblicken erfahren. Aber du hast vollkommen recht, Andreas, vorzuwerfen hat sich Sommers hier nichts. Hat sich sehr, sehr gut verkauft. Gegen einen international erfahrenen Kämpfer. Und ich denke, das Sprichwort heißt ja, man gewinnt oder man lernt. Und sollte er jetzt tatsächlich den Punktentscheid abgegeben haben, dann wird er hier eine Menge mitnehmen aus diesem Duell. Das erste Mal fünf Runden, das erste Mal ein UFC-Veteran. Und du hast auch das schon gesagt, einige Augen sind hier heute auf diesen Kampf gerichtet gewesen. Also. Lassen wir uns überraschen. In wenigen Augenblicken sind wir schlauer. Und einmal mehr diese angespannte Stimmung im Cage. Es steht so viel auf dem Spiel. Und ab jetzt hat man es nicht mehr in der Hand. Hat man gewonnen oder nicht? Die Punktrichter müssen entscheiden. Es gibt dieses geflügelte Wort. Man soll es nicht in den Händen der Punktrichter lassen. Aber man ist natürlich auch manchmal limitiert. Und obwohl man alles probiert hat, wie immer, Solmas, muss man sich darauf verlassen. Wir sehen ein paar der Szenen dieses Kampfes. Der sehr, sehr taktisch und technisch geführt wurde. Und trotzdem spektakulär war, streckenweise. Im Prinzip das, wofür wir auch hier hingekommen sind. Ja, und da ist jetzt recht lang gerechnet worden auf den Bänken der Punktrichter. Jetzt sehen wir hier Michael Hojak auf dem Weg in den Cage. Es gibt ein Urteil. Lassen wir uns überraschen, welches. Meine Damen und Herren, ein Klasse-Fight. Das rechnende Punktrichter hat etwas gedauert. Ihr Applaus vorab für beide Kämpfer. Und hier das offizielle Urteil. Nach 2 zu 1 Richterstimmen. Featherweight Champion of the GMC. Blue Corner from France. Jal Dabbel-Infe-Lapinou. Also, da war es dann doch enger als gedacht. Ein Punktrichter hatte tatsächlich hier Ömer Solmarts vorn gesehen. Das ist wahrscheinlich der Heimvorteil, den wir schon angesprochen haben. Die anderen beiden hatten Taylor Lapilus aber hier, wie ich finde, auch zu Recht vorn. Also, neuer Interim-Champion im Federgewicht von GMC, Taylor Lapilus. Wie gesagt, knappe Runden. Die haben eben diese Tendenz dazu, Split-Decisions zu erzeugen. Am Ende wird keiner danach fragen, ob es eine Split-Decision war oder nicht. Sieger ist der Franzose Taylor Lapilus. Verdient hat er gut gemacht, definitiv. Aber Ömer Solmarts hat seine Klasse beweisen können. Und insofern haben hier alle Beteiligten gewonnen am heutigen Abend. Das Gold geht aber nach Frankreich. So viel ist jetzt klar. Ja, und er hier freut sich auch. Es ist ja immer so einfach, in Deutschland eine Punktentscheidung zu bekommen. Zumindest kennt man das aus den Boxen so. Aber wie man sieht hier bei GMC, da geht alles mit rechten Gegen zu. Es war ein enger Kampf, es war ein ansehlicher Kampf. Und ich denke, ein rechtmäßiger Sieger, Taylor Lapilus. Der hier nach seiner UFC-Karriere bei GMC, bei seinem ersten Kampf hier bei GMC, den Titel gewinnen konnte. Da gibt es auch die Glückwünsche von Steni Sachi Abdurahmanoulou, der den Gürtel da umgeschnallt hat. Und noch ein Siegerfoto, natürlich. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist ungeschlagener MMA-Kämpfer. Er repräsentiert das MMA-Spirit Team. Seine Bilanz, sechs Siegel, keine Niederlage. Er will heute seinen Titel erreichen. Im Federgewicht, im Bantam-Gewicht, den hat er schon. GMC-Titelträger aus Frankfurt am Main. Ladies and Gentlemen, hier ist Sabah Bolaghi. Sein Gegner, der Titelverteidiger. Einer der erfolgreichsten MMA-Kämpfer aus Deutschland. Auch er repräsentiert den Combat Club Colombo. Seine Bilanz, elf Siege bei drei Niederlagen. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, bitte begrüßen Sie aus Köln, Leon Ali Eskiew! Mehr Kämpfe auf der Karte hat Lom Ali Eskiew. Mehr MMA-Kämpfer auf jeden Fall. Mehr MMA-Kämpfer auf jeden Fall. Mehr MMA-Kämpfer auf jeden Fall. Ich habe es die letzten Instruktionen noch mal vom Referee Marco Bösen. Aber die beiden wissen natürlich genau, was sie hier erwartet, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und was sie tun müssen, um hier heute den Käfig als Champion zu verlassen. Im Falle von Sabah Bolaghi vielleicht sogar als Doppel-Champion. Diese historische Chance, die hat der Frankfurter heute hier im Kampf gegen Lom Ali Eskiew. Und obwohl Sabah eine Gewichtsklasse nach oben gegangen ist, sieht er hier nicht so aus, als wäre er der kleinere Mann. Die beiden scheinen sich nicht viel zu nehmen hier von der Physis, zumindest optisch relativ gleich. Als alter Ringer ist Bolaghi das Gewicht machen natürlich gewohnt. Cuttet immer eine ganze Menge ab, um es ins Band haben, Gewichtslimit zu schaffen. Ich bin mal gespannt, wie er hier heute auftritt, wenn er noch ein bisschen mehr Substanz hat, weil er einfach nicht so viel abkochen musste. Harte Kicks jetzt hier aber gleich zu Beginn von Lom Ali, der sich von einem starken Ringer zu einem echt guten Allrounder mit guten Fähigkeiten im Stand entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, vor allen Dingen die High-Kicks, die er immer wieder einstreut, sind bemerkenswert bei Lom Ali Eskiew, der sich frühe die Ringmitte gesichert hat. Beides hier. Zwei der besten Kampfsportathleten, die wir in Deutschland haben. Hochklassiges Duell. Schlagabtausch hier in der Käfigmitte. Und da geht es heiß her. Und bislang hat Lom Ali die Nase vorne, was die Treffer angeht. Sababoulagi trotzdem bislang unbeeindruckt. Bewegt sich sehr gut seitlich raus. Der Frankfurter. Und Lom Ali sticht hier immer wieder mit dem Jab durch. Ja, häufig passiert es, wenn zwei Ringer oder Bodenkämpfer aufeinandertreffen. Du hattest das vorhin schon mal angesprochen, dass sie sich dann gegenseitig neutralisieren und im Stand kämpfen. Jetzt hier Boulagi fast mit einer Art Trip-Takedown-Versuch. Aber Lom Ali zurück im Stand. Hat ihn gerade herangewunken zum Kampf eingeladen. Lom Ali geht hier lange Wege. Versucht offene Schlagabtausche zu meiden. Tut wahrscheinlich auch gut daran. Denn Lom Ali, der hat Dampf in den Fäusten. Jetzt hier der Take-Down-Versuch von Lom Ali. Abgewehrt von Lom Ali. Ein schöner High-Kick hier als Abschluss. Löst sich und setzt direkt den High-Kick. Und wir sehen dann Sababoulagis recht im Auge. Hat sich da ein ganz kleiner Cut geöffnet. Aber das kann natürlich noch größer werden. Wir haben hier potenziell fünf Runden vor uns. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte der ersten Runde geschafft. Ja, jetzt gleich erst in 15 Sekunden. Also Lom Ali bislang mit einem sehr guten Start. Harte Linke wieder ins Ziel gebracht hier von Lom Ali Eskijev. Und Lom Ali muss da aufpassen, dass er nicht zu viele Hände nimmt des Kölners. Oh, wieder eine harte getroffen von Lom Ali Eskijev. Lom Ali muss versuchen, den Kampf hier zu Boden zu bringen. Aber er sagt, das war gar nichts. Schüttelt den Kopf. Aber in der Regel bedeutet das, das tat weh. Ja, und vor allen Dingen hat er jetzt hier schon mehrfach den Takedown versucht. Nicht geschafft. Das ist natürlich auch psychologisch wichtig. Bei zwei guten Ringern, wenn die aufeinander abprallen, ist es natürlich auch immer wichtig zu wissen, wer ist denn jetzt wirklich der bessere Ringer von den beiden? Bislang zumindest defensiv hat hier Lom Ali Eskijev die Antworten auf Saba Bulagis Ringen. Ob es offensiv, die Frage, ob die sich stellen wird, ist die große Frage. Denn bislang sieht es Lom besser aus im Stand, trifft hier super mit einer linken. Bulagi kassiert hier eine harte Linke, wackelte da auch ganz kurz. Erneut schöner Schlagabtausch hier in der Käfigmitte. Ja, du hast es angesprochen, die ringerischen Fähigkeiten bei der Kämpfer extrem hoch. Andreas, auf dem Papier sollte Bulagi eigentlich der bessere Ringer sein, holte Bronze bei den Europameisterschaften 2011 hochdekorierter Sportler. Aber ja, Lom Ali Eskijev, der kann hier hervorragend mithalten und landet hier. Und Bulagi wackelt, versucht sich in den Takedown zu retten, aber Lom Ali versucht den Sack hier zuzumachen. Ist das schon das frühe Ende dieses Titelkampfs ist? Bulagi hier im Überlebensmodus, geht zweimal zu Boden. Lom Ali stoppt ihn hier, versucht den Finish zu suchen. Versucht ihn zu stellen, aber das ist nicht so einfach bei so einem Käfig. Aber Bulagi, der ist immer noch auf wackelnden Beinen. Der ist immer noch nicht wieder voll da. Und kassiert hier weitere Hände. Kassiert einen Highkick. Und Eskijev, der haut hier eine Hand nach der anderen rein. Trifft nach Beliden. Was für eine Runde, was für ein Einstand hier in diesem Main Event. Unglaublich normal, die Eskijev treibt Bulagi vor sich her. Und immer noch eine halbe Minute zu campen, über eine halbe Minute. Bulagi scheint sich wieder einigermaßen gesammelt zu haben. Steht aber trotzdem noch recht wackelig auf den Beinen. Also immer noch die Chance hier für Eskijev nachzusetzen. Aber das gibt natürlich Selbstbewusstsein hier für Eskijev, der mit Selbstvertrauen nach vorne geht. Tatsächlich Sabah sieht ein bisschen wackelig aus noch in seinen Bewegungen. Und eskijev landet hier nach Belieben. Eingesprungenes Knie, nicht getroffen von Bulagi. Wichtige, wichtige Runde hier für Lomali Eskijev, der die klar und deutlich gewonnen haben dürfte. Definitiv, wir sehen es am Gesicht von Sabah Bulagi. Der Frankfurter hier schon deutlich gezeichnet. Während Lomali Eskijev noch relativ entspannt aussieht und vor allen Dingen unbehelligt. Ja, diese eine Minute Pause, die er jetzt hier bekommt, Sabah Bulagi, die ist natürlich wichtig, um die Fassung wieder zu erlangen. Sieht hier herber angeschlagen aus in seiner Ecke. Sein Striking-Croach Mohamed Kuali umsorgt ihn hier. Und wir sehen noch mal hier den ersten Niederschlag von Lomali Eskijev an Sabah Bulagi. Der hat aber nicht locker gelassen, hat hier weiter nachgesetzt. Da gab es den zweiten Niederschlag hinterher. Und hier noch mal ein Versuch eines angesprungenen Knies. Das zeigt auf jeden Fall, dass Bulagi noch im Kampf ist. Also, der ist ein wirklicher Champion. Also, für jeden, der das vorher noch in Frage gestellt haben sollte, trotz Titel in einer Gisklasse tiefer. Der tritt hier auf und der will natürlich auch gewinnen und kämpfen. Aber bislang Lomali Eskijev. Der überlegenere Mann. Ringfrei zur zweiten Runde. Wir dürfen gespannt sein, ob sich Bulagi in dieser einminütigen Pause erholt hat. Scheint auf jeden Fall deutlich stabiler auf den Beinen zu stehen, als noch gegen Ende der ersten Runde. Also, hat da die Fassung offenbar doch wiedererlangt. Aber diese harten Treffe von Eskijev, die haben mit Sicherheit Eindruck geschunden. Und die haben auch auf jeden Fall Kraft gekostet. Wenn man jetzt bedenkt, dass hier noch vier Runden vor den Kontrahenten liegen. Vier Runden, die natürlich auch Kraft kosten. Bislang tadellose Take-Down-Defense hier von dem Löwen, von Lomali Eskijev. Schöne Führhand jetzt hier getroffen von Bulagi. Der sich wirklich wieder erholt zu haben scheint. Schöne Zickeleck und ihm gelingt der Take-Down. Aber eskijev steht sofort wieder auf. Hervorragendes Defensivringen hier von Eskijev. Aber Bulagi bleibt dran. Gnadenlos sichert sich hier die Half-Guard. Und das war wichtig für ihn. Das war sehr, sehr wichtig. Er sucht hier seinen Heil im Bodenkampf. Und tatsächlich hat er da, glaube ich, sehr viel bessere Chancen, den Kampf zu gestalten. Er muss jetzt allerdings ein bisschen aktiver werden, sonst wird Marco Brösen nicht lange zögern, die wieder aufzustellen, die beiden Kämpfer. Attackiert hier mit kurzen Ellbogen. Ist nun zurück in der Full-Guard von Eskijev. Eskijev hier gut gearbeitet. Versucht hier einen Arm zu isolieren. Bleibt auch gefährlich vom Rücken aus. Eskijev sperrt die Hände von Bulagi. Aber der passiert. Aber Eskijev nutzt jede kleine Lücke, um aufzustehen. Und das ist genau das, was eben Weltklasse-Ringer von so durchschnittlichen Ringern unterscheidet. Ein Takedown klappt nicht direkt zum nächsten. Der klappt nicht direkt zum nächsten. Also das ist eindrucksvoll anzusehen. Hier technisch sehr, sehr sauber von Sabah. Und Lom hat doch sehr viel mehr Probleme jetzt in der zweiten Runde mit dem Frankfurter, der sich gerade erst hier richtig eingroovt. Ein Double-Underhooks hier. Sehr dominante Position für den Frankfurter. Ja, definitiv eine bessere Position für ihn, als der Standkampf. Hier läuft es nicht Gefahr, harte Treffer zu kassieren. Hier kann er Lomali seinen Stil aufzwingen. Aber Eskijev versucht hier, sich zu lösen. Aber es gibt, er versucht hier, sich zu lösen. Kassiert dabei aber eine Rechte von Bulagi. Bulagi löst kurz, setzt einen Schlag. Sehr gut getimt. Sehr gut taktisch eingestellt. Also hat es hier geschafft, wirklich in der zweiten Runde das Ding noch mal spannend zu machen, obwohl es in der ersten Runde schon echt knapp war für ihn. Ja, also nach einer furchtbaren ersten Runde für Sabah Bulagi kann ja jetzt hier die zweite fast schon für sich entscheiden, wenn er jetzt hier so weitermacht wie bisher. muss allerdings auch hier aktiver sein. Sonst gibt es da den Break von Referee Marco Börsen. Oh, Arte Linke von Eskijev beim Lösen und beide zurück in der Cage-Mitte. Eskijev verfolgt Bulagi mit langen Händen. Bulagi versucht mitzuboxen, aber muss vorsichtig sein. Eskijev kassiert hier den Großteil der Treffer. Und wenn man sich die Schlagkraft von Lom Ali vorstellen möchte, dann kann man sich hier nur angucken, wie er hier wirklich mit dem Rücken am Käfig die Kraft entwickelt, Sabah wirklich nach hinten zu treiben mit einem Schlag. Lom Ali jetzt wieder in der Mitte des Oktagons. Allerdings, wenn er hier nicht etwas Eindrucksvolles zeigt, dann geht diese Runde bislang an den Frankfurter. Da ist er auf einem guten Weg mit einer 1-2-Kombination. Also bislang wieder Lom Ali in seinem Element. Bulagi muss sich im Oberkörper mehr bewegen. Nimmt viel zu viele Hände von Eskijev. Versucht sich jetzt hier den Rücken zu sichern, aber das hat er natürlich kommen sehen. Platzrunde blutet weiter bei Bulagi, der jetzt hier eine schöne Linke landen konnte und direkt zum Single-Hack geschootet ist. Also wirklich klasse Ringen hier von Bulagi, aber auch von Eskijev. Eskijev treibt den Frankfurter vor sich her, Sabah Bulagi immer in der Seitwärtsbewegung. Bulagi soll mehr zum Körper gehen, sagt ihm seine Ecke. Das tut er ja auch. Scheint auch zu funktionieren. Noch 10 Sekunden in dieser zweiten Runde. Die tatsächlich eine Runde für Bulagi sein könnte. Da kann man durchaus so werten. Hat hier allerdings auch, das muss man sagen, in der Schlussphase doch noch den ein oder anderen Treffer kassieren müssen. Ja, also diese Runde auf jeden Fall hart umkämpft hier für beide Kontrahenten. Ja, hier sehen wir die Ecke von Sabah Bulagi, die Cut-Verletzungen, an der hier gearbeitet wird. Zu verhindern, dass sich diese Platzrunde noch mehr vergrößert. Na, und da ist mehr als nur eine Platzrunde in dem Gesicht. Also Sabah hat schon einiges einstecken müssen. Es sind erst zwei Runden rum, drei kommen noch, potenziell zumindest. Aber... Bislang konnte Sabah Bulagi tatsächlich alle Gegner, die er hatte, dominieren, ist ungeschlagen. Aber das hier definitiv der bislang härteste Kampf seiner Karriere. Das ohne Zweifel. Wie du sagtest, der Faktor Ringen natürlich ein großer Faktor, so ziemlich die beste Grundlage für das MMA, weil man entscheiden kann, wo der Kampf stattfindet. Wenn er das entscheiden könnte, hätte Sabah Bulagi mit Sicherheit hier heute den Bodenkampf gewählt. Ob es Lomali gelingen wird, hier in den weiteren Runden den Bodenkampf zu vermeiden und im Standbankkampf zu bleiben, wo er so viel besser aussieht, das ist die große Frage. Wir sehen Runde drei. Ja, dieser Kampf zeigt auch, wie sehr sich Lomali als Kämpfer weiterentwickelt hat. Einstmals recht eindimensional starker Ringer mit Ground and Pound. Hat er sich hier zu einem doch versierten Standkämpfer entwickelt, der immer wieder harte Ende landet, aber diesmal was Bulagi, der SGF zu Boden schicken konnte. Aber der hat die Fassung recht schnell wiedererlangt hier. Oh, und da, ein weiterer Niederstark kann Bulagi den Sack hier zumachen. Trönt er sich hier zum ersten Doppelchampion der GFG. Hier geht es hin und her, unglaublich. Ja, Bulagi will jetzt hier natürlich das Finish, muss aber aufpassen, dass er nicht zu viel Pulver verschießt, denn SGF, der scheint schon wieder gut bei Kräften zu sein. Ja, trotzdem hier viele Schläge, die er nehmen muss. Marco Börsen guckt hier ganz genau hin. Und Bulagi steigt in die Mauts, versucht es zumindest. SGF versucht, das Bein zu attackieren, kassiert aber weitere Hammerfäuste. SGF muss sich hier schneller bewegen, kann nicht so viele Schläge nehmen. Und Bulagi steigt in die Halfguard, attackiert weiter, bleibt gnadenlos. Konditionell sind die Leute aus dem MMA-Spirit alle hervorragend eingestellt. Also er kann hier Tempo gehen. Ja, da versucht Lom Ali so ein bisschen mit dem Kimura zu arbeiten, aber Sabah Bulagi übersteigt den Griff und dadurch neutralisiert er ihn. Und jetzt hat das natürlich schwer, Lom Ali. Er ist angeschlagen und hat Sabah Bulagi auf sich drauf, der natürlich arbeiten kann, der genau weiß, wie er sein Gewicht verlagern muss. Hier isoliert er nochmal den Arm des Frankfurters. Und dennoch 3,5 Minuten Zeit hat Andreas. Also jede Menge Zeit hier für Bulagi, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Ja, und was für ein Champion gegen Champion Match wir hier sehen. Wir sehen beide mit absoluten Champion-Qualitäten. Während Sabah Bulagi in der ersten Runde viel einstecken musste, hat er sich zurückgekämpft, muss selber jetzt Schläge hinnehmen. Also die beiden schenken sich nichts, außer dem Publikum eine unglaubliche Show. Ja, Eskiew zurück im Stand, da will er hin. Da konnte er auch schon wieder den einen oder anderen Treffer landen. Jetzt hier Bulagi muss aufpassen. Er ist jetzt nämlich ganz schön ausgepowert nach diesen Sequenzen am Boden. Kassiert hier die knackige Linke, wackelt erneut. Was für ein Fight, Andreas. Was für ein Fight. Und hier liegt der Finish wirklich in der Luft. Und man weiß noch nicht mal von wem aus. Beide Kämpfer angeschlagen. Beide Kämpfer attackieren weiter aggressiv. Lovani geht nach vorne. Versucht zu stalken. Schwingt auch mit den Haken. Sabah jetzt schon sichtlich ermüdet. Aber auch Lovani haben diese Schläge, diese Niederschläge nicht kalt gelassen. Ja, Bulagi hat eine Menge Energie verbraucht, als er da am Boden versucht hat, den Kampf zu finishen. Das ist eben der Nachteil, wenn so ein Finish dann nicht klappt. Hat die Hände hier sehr, sehr tief, atmet schwer. Und noch zwei Minuten auf der Uhr in dieser Runde. Also das ist noch eine ganze Menge Zeit, die er hier überstehen muss. Aber Bulagi kassiert eine weitere Linke von Eskiew. Ja, aber beide scheinen hier wirklich mit offenem Visier zu kämpfen. Die wollen hier den Finish, die wollen hier den Kampf frühzeitig beenden. Die wollen hier auch dem Publikum eine Show bieten. Und das ist unglaublich. Also wirklich der Kampf eines Main Events würdig und auch eines Superfights Champion gegen Champion. Ja, auch Eskiew macht jetzt den Stand etwas weniger, fährt das Tempo ein bisschen zurück. Das ist aber trotzdem derjenige, der das Tempo bestürmt, der Bulagi hier durch den Cage treibt, landet erneut eine schöne rechte hinterm Ohr. Bulagi muss sich weiterhin viel bewegen, um nicht vor Lohm Ali zu stehen und da die Schläge zu kassieren. Kontert aber auch immer wieder gut mit. Eine Minute noch hier in der dritten Runde. In diesem hochklassigen Champion-Wissens-Champion-Duell Bulagi mit einem linken Haken. Keiner der beiden Kämpfer hier will zurückstecken. Auf der größten MMA-Bühne Deutschlands. Was für eine Runde, was für ein Kampf hier bislang. Bulagi, der hat diese Pause jetzt bitter nötig, die gleich ansteht. Diese eine Minute, die wird er nutzen. Ist hier vollkommen entkräftet, völlig außer Atem. Und das ist auch ein bisschen mehr Respekt vor den Schlägen. Bulagi wirkt noch etwas spritziger, trotzdem muss er aufpassen. Er ist auch angeschlagen worden in dieser Runde. Er hat jetzt auch ein bisschen mehr Respekt vor den Schlägen, Bulagis. Die letzten Sekunden dieses dritten Durchgangs. Und wir gehen in die Championship-Rounds, in die vierte und vielleicht sogar fünfte Runde dieses Titelkampfes. Und wenn wir hier auf die Körpersprache der beiden Athleten achten, sehen wir, während Lom Alieskiew relativ entspannt noch stand, bis er sich hinsetzen durfte, hat er sich festgehalten am Zaun. Und er ist wirklich richtig außer Atem. Jetzt sitzt er hier und wird umsorgt von der Ringecke. Auch die Cut-Verletzungen werden nochmal gecheckt. Trotzdem sehr schwer zu wertende dritte Runde, obwohl Lom Ali Eskiew ja zu Boden ging. Auch da kontrolliert wurde. Wir sehen es hier nochmal. Die Linke hat genau auf dem Kinn gesessen. Sah Lom Ali danach ganz gut aus. Und hier hat Bulagis seine Kraft ausgepowert beim Versuch, diesen Kampf zu beenden. Niemand kann es nicht verdenken. Jeder wäre da hinterhergegangen mit grounded Pound-Schlägen. Aber Eskiew blieb im Kampf. Und das hat eine ganze Menge Kraft gekostet. Aber er scheint sich hier einigermaßen erholt zu haben. Er hat ihn nicht mehr ganz so schwer, sah man Bulagis. Tja, mal sehen, wie das nach einer Minute im Kampf jetzt aussieht. Runde Nummer 4, Championship Rounds. Und das ist es natürlich auch wert hier für einen Champion-gegen-Champion-Kampf. Ich will gar nicht, dass er vorbeigeht. Ich hätte am liebsten noch 10 weitere Runden, um mir anzusehen, wie diese beiden Ausnahmeathleten hier sich messen bei GMC 9 im Main-Event. Ja, definitiv eine ansehnliche Schlacht und ein würdiger Hauptkampf. Eines tollen Kampfsportabends. Schöne Führhandteich wieder ins Ziel gebracht von Eskiew. Und dann schlägt er direkt den Aufwärtshaken, den Seher feuert. Na, Sabah hat die besseren Treffer, wenn er weiter weg bleibt. Wenn er lange Hände schlägt. Lom Ali hat die besseren Treffer, wenn Sabah reinkommt. Weil Lom eben mehr Haken schlägt, mehr Aufwärtshaken. Oh, schöner Haken getroffen von Bulagis. Beide Kämpfer schenken sich hier wirklich gar nichts. Erneut eine Rechte getroffen von Bulagis. Der nun auch im Stand, seinen Rhythmus gefunden zu haben scheint, aber trotzdem den Takedown versucht. Erneut abgewehrt von Eskiew. Sehr starker Kampf hier von beiden Kämpfern. Lom Ali stalkt jetzt seinen Gegner wieder. Sabah Bulagi wieder mehr in der Rückwärtsbewegung. Schöne Treffer jetzt hier von Bulagis, der Eskiew am Käfig stellen kann. Eskiew scheint immer noch angeschlagen zu sein. Ist hier noch nicht wieder voll auf dem Damm. Dieser Knockdown hat auf jeden Fall Eskiews Spiel komplett durcheinandergewirbelt. Der Sabah Stato hat wirklich sehr, sehr stark aus, auch physisch präsent. Hat ein bisschen von dieser Präsenz einbüßen müssen hier durch den Knockdown. Er zeigt ja auch immer nur Einzelaktionen. Er hat vorher viel mehr Kombinationen auch geschlagen. Ich würde auch gerne ein paar mehr Kicks sehen von Lom Ali. Die sind eigentlich auch eine Spezialität von ihm. Und sein Markenzeichen ist ein bisschen nachlässig jetzt im Rückwärtsgang. Die Hände zu früh runtergenommen. Deswegen muss er ein paar Schläge nehmen. Also Lom Ali baut hier im Laufe des Kampfes ab. Ja, das ist auf einmal Sabah Bulagi, der das Standduell bestimmt. Und die besseren Treffer setzen kann hier im vierten Durchgang. Hat er sich den starken Standkämpfer Lom Ali jetzt hier über vier Runden zurecht gestürzt. Kann er jetzt hier im Stand überzeugen? Oh, da muss er aufpassen, dass er nicht in der Submission landet. Eskiew auch am Boden, extrem gefährlicher Kämpfer. Aber Bulagi jetzt in der Guard des Kölners. Zweieinhalb Minuten noch zu kämpfen in diesem vierten Durchgang. Schwierige Position hier für den Kölner Lomali Eskiew. Erlaubt starke Unterstützung hier im Publikum erfährt. Köln nicht allzu weit weg von Kastrop. Klar, dass er ja natürlich fanmäßig sehr, sehr gut aufgestellt ist. Lomali Eskiew, aber das hilft ihm jetzt auch nichts. Mit Bulagi in seiner Guard. Hier sehen wir die Fans. Lomali müsste an diesem Punkt genau versuchen, die Füße in die Hüfte zu bekommen, seinen Gegner wegzudrücken, dann aufzustehen. Aber ist natürlich immer alles sehr viel leichter gesagt als getan. Hier die Distanz zu kreieren zwischen dem Obermann und sich selbst. Das ist die große Kunst als Untermann. Sabah Bulagi arbeitet hier für den Pass. Möchte gerne vorbei an der Guard von Lomali Eskiew. Und attackiert dabei konstant mit Schlägen. Sucht sofort wieder den Taker. Und das ist das Klasse-Niveau des Elite-Ringers Sabah Bulagi. Da ist die Situation noch gar nicht richtig vorbei. Da geht er schon wieder zur Innensichel. Also wirklich eindrucksvolles Ringen, das wir hier heute Abend sehen. Vom Frankfurter Sabah Bulagi. Und er punktet hier natürlich in der Oberlage. 45 Sekunden noch zu kämpfen in dieser Runde. Eine Runde, die man gut und gerne für Bulagi werten kann. Ja, wahrscheinlich sogar muss Bulagi hier mit den klareren Aktionen, mit dem Takedown. Hier dreht sich Lomali nochmal ein für den Armbar. Aber Bulagi hat den Ellbogen zu weit draußen. Da kann die Hüfte des Kölners nicht vorbei. Ja, aber Eskiew bleibt aktiv aus der Rückenlage. Aber Bulagi ergibt sich seinem Schicksal hier nicht, sondern versucht ständig Submissions anzubringen. Sweeps. Aber Bulagi einfach der stärkere Ringer hier aus der Garde. Die letzten Sekunden dieser Runde laufen. Und eine klare Runde für Sabah Bulagi. Und damit ist dieser Kampf wieder sehr, sehr offen. Und es könnte gut und gerne hier auf den letzten Durchgang hinauslaufen, Andreas. Ja, um den kommen wir und auch die Kontrahenten nicht herum. Und obwohl Sabah Bulagi ja müder aussah, wird er mit laufendem Kampf immer stärker. SDF hat abgebaut, insbesondere nach dem Knockdown hier. Und musste, obwohl er sich anfangs sehr gut gegen die Takedowns verteidigen konnte, von Sabah Bulagi jetzt schon mehrere hinnehmen. Auf dem Boden dann der Weltklasse-Ringer Sabah Bulagi mit so guter Kontrolle. Das normale SGF nicht wirklich die Chance hat, da viel zu machen. Bleibt zwar gefährlich, aber schafft es nur selten und mit außerster Anstrengung wieder aufzustehen. Ja, Bulagi scheint hier nach hinten raus wirklich im Gegensatz zu SGF überhaupt nicht abzubauen. Ich hatte das eingangs schon mal angesprochen, die überragende Kondition der Kämpfer im MMA Spirit. Hier sehen wir einen Single-Leg-Tag-Down-Versuch von Bulagi, hervorragender Pass direkt oder Pass-Versuch zumindest. Hier sehen wir einen großen Applaus hier vom Publikum in der ausverkauften Europa. Alle in Kastenpropp für diese beiden Krieger vor dieser letzten und alles entscheidenden Runde. Ja, und wenn sich hier jemand Applaus verdient hat, dann sind die beiden das. Die lassen wirklich alles hier im Cage heute Abend. Und Bulagi wirkt frisch wie in der ersten Runde. Tänzelt hier leichtfüßig um SGF herum. SGF wirkt träge. Die Schläge kommen langsamer. Aber er bleibt natürlich gefährlich. Er hat eine Menge Bums in den Fäusten. Ja, und beide wollen es hier nochmal wissen. Die wollen das Ding nicht irgendwie zu Ende cruisen. Die stehen in der Mitte des Oktagons und tauschen Schläge aus. Genau das wollen die Fans sehen. Schöne Rechte ins Ziel gebracht vom Bulagi, der hier immer besser aussieht im Stand. Lom zu inaktiv, müsste mehr nach vorne gehen, müsste mehr schlagen, müsste mehr Druck machen. Ihm wird schlicht die Kraft dazu fehlen, Andreas hat hier aber erneut einen Takedown hervorragend abgewehrt. Also, so viel Power hat er offenbar noch. Sabah tänzelt hier um Lom herum, der weiterhin Druck macht. Jetzt Lom mal mit dem ersten Takedown-Versuch des Kampfes. Das ist erfolgreich. Wahnsinn, da hat er doch noch so viel Explosivität, um hier Sabah zumindest kurz auf den Boden zu bringen. Aber Bulagi sofort zurück im Stand und bestraft die Aktion mit ein, zwei Händen. Bulagi tänzelt hier umher. Sucht sich seine Lücken. Und es ist genau so, wie du vorhin gesagt hast, Andreas von außen landet, er seine Treffer. Nur im offenen Schlagabtausch am Mann sieht der alte aus. Also, bleibt er draußen, schlägt lange Hände, trifft immer wieder mit der herausgestochenen Führung. Das ist ein schöner Takedown-Versuch jetzt hier erneut für Bulagi. Verteidigt von Eskiev. Wow. Und Bulagi kämpft wirklich bis zu dem Zeitpunkt, an dem Lom Ali außerhalb der Reichweite ist. Wenn der Takedown nicht mehr funktioniert, dann schlägt er nach ihm. Eskiev jetzt einfach mit zu wenig Treffer, mit zu wenig Gefahr für Sabah Bulagi. Nun beginnt auch Bulagi, schwer zu atmen, hat sehr, sehr viel geschlagen jetzt hier schon in dieser Runde. Bekommt Eskiev hier nochmal einen zweiten Aufwind. Den braucht er auf jeden Fall. Er kann diese Runde nicht abgeben, das kann er sich nicht leisten. Da war einer der Kicks, um die du die ganze Zeit gebeten hast. Der Heikik, der hat auch getroffen, aber den hat Bulagi mitgenommen. Zwei Minuten noch hier in diesem Champion-gegen-Champion-Kampf. Unglaubliche Spannung. Ja, beide Kämpfer vollkommen erschöpft. Die am Ende ihrer Kräfte geben alles bis zur letzten Minute. Was für ein Fight, liebe Zuschauer. Bulagi jetzt hier ganz kurz in der Stellung eines Freistil-Ringers mit geneigtem Oberkörper. Kassiert hier eine Rechte von Eskiev, der bleibt gefährlich bis zum Schluss. Ja, Bulagi scheint es hier ein bisschen einzubrechen. Dem geht die Luft aus in der letzten Minute. Das ist nochmal die Chance für Eskiev hier, das Ruder in die Hand zu nehmen. Ja, Lomali Eskiev muss jetzt diese letzte Minute und die Müdigkeit seines Gegners nutzen, um hier nochmal Eindruck zu machen. Aber Bulagi bleibt ebenfalls gefährlich und feuert aus allen Rohren zurück. Es sind noch 60 Sekunden in diesem Titelkampf. Champion gegen Champion. Behält Lomali Eskiev seinen Federgewichtstitel oder verlässt Zaba Bulagi die Europale in Castro Brauchse mit zwei Gürteln. Nach 40 Sekunden bleiben in dieser unglaublich spannenden Schlacht. Harte Treppe von Eskiev. Und da hat Bulagi wieder ganz kurz gewackelt. Er versucht erneut den Takedown, aber er kassiert dafür den Kick von Eskiev. Beide Kontrahenten geben hier wirklich bis zum Schluss alles. Der Cut an Sabas Auge ist wieder aufgegangen. 15 Sekunden noch hier für Lom Ali. Der sucht den Takedown, findet den Takedown. Holt noch mal wichtige Punkte mit diesem Takedown. Der Takedown lässt sich da fast noch sweepen. Gut reagiert von Bulagi, aber dennoch eine solche Aktion. Das macht natürlich Eindruck bei den Punktrichtern. Was für ein Kampf. Unglaublich. Wir sind gespannt, wie die Punktrichter entschieden haben. Diese letzte Runde kann durchaus noch für den Titelträger gewertet werden. Aber wie ist es mit den vorherigen Runden? Es ist schwierig. Es ist eine schwierige Entscheidung. Die Spannung ist unglaublich. Ist es aber Bulagi gelungen, den zweiten Titel zu sichern? Und damit parallel Titelträger in zwei Gewichtsklassen zu sein? Oder bleibt Lom Ali Estijev der Titelträger hier im Federgewicht bei GMC? Lom Ali Estijev. 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 Ich stehe hier mit dem alten und neuen Fehlergewicht Champion, Loma, die SGF. Glückwunsch erstmal zum Titelgewinnen. Und bevor ich irgendwas anderes sage, muss ich erstmal Folgendes sagen. Was für ein Fight! Sabah ist sehr, sehr stark. Auch im Renngericht, im Stand ist der, hat hart geschlagen, aber wir haben gut trainiert und ja, alles gut ging. Das war mit Abstand einer der besten Fights, die es hier auf deutschem Boden gegeben hat. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. War ein unglaublich enges Gefecht. Ihr hattet beide gute Momente und auch nicht so gute Momente. Warst du am Ende sicher, dass du gewonnen hast nach fünf Runden? Das Ergebnis war ja einstimmig, aber ich habe hier in der Ecke von Sabah Bolagi auch ein paar Köpfe gesehen, die geschüttelt wurden. Ich habe mir schon gedacht, dass ich gewonnen habe, weil es bei der Punktentscheidung kann es dir quasi gar nicht sicher sein. Aber es gab eine Runde, wo ich verloren habe, wo ich runtergegangen bin und der hat starke Kontrolle, bis ich aufgestanden bin. Aber ich habe dem Kampfrichter gezeigt, ich bin noch da, das macht mir gar nichts. Und die anderen Runden, ein paar waren eher ausgeglichen. Der hat zwar vielleicht, keine Ahnung, ein paar Aktionen mehr gemacht, aber die klaren Treffen hatte ich. Du hast diese Szene, in der, ich glaube, es war in der dritten Runde gerade angesprochen, bist nach einem linken Haken zu Boden gegangen. Sabah Bolagi hat nachgesetzt ohne Ende. Ja, wie eng war das denn da an einem Finish oder warst du die ganze Zeit da voll bei der Sache? Es sah sehr, sehr eng aus. Es war gar nicht eng. Ich habe alles gesehen. Es war nicht eng. Alles klar. Glückwunsch zu deiner erfolgreichen Titelverteidigung. Hammerkampf und großer Applaus hier nochmal vom Publikum. Ich will nochmal was sagen. Mein Bruder hatte gestern, 18. November Geburtstag. Der Sieg war für ihn. Großer Applaus für Romali Eskiew. Ja, und jetzt stehe ich hier mit Sabah Bolagi. Du hattest heute die historische Chance hier, Gürtel in zwei Gewichtsklassen zu gewinnen. Bist nach wie vor noch Bantam-Gewichtschampion. War ein unglaublich harter Fight. Was sagst du zum Urteil? In der fünften Runde dachte ich eigentlich, dass ich 3-1-4. Ich habe gedacht, die erste Runde geht an Long. Zweite, dritte, vierte an mich. Das kam auch so aus der Ecke. Die fünfte wollte ich eigentlich nur noch überleben. Ich wurde in der ersten angenockt. Habe mich dann wieder einigermaßen gefangen. Habe dann die zweite, dritte, vierte wieder ein bisschen Gas geben. Meines Erachtens auch dominiert. Fünfte wollte ich dann halt einfach nur noch überstehen. Ah ja, das ist halt MMA. Das ist kein Ring. Ring in Richtung sieht es ganz natürlich anders aus. MMA ist ein ganz anderer Sport. Das ist ein eigener Sport, das hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Aber ich soll euch sagen, so ist das Urteil heute. Morgen sieht es anders aus. Ich komme auf jeden Fall wieder. 66 ist meine Gewichtsklasse. Dankeschön. Großer Applaus auch für Sabah Bolagi, Leute. Ich habe mehr Drang in mir, den Kampf zu gewinnen. Ich habe mehr Drang in mir, den Kampf zu gewinnen. Ob es kein Hitler-Kampf ist, ob es kein Hitler-Kampf ist. Ich lief eine geile Show ab. Ich lief einen geilen Kampf ab. Und es zählt für mich mehr wie alles andere. K.O. in der zweiten Runde. Das war's. Schöner Kick auf die Leber. Also tolle erste Runde hier. Oh, Spinning-Back-Kick. Und er hat richtig gesessen. Das war's. Vielen Dank.